läuft läuft bei mir ja doch das könnte ja auch so ein geräusch sein was so ein bisschen mit dem höheren ton ja das passt jetzt also natürlich voll rein weil wir über geister reden wollen jetzt gespenster stunde andreas ich schicke dir jetzt mal den link wo das da auf youtube auch noch ganz wenn du da oder willst du dann ja auch fordern ich überfordere mich ja immer also von daher macht man den von der anwender jetzt hier auch gelaufen und chat den flüchtigen und chat obwohl er auch nicht flüchtig ist er wird dann irgendwie gespeichert vom host möglichen zu speichern okay da ist das hier jetzt und muss ich darauf laufen drücken auf das rote ding ja vor allem muss den ton ausschalten sonst christian eine rückkopplung ist aus das doppelte lottchen genau das bin ich jetzt jetzt muss ich jetzt halt das klein gemacht jetzt muss jetzt aber auch noch hier jetzt erwähnt uns doppeltes lottchen ihr hört du hast mich doppelt ich habe aber die jetzt ja ja jetzt ja ich habe dennoch gerade angemacht und ja 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 man kriegt das aus dieser position die ich hier habe nicht auseinander wer von euch beiden die fehler ach so ja ich würde euch gerne ich würde gerne mit dem zeigefinger aber so kann ich mir das sparen 50 prozent schon zu den falschen treff das mit zu gering ich guck mal ob das besser ist wenn ich dich zum kohost machen wer also ich habe eine zeitverzögerung jetzt bei dem was ich sehe auf zoom habe ich klatschen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 es ist halbe sekunde halbe sekunde das sind 500 millisekunden kann so ein techniker wie du natürlich viel mehr mit anfangen ach das war zufall statt wusste meister verwandt man da wissen ja weiß ich nicht eingebaut während zum rechner ja das ist ja ich habe gerade hier auf ein paar mehr auf dem server so stress und dann habe ich das stimmt ich habe ein bisschen gelesen wo du sagst da habe ich das ein bisschen hatte ich das auch so gedeutet als du sagst ja von wegen jetzt muss ich wird passiert auf den scheiß von hand installieren oder das ist das größte arbeiten oder oder ich bin jetzt an einem punkt wo ich markten abchecken will ob du da noch andere register ziehen kannst aber natürlich mit dir erzählen ich öffentlich berät da war das ganze thema ist ja sowieso so bescheuert man aber auch du früher hier fdp oder sftp und der konsole ja also wie gesagt ich habe sogar vom hoster das über troubleshooting kannst du schalten dass er komplett web space gelöscht wird aber es wird nichts gelöscht von dem wo der stress liegt noch also selbst ihr eigenes tool greift schon immer rein und jetzt habe ich irgendwo gelesen es gibt wohl auch die möglichkeit über ein php skript dann aber das ist überfordert dann meiner du kannst auch meine möglichkeiten ja 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 weil ich habe das auch ewig nicht mehr gemacht und wenn man eine konsole vielleicht hat dann noch mal gucken kann und die sind ja eigentlich auch die gleichen rechte wie immer über ftp soviel ist die theorie aber so eventuell mit den rechten da noch mal rum gucken dass man die immer kurz aufbaut und dann den löschen vorgang noch mal startet dass man kurz rechte umsetzt da habe ich auch versucht ja also zumindest über fall silane zwei dateien wurden wir genau gemeldet wo dann der stress ist aber ich kann da die rechte kann ich auf 777 stellen und nützt aber nichts kommt ja schon alles probiert wird soll ich ja wenn ich jetzt schon mit meinem latein eigentlich am ende nur die frechheit ist eigentlich dass die beim service meine fehler beschreibung überhaupt nicht lesen und die schickt mir immer standard antworten dass ich irgendwo und travel shooting gucken soll und die prozedur danach und dann muss man sich immer hintertür im support offen halten was irgendwie mal nett zu jemand sein ganz besonders ja das war das und das war früher war das auch nicht so viele sachen die früher angst haben gerufen ja also dann hat er da problemlos bei mir irgendwas gemacht und heute ja wir dürfen keine dateien bei ihnen löschen das dürfen wir überhaupt nicht richtig weil das ist seit datenschutz wasser dann denke ich mal was leute ja ja die können ich nicht identifizieren das ist das problem die wissen nicht ob du das nicht doch ich habe dann über den kunden lockern habe ich ja sowieso und ich muss das da extra freigeben sonst was das ist schon verifiziert da haben sie mechanismen für aber ansonsten naja so das sind so die technischen geister die wir hier riefen und nicht beherrschten ja das ist der zauberlehrling das ist jetzt quasi über moderation zu dem sogenannten kunst talk ja wer geht genau wer geht ist entgeistert da sind sozusagen geister durchmarschiert die sozusagen ein motivations crack cracking durchgeführt haben und jetzt ist sie wahrscheinlich wie ein geist sozusagen am zuhören und überlegt ob sie ist ob sie noch kraft findet trotzdem ab und zu einmal aufzutauchen und da haben wir gesagt wir lassen uns auch von geistern nicht das senden verbieten ich wollte ja eigentlich auch nicht heute kunst auch machen aber bürgit war doch ganz engagiert die letzten stunden habe ich gesehen auf twitter ja aber ich glaube da kommt das auch irgendwie mit her aber es gibt 1000 gründe geben warum man jetzt kann ich bin ja jetzt auch gerade frischer ist wieder da nicht als eine wunderbare reise in den süden gehabt und nächstes noch mal von meiner seite musste keinen grund angeben warum er kommt und warum er nicht kommt ja genau auf jeden fall ich kann doch gekommen bin obwohl ich nicht kommen wollte na los soll ich nicht sagte andrea hätte viel zu wenig redezeit gehabt ich habe in letzter zeit gemerkt ihr schneidet immer meine themen ab wenn du mit uns beiden alleine hast du keine chance andreas ich weiß das ist völlig egal völlig hilflos lenke ich ja schon immer auf politik weil dann habe ich die chance mit einer unklugen bemerkung den stein entrollen zu bringen das ist immer einfach das ist immer einfach also wie fast so jetzt aber michael komm raus mit raus mit ich frage ich wie hat euch mal weil ich hatte meine sachen durchgeguckt die hat euch um mal so ein bisschen ego mäßig jetzt noch rein zu fragen wie hat euch bei nach meinem museum für moderne konspirativen konspirativen series oder ja das haben wir ihnen drin stehen oder ja ja das ist geil das hat mir sozusagen das war wirklich das hat mir auch gefallen so die idee war da klar okay und jetzt stellst du allen scheiß rein von der vom aber ich ja nicht ein scheiß ja das war ja dann mit dem rathaus und sozusagen das umzudrehen und zu sagen okay sie haben es doch geschafft im rathaus von schilder licht in die säcke reinzukriegen also vor allem passt es auch ich habe jetzt den film gesehen ein mit känguru ja teil zwei und der ist zum zum ersten der erste auf die die ersten ja sozusagen ambitioniert hat klar hatte und insofern fällt er zum ersten finde ich ein bisschen ab aber aber ist trotzdem herrlich also ich es ist wirklich eine eine ansammlung absurder situationen und alle auf dem auf dem hintergrund man versucht dort auch und einen alu hau zu tragen um dann festzustellen die sind out nicht und wir kommen dann statt von der flachen erde zur würfel erde ja also man darf nur nicht erwarten dass absurdität logik hat mich also dann also wolfgang schmidt also der hier der auch zu die filmanalyse und so weiter macht er halt diesen film gerade vorgestern besprochen und hatte ihn als hatte das als aufhänger genommen was auch wirklich die kleine welle im web ausgelöst hat haben eine menge leute geteilt auch fabio demasi und so von weg die obsession der bürgerlichkeit für leute die verschwörungstheorien geil finden weil es ist ja sozusagen diese preuze das anhängige sozusagen das co abhängige leute die das und dem da die und das damit natürlich mit nicht mit bedeutung sondern mit relevanz auflagen obwohl sie wenn du bald schörst hier kommen wir haben es wurde hier zwei jahre lang wurde russia geht propagiert von den etablierten medien also dass trump und putin zusammen die wahl gefälscht hätten alles fähig alles fähig und das ist die reichweiten stärksten verschwörungen verlichtungswaffen im irak die reichweiten verstärksten verschwörungstheorien sind von den etablierten medien und das ist so weil sie die reichweite haben und ich finde das das ist halt so und ich finde das nicht dramatisch muss ich mal sagen ich finde das nur eigentlich dumm ich finde das dumm auf welchem level da weil gesagt für mich das adam und eva ist die älteste verschwörungstheorie die ich kennen ja also wovon reden die überhaupt und milliarden leute also auch so religion der glauben milliarden leute wo man kühlen verstand sagen würde das ist glaube und das muss jetzt ist nicht begründungspflichtig am ende jedenfalls wissenschaftlich das ist okay und die können da auch komische sachen können dabei rauskommen ja und und also ja und ja also die sinnflut ist für mich die älteste verschwörungstheorie also ein gott als massenmörder der die ganze welt menschheit ist auch eine kleine restgruppe auslöscht ja in dem sinne weil es die auch schon in anderen völkern gibt und nicht nur bei den augen und so nicht in hau lieben sondern also formose gab es da schon hinweise zu aber das ist aber so der apfel der sünde hin zu hängen das ist schon ganz schön das ist schon ganz schön ausgeklügelt der scheiße der teufel der dagegen der rebelliert der vorher selber ein engel war laut der jetzt der bibel da dass er vorher selber ein engel war und dann abtrünnig wurde und sich gegen gott verschworen hat und habe ich vieles in unserer welt so konstruiert ja alles und wenn wir jetzt fernseh gucken dann hören wir halt viele sachen aktuelle nachrichten werden so der ukraine wird halt merke ich sag jetzt auch mal das wort der ukrainischen propaganda wird er glaubt als der russischen nachvollziehbar aber am ende haben wir da aussagen wo man sind überhaupt nicht überprüfbar und die kommen die nachrichten ja nun du musst du abwarten naja sag ich mir dann manchmal da wollte ich mal ein paar wochen ab bis ich das war als ernst nehmen guckt auch damit den mit der oder vergiftung habe ich auch bei mir so leute auf dem stream gehabt dann ja ja da haben selbst gedreckt am tag danach war irgendwo was weiß ich wo das in den deutschen medien herum das ist der erste angriff dann gehen da ist ja ein bürger mal wurde jetzt gefasst die da das gift eingeschüttet hat ja so und am ende ist unklar vielleicht war es auch allen wahrscheinlich eine mischung aus allem genau das temperatur das vor temperatur wieder mal scheiß wie man misst und so ist alles doof und alles geister und aber nachrichten sozusagen vor der zeit das sind verschwörungstheorien auch nach aber dann heißt es doch mit chance auf wahrheit mit chance auf richtigkeit chance auf also tod und und kaputt und so ist glaube ich schon wenn du da stehst und neben dir fährt einer um und blutet aus vielen wunden und du hast auch schon irgendwo ein geschoss stecken das ist glaube ich dann verschwörungstheoretisch nicht mehr begreifbar ja und man macht ja jetzt als real die kurve wird ja dann gemacht im sinne von ja die verschwörungsglaube ist gefährlich weil das sind ja denn die leute die im kapitol in ihren kostümen im zweiter oder da in den usa den umsturz machen und die kurve mache ich so nicht mit ich auch nicht also wenn den leuten dann sagst ja nicht menschen kommunizieren sondern die kommunikation kommunizieren dann gucken die sich auch an so ja brust ist was der aluhut oder wie ja genau ich dachte ich habe mal aluhut auch du arg also die steiner leute die sind mir nicht sympathisch nicht aber ehrlich gesagt solange ich sagen kann die die haben zwar irgendwie so ein mythos im hintergrund und so eine so seltsame rituale nachts im monschein das weiß ich zu düngen oder keine ahnung und 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 damit aber ist witzigerweise auf eine andere weise gewährleistet dass der ganze andere scheiß den die anderen darauf tun da erst mal nicht drin ist ne so dann kaufe ich die etwas und kenne ich sind auch geistern da um die schritte ich bin weg der geist ist weg genau das ist auch ein netter geist richtig wäre gewesen bin gleich bin gleich weg noch einmal schlafen noch einmal schlafen da bin ich weg und auch ein beispiel ich hatte hier der wer ist der kreimeyer der massgeschmack tv macht also nicht so alternative nicht so im schlimmen sinne sondern auch dass ein fernseh dings kanal hat und so weiter und der hat auch ein bisschen guckt immer auch auf die funksendung und da waren halt so vom öffentlich rechtlichen wurde halt eine dreiviertel stunde lang oder wie lange auch immer halbe stunde lang eine junge frau vorgestellt die sich für den wolf hält ja und da werden sie dann immer eine maske rumranst du bist so wie crow dieser rapper aber nicht dass sie nicht weil sie wolfe sondern nur weil sie nicht an werden wollte und so weiter und die denn ihr leben als wolf im wald vorführte sozusagen freizeit wolf die sie glauben glaubt dass sie sozusagen so ein wölfisches ich hat und so weiter und wenn ich mir sein und wenn das läuft da im fernsehen und das wird dann sozusagen im sinne von ja jeder kann sich selbst entfalten und jeder kann sich alles aussuchen was das so ist sozusagen das geht dann auch wieder und leute denken ja dann sagt man bei jemandem den unterschied zu dem anderen scheiß mein bein ist mein feind es gehört nicht zu mir es wird mir nur und es muss ganz schnell amputiert werden und ich habe eine so starke sehnsucht danach ohne mein bein zu sein und ich fahre jetzt wohin wo sie es mir ab abnehmen und lasse es mir abmachen auch das ist also im grunde freie persönlichkeitsentfaltung und dann ist es auf einmal hast du dein bein weg man es gibt totaler studien genossen hat sich dann eben an der kreissäge den arm abgesägt so aus einer störung heraus erst du bist bescheuert wenn man körper was macht und das aber in der er ist ja nicht mehr reparabel ist also ein bahn straße nichts ja er muss noch mal ganz vorsichtig wenn man solche entscheidungen trifft ja da war nicht in der lage vorsichtig zu sein an der stelle wohl ich war gott sagt nicht dabei und ich habe nur später gesehen wie er dann den arm mit prothese hatte und frage dann gefragt und auf jeden fall wenn das bewusstsein so etwas macht und das massenbewusstsein das auch noch nach macht sozusagen dann ist die frage ja nicht mehr die wenn du so im fernsehen guckst kriege ich die realität raus wie es wirklich war sondern geht es ja nur darum was ist dann die 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 konsequenz aus welche wirkung entfaltet das und dann hast du dann bist du auch so welche welche narrative werden da aufeinander losgelassen nicht so und womit verteidigt jemand eine eine absehbar desaströse handlung meinetwegen noch mehr gift auf wer weiß wohin mit wie 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 fundiert er das dann kann man ja nicht sagen dass die wissenschaft mit der wahrheit und hör auf die sondern kannst du sagen weißt du ob die gerade korrupt sind oder nicht so oder ob die nicht gerade die 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 verteufelten narrativ bilder sind um das alles durchzusetzen genau ihren eigenen interessen entsprechen kannst du hast du hast keine chance mehr sozusagen mit der mit dem wahrheitsargument zu kommen sondern muss der versuch mit dem wirkungs argument zu kommen wie das auf dich persönlich und was ich das mit dir macht das kann ich immer noch sagen ja aber dann kommen sie und dann spielen psychoanalytiker und dann sagen sie noch auch was da egal was du sagst du hast du nicht mal das kann man immer sagen der gelbe teufel na das ist also mit jemand der mit dem ging ich und dann zeigte der beim feld auf so lauter grashalme die so gelb geworden sind gelbe teufel nicht der ist hier überall nicht da machen die hier spritzen die und dann passiert das und das kann man genau sehen wo sie das gespritzt haben weil man da sehen sie sehen die pflanzen dann so aus und wenn du dann versuchst das als beweis einzuführen dann wird es kompliziert in dem moment wo du dann sagst nee wir machen hier in der gegend die die erfahrung das ist also alles von mübel nicht dann kommen die die damit mit waffen die gerichtsverfahren und was weiß ich glaube die amerikanischen bauern haben eine lange geschichte kultur auch kaputt gemacht werden wurde da auf deinem permakultur ja ist also der unser und sage ich glaube holzer heißt der glaube ich sehr holzer oder so in österreich ist das ja der ja einer der großen promotoren der permakulturellen arbeitens aber der sagt schon amerikanische kollegen haben gesagt nennen das nicht mehr permakultur weil das ist so viel unsinn da jetzt damit gemacht worden mit diesem begriff nicht und dann jetzt nennt er das also eben holzersche ökowirtschaft oder so ähnlich nicht also versucht er den so langweiligen und titel zu geben damit das irgendwie nicht in den selben topf geworfen wie man heute auch kein querdenker mal sein will früher war es noch da habe ich das noch problemlos gesagt ja aber es kann man sagen sie das ringen um begriffe dass sie und du semantische wolken fantasie narrative finde ich unangenehm muss ich sagen so diese deutungs hoheit oder so ja auch so sind sie sind aber nicht als haupt ich immer trotzdem das beispiel dass man halt rundfunk beitrag nicht rundfunk gebühr sondern rundfunk beitrag und schon gar nicht gez gebühr und zwangsgebühr und das denn darum so gerungen wird das darf man nicht so so sollst du das nicht sagen wir wissen doch alle wir wissen doch alle was gemeint ist es halt dass das was man da bezahlen muss und da gibt es halt verschiedene begriffe für aber ich kann das verstehen zum beispiel mit der ard da wo sie das mit dem war ad mit dem framing handbuch ich kann das verstehen dass die redaktionell bemüht sind dann zu sagen was man sagen darf und wie man sagen muss und was man vermeiden soll kann ich schon nachvollziehen genau sowie corporate design der logo jetzt nicht in allen möglichen farben blau weiß und dann ist gut es kommt also ich stehe natürlich einer öffentlichkeit gegenüber nicht die sozusagen wo alle wo alle ballern ja totale herrenrunde hier wieder mann 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 keine jungen damen die sich einloggen du siehst aber auch schon irgendwie verhärmt aus andrea hat die beste farbe von uns allen gerade ja sicherlich ich habe bei meinem farbregler gedreht damit das auch zum hintergrund passt bist du ein geist andreas wir reden über geister ich ja vielleicht ist meiner sogar anwesend ich weiß noch nicht ganz auf jeden niveau ich höre gern zu erst mal ja genau wir waren gerade bei framing manuell und so sprachregelung und so weiter also noch ein bisschen politik war gerade noch und ich sehe also guck mal der fernseher hat so hat er immer ist ja so hat ist ja noch so im rahmen immer drumherum als er wurde und es ist also als würden also alle zuschauer mit ihren frames mehr sozusagen immer dieses ding einschmeißen also und da kann ich mir schon vorstellen dass irgendwie so eine sende gemeinschaft die also institution dass die sich irgendwie auch dann dann überlegen wie schützen wir uns vor diesen vor diesen dauernden überfällen von anders framenden unbekannten nicht die sind ja inzwischen alle gewohnt den mund den mund aufzumachen durchs internet so da können sie sich auslassen und dann haben sie auch schon plattformen im fernsehen wo sie dann als publikum auch ihre frames loswerden können so mir kommt das so vor wie das ringe werfen beim bei der kirmes wo man die ringe so über so gegenstände wirft und hatte man preis wenn es bis unten durchfällt und meine ich wäre mir wäre auch nicht wohl in der haut dass ich würde schon überlegen wie frame ich denn so dass es möglichst viele erreicht ohne dass es sich in deren ringen verheddert und dann nennen sie das guten journalismus oder so ja ich hatte gut jetzt sind die öffentlich rechtlichen ja sowieso also wenn jetzt nicht so offensiv moment vorgehen weil sie mit dem rbb und das was im ndr da auch noch ndr jetzt gerade noch dazu ja ich habe übrigens auch also ich habe auch sozusagen rückversichert dass ich sowas auch ich bin ja hier in schwerin das landesfunkhaus ist ja um die ecke es gab doch diesen open talk intern beim ndr open talk intern ja ja wo die also was wieso wie ein intranet sozusagen und das ist mir an dem abend noch zugänglich gemacht worden und da ist schon da ist jetzt nicht zu erwarten dass da noch dramatisch für ganz neue sachen kommt aber die führungsriege hatte den kontakt zur basis verloren und weiß nicht mehr wie sie rankommen soll das ist ein problem dass da meines erachtens gerade stattfindet kann nur sagen mehr twittern mehr twittern ja nee deshalb wird das gescheitert dass social media ich glaube dass das falsche framing die sozialität ist gescheitert und twitter ist nur ein ausdruck dann diese wenn wenn einer somit mit einer schlechten laune sich an apparat setzt und meinte müsste andere irgendwie aufstacheln zu was weiß ich jetzt geht doch mal hier vor die tür deine musik ist scheiße wer sagt das also dann denke ich mal war was wie armselig muss ich sein da aber das ist halt mein was ich mir denke ist auch wieder nur blödsinn also in belgien hat die aufführung einer opa dazu geführt dass also die demokratie eingeführt wurde da war in einer opa nicht war eine war ein ein kämpferischer gesang mit dem dass das publikum das laut singend das theater verlassen hat und hat alle mitgerissen und dann war auf einmal die revolution gegangen was ich weiß nur nicht welche das war war das nabuko oder keine ahnung das müsste man eigentlich mal rausfinden so also schwebte der geist würde also aus dem opernhaus raus wie meine so stolz kann kaum ein komponist gewesen sein oder so irgendwie irre und dann war damit die revolution gegangen ja aber das hat vorher schon gebrodelt das würde man ja sofort diese opa überall aufhören ja in bagdad gestern ja alle paläste genau gestern in bagdad ist so in der bucke aufgeführt ja wir freuen uns immer über die 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 einstürzenden paläste der anderen bei uns wenn die neubauten wackeln dann machen wir eine band raus ja da kann man auch mit der mit der oder mit dem drama da da kann man finde ich auch wieder extrem viel lernen also ich zeichne hier nebenbei manchmal schalte ich auch bildschirm freigeben also nicht weil aber was man habe ich nämlich gleich ein fisch was man da sehen kann also alle müssen ja hochgetaktet neuigkeiten der bei gewissen themen müssen die dann immer zeitnah berichten so und dann ja klar dann zieht sich das hin und dann was da alles eine wolke an erzählungen entsteht und dann letzten endes ist man aber auf einen punkt dass man sagt das war ein komplex scheinbar ein komplexes zusammenspieler weiß gar nicht mehr genau was jetzt da auslöser war oder sonst was also was kausal monokausal dazu geführt hat das ist ja zum beispiel am ersten weltkrieg muss ich jetzt eben dran denken da der wo der thronfolger erschossen wurde das hat ja auch nicht den ersten weltkrieg ausgelöst genau aber es wird ja weil wir gerne sozusagen die kausalität an einzelnen ereignissen und gerne daran hat es sich jetzt entzündet ja so monokausal und die komplexität wird dadurch halt wieder gebändigt nach finde ich auch mit dem thema geister weil wenn du noch geister in deine kalkulation mit reinbringt da bist ja also ich denke mir mal nach zum beispiel jetzt so bei den computer forensikern kann ich mir vorstellen dass man da vielleicht auch ein bisschen paranoia kriegen kann oder wenn auf einmal ihr fenster auf ich hatte das letztens gerade aber da habe ich mir unbedingt ganz schnell beschaffen wollen eine software ja und ich wollte sie ganz schnell haben ich wollte sie so schnell haben dass ich mir ein software mit ins haus geholt hat die der wir den scanner nicht erkannt hat und das hieß dann natürlich ich hatte geist auf meinem rechner hier gegen mich ständig überall fenster auf und dann wusste ich aber nach zwei minuten ausmachen und windows platt machen aber gegen du heutzutage du brauchst ja keine brauchst ja nur ein microsoft account um ein windows wieder fit zu machen also ja habe ich gesehen da ist dann halt die holen sich denn die windows installation aus der cloud und hast du welche haben also warum muss denn einmal bezahlt haben was ich da jetzt mal ein web hosting habt das ist halt schon eine nummer wenn sogar die travel kill switch sonst was was die da implementieren wenn das dann schon nicht mehr zieht naja und der support der überhaupt nicht zuhört was ein problem ist keine ahnung das ging aber zurück zu den geistern auf welcher ebene andreas möchten wir denn die geister gerne diskutiert wissen also der andere andreas ich so wasser ich hatte halt die ankündigung von also wahrgenommen als wenn du über das erzählen oder war das nur ein joc das kam also aus dem aus aus dem gespräch vorhin da ist mir geht es für uns allen ja sozusagen so ne ich habe das vorher schon in der fhz ich glaube hier tasten schwenk hat ihn auch gelesen ja ich glaube zumindest so getan als ob er gelesen hätte ich habe was gelesen ich denke schon ja 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 und da ist es halt irgendein ethnologe oder anthropologe aus amerika der scheinbar da auch als professor ordentlich gearbeitet hat darauf publiziert und so ist dann irgendwann gestorben und sein letztes werk wurde nicht vollendet der sohn hat das jetzt dann rausgegeben und da geht es halt um eine ganz neue anthropologische sicht aus seiner perspektive neu möchte ich jetzt mal anzweifeln der rieter hat nämlich zum beispiel auch was über geister gesagt auf jeden fall dass diese vorstellungen von diesen geistern von einer geisterwelt mit der wir irgendwie rechnen müssen dass die irgendwie total verloren gegangen ist also jetzt letzten endes stand da zwar nicht aber ja auch nicht zuletzt durch die säkularisierung und wo die leute gar nicht mehr so jetzt an dämonen und sonst was glauben wie die katholiken noch früher in einer irgendwie da so ein aussetzer hat eine psychose oder sonst was da mal der besessen von dämonen zum beispiel und das ist alles so verloren gegangen irgendwie und viele haben halt da eher dann so ein rationales denken namen start wobei ich das auch nicht glaubt weil diese spirituellen strömung die sind nicht auf dem absteigenden ast sondern eher auf dem aufsteigenden hast oder über zusätzlichen tasten schwenker also ich habe drei minuten kriegt dann versuche ich die kurve zu kriegen erstens glaube ich unser heutiger geist ist nichts anderes als dass wir behaupten wir hätten einen besitz auf die geister wir haben ihn zu einem geist reduziert und das ist unser geist was da uns im kopf rumspuckt sind nur an die zügel gelegte geister ja zweitens der weg kommt mir über die eingöterei die ja sich unterscheidet von der noch sehr an mystischen vielgötterei eigentlich humanistischen vielgötterei der griechen die vielgötterei dort ist ja eigentlich wenn ich das vor dem ganz späten hintergrund sehe dass wir ursprünglich tabus hatten die die geister wendigen sollten also ganz ursprünglich in dem tituale ja aber einfach tatsächlich erstmal nur ein tabu das sagt hier diesen baum den du da hast der hat früchte wenn du von diesem baum ist dann dann stirbst du dran dann kommst du um dann aber wenn du ihn in ruhe lässt dann hast du das schönste das beste das wunderbarste leben und juchu die menschen die so gelebt haben waren unheimlich angstfrei sind unheimlich angstfrei in ihrer welt herumgegangen und konnten unter umständen wenn sie dann einen abflug gegessen haben der eigentlich sehr gut geschmeckt hat tot umfallen weil sie plötzlich begriffen das war von den baum ja also so erzähle ich meine geschichte die dann sagt die vielgötterei war eigentlich griechische die möglichkeit die ungeister die uns auch in uns selber herausquellen unser daimon das ist ja etwas was so innerlich dann eine beschreibung davon ist nach außen zu projizieren man hat das als götter hingestellt also die kräfte die einen innerlich wahnsinnig bewegen sind erstmal übermächtig das merkt man also eine ajax der der nachher vor lauter wut weil er glaubt er würde seine gegner erschlagen eine ganze schafhelle erschlagen hat ja und dann vor scham eingeht und sich selbst umbringt ja also man ist innerlich getrieben von solchen geistern ja diese projektion nach außen in eine gotterwelt das dass man dem eine kunstgestalt gibt würden wir heute sagen damals ist das also durch durchaus nicht nur kunstgestalt sondern es ist ja es geht ja um um riten es geht um die tempel es geht um die götter es geht um etwas wo sich die gemeinschaft sozusagen drin vereint ja also man hat da noch eine gemeinschafts anschauen nicht wie heute heute hat jeder sein eigenes framing und das muss ich dann noch in den zusammenhang bringt zum schluss so also ich mache die kurve über das tabu über dem den apfel der uns den wir essen und der uns aus dem paradies vertreibt über die viel götter rei zum einen gott ja und so werden die geister bei uns zu einem geist wir sind also jetzt völlig rationalisiert aber dahinter stecken natürlich die ganzen irrationalen dinge die wir nur glauben so sehr gut in schach zu halten ebenso ein bisschen wie diesen durch den tabu bruch den ich nicht begehe wie wir es durch einen apfel gemacht haben früher den wir dann nicht mehr essen natürlich bei so vielen möglichkeiten wie wir es heute haben gibt es ein gibt es ein geister streit ja weil jeder hat so seine eigene geistes vorstellen was der geist der verbotene oder was der gute und was der schlechte sei ja so also das ist so die kurve und das framing für mich kommt dass das allerletzte so wie eben drei minuten sind aber schon seit vier minuten vorbei haben wir das jetzt abschalten okay es gibt ja es ist ja etwas seltsames dies framing und fokussieren hat für mich sehr viel zu tun miteinander zu tun fokussieren passiert ursprünglich also bei unseren urinstinkten immer da wo wir auf der jagd sind ja weil wir dann also wirklich so abgeschaltet die ohren nebenbei aber auf die katze hockt vor dem mauseloch und ist völlig fokussiert das ist eine art von framing das den wahrnehmungshorizont eingrenzt und wirklich ja ja 90 prozent von makroaufnahmen ist das so dass die zentrums betont sind nicht die fokussieren völlig nicht also die haben überhaupt kein gespür dafür was in den eckenkanten an den rändern abläuft nicht also es werden werden die die es läuft eigentlich nur auf diese zentral das objekt was man da sozusagen fokussiert muss auch perfekt mit jedem herrchen und das auch bitte räumlich überkommen nicht also es ist eine völlige unart nicht also eine bestimmten fotografie richtung nicht jetzt jetzt als allerletzte sache das heißt also fokussierender blick bedeutet gleichzeitig einerseits eine ein aggressionspotenzial hochgeschraubt zu haben denn in dem moment wo ich der beutelschlager bin bin ich ja der kräftige zweitens bedeutet ist dass ich sehr vieles ausblenden kann das heißt auch alles angstmachende ist in dem moment zurückgeschraubt ich habe zwar noch so die ohren da und wenn irgendwas ist dann kann ich da immer noch wegswitchen aber eigentlich ich bin voll auf meine sache konzentriert und jetzt kommt was seltsames ich glaube vielleicht ist es gar nicht mal so sehr twitter sondern es ist unser handy es ist unser kleiner frame der uns wenn wir drauf gucken in dieser haltung bringt dass wir also sozusagen scheuklappen anhaben weil normalerweise sitzt würdest du draußen setzen wir sitzen ja schon sehr viel in engen kleinen räumen unser dick schweift bis zur nächsten wand und macht bong und dann beschäftigen wir uns mit gedanken sonst würde der im im weiten fliegen gehen und hier ist das noch mal auf ein format verengt wo ich sage hallo da passieren also genau die dänge da werden die enge die geister in einen ganz engen raum gesperrt und da werden sie dann natürlich auch unheimlich dynamisch so einfach mal so eine schräge these in den im raum gesetzt hört sich an wie bei dieser ein rätsel sendung wo sie immer erraten müssen wer wer ist der auch dann am ende gibt so eine raterunde da ist auch einer der mal solche konstruktionen macht also ich mach mal ich mach mal eine ergänzende sache andreas und zwar dieses fokussieren da gehe ich mit bei diesen göttergeschichten da bin ich jetzt ein bisschen weiter weg sozusagen in der serie westworld in der in der neueren wurde mal erwähnt entstehung des bewusstseins und die sogenannte bikamerale psyche was bikamerale dass sich das bewusstsein halt über ganz langsam entwickelt hat das heißt evolutionär wurden wir mehr oder weniger vom gehirn überrascht der mensch der rannte da im wald rum hat auf einmal ein gehirn und eigentlich muss man sich vorstellen seinerzeit mit diesem mit diesem du christen werkzeug in die hand dass du kaum kontrollieren kannst ist sozusagen das ist dann halt durch die ernährung relativ zügig groß geworden unheimlich leistungsfähig und die leistungsfähigkeit war zu bändigen zu fokussieren das heißt man kann die vorstellung entwickeln dass damals die menschen alle mit einer psychose durch die gegend gerannt sind ja weil sie diese gedanken die ihnen sozusagen noch schwer zu fokussieren waren da gibt es auch was das bewusstsein sozusagen oder was das denkt man konzentriert sich auf einen gewissen teil sozusagen der gehirntätigkeit um dann zu sagen jetzt konnte ich mal konzentriert einen gedanken nach und dass dieses die geister sozusagen dass das das denken das man wahrgenommen hat aber noch nicht kontrollieren konnte also wie beim psychisch bei mir sagen wir mal bei der psychose die jetzt ein hey geht es eigentlich mal mit halluzination stimmen hören und so weiter und das sozusagen dieses dass das denken damals einfach stattfand immer wieder zu bewusstsein kam aber schwer zu kontrollieren war und deswegen überhaupt diese ganzen geistermythen entstanden sind durch sozusagen wildes denken durch wilde gehirntätigkeit und das hat sich abtrainiert komplett und deswegen ja das ist aber das glaube ich also was von der analyse der jetzigen weltgesellschaft da würde ich halt sagen das wäre mir zu einfach wenn man sagt jetzt ist der mensch da homo farber und was weiß ich was weil da gibt so viel die immer noch also es gibt schon ganz spektrum ja habe ich ja ich habe ja auch nicht gesagt dass jetzt irgendwas für heute damit sozusagen also weil du meinst ja aber dass man davon abgekommen ist ja wann war das nee was heißt von abgekommen das war einfach praktisch nötig weil in einer welt die sich für dich nicht als konsistent darstellt weil du ja ja das denken so schwer kontrollieren kannst ja ist ja immer ich denke etwas was ich nicht sehe sozusagen sonst vorher war so nur wahrnehmung und das ist jetzt sozusagen ja und jetzt fängt es auf einmal los ich fange an darüber nachzudenken was einfach praktisch ist ich denke darüber nach wie die nächste jagd verläuft und was sie machen müsste das ist das gute es kann aber auch sein dass die gedanken würde gehen und einfach dann die vorstellung dahin durch die gegend stümpeln und wilde kurven schlagen und ich aber nicht in der lage bin ist das jetzt echt gewesen oder habe ich nur gedacht also war das vor mir oder war das in mir oder war das aus und solange wenn du das nicht auseinander kriegst typische psychotische geschichten auch wenn das nicht auseinander kriegst dann sind halt so ja dann ist halt mehr oder weniger auch so diese geister geschichten die meines erachtens sozusagen dann übrig bleiben sind oder auch immer wieder einschießen sind halt diese diese resten des unkontrollierten oder des nicht domestizierten denkens ich finde das jetzt auch im prinzip wäre es fast eher so man muss es eher anerkennen es gibt ja auch so sachen oder mit psychose die dann zu das sind die großen weißsager die wurden verehrt wenn jetzt jeder zweite hier natürlich durch die gegend rennt wird es schwierig aber wenn es so ganz wenige sind das sagt man ja beim adolf sagt man dass wir auch massen massen psychose aber jeder ja das aber jeder hundertste der hier durch die gegend rennt und vielleicht ein bisschen wildes zeug erzählt ist doch gut soll er seine geschichten erzählen man kann ein bisschen zuhören es gibt auch so eine art negativ form der erwartung nicht du bist vor so einem gebüsch nach so willst du dahinter um die ecke biegen aber das ist irgendwie verdächtig und jetzt wartest du dass dahinter was ist und irgendwann musst du sozusagen hinter dir so ein schalter haben sein da ist nichts das heißt also wenn du sozusagen in dieser erwartung befangen bist dass das also dass die gefahr dahinter ist die kann dann natürlich trotzdem sein nicht du wartest einen tag und haust dich an dem gewünsch nicht vorbei wird tag es wird nacht nacht ist noch gefährlicher du gräbst die gemein und irgendwann musst du so sagen scheiß drauf oder du musst sagen ich mache es trotzdem und das gilt ja in ganz vielen situationen wo du also auf auf absehbare zeit zu keiner sicherheit kommen kannst nicht also das heißt du so durch diese wabbelnde oberfläche über diese wabbelnde oberfläche von möglichkeiten wahrscheinlichkeiten und so weiter musst du irgendwie sozusagen weiterleben und das das finde ich also mindestens genauso spannend dass also diese diese mischung aus wahn und mut nicht aus 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 tollkühnheit und absicherung und so finde ich also auch sehr spannend und das gilt ja eben für das framing auch nicht also im grunde bist du ja ständig in diesem dschungel an verworrenen labyrinthischen erzählungen nicht die du sozusagen abwägen oder aussondern oder zusammenschweiß noch irgendwas musst du dir musst du machen um über die hinweg über wie über wasser zu laufen nicht also finde ich schon eine spannende situation also gerade medial also ich in der in der ästhetik des widerstands da gibt es am anfangs eine kleine gruppe einen kleinen haushalt wo junge arbeiter da nach hause kommen da sitzen aber die alten auch und versuchen innerhalb dieser riesigen propagandamenge irgendwie rauszukriegen was denn wohl jetzt zu tun ist nicht ob man nach spanien gehen sollte um dort zu kämpfen oder ob das also gerade der fehler ist und 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 nicht also weil weil man muss sozusagen dann anfangen gesellschaftlich spuren zu lesen nicht also dass also da sind wir mittendrin in dieser in dieser auseinandersetzung zwischen der wird auch vertrauen dem jetzt mal nicht oder bisher hat das vertrauen gereicht gelohnt und dann plötzlich kommt diese große verunsicherung das ist glaube ich das was passiert ist und das ist glaube ich das was genutzt wird in diesen wenn wenn wir narrative zum kriegs zum in den kriegseinsatz geschickt werden nicht also die wirtschaft ist im augenblick im im krieg nicht also wirtschaftskrieg meinungskrieg und so weiter nicht und da stecken wir ja voll drin nur noch geister ich habe noch eine ergänzende sache zu matthias nehmen wir mal an das sei nicht einfach nur so eine explosion des gehirns gewesen ich kann mir vorstellen dass es eine natürliche reaktion des gehirns ist einerseits das was du sagst und reis die nacht ist wahnsinnig wichtig denn die nacht hat die geister die nacht hat die geräusche wenn wenn ich ein uhrmensch bin ich bin ja nicht der stärkste einer dem jeder angriff egal ist weil ich einfach mit meiner branche alles tothau sondern ich bin nicht nur raubtier sondern auch heute also da sind riesen gefahren ja und ich muss die nacht deuten alleine wenn man mal überlegt was gestalterkennung bedeutet dass ich also rasend schnell mit mit dem zusammensetzen von vier vier bewegten bein einem körper einem kopf einem wackelnden schwanz schon mitkriegt was ist jetzt los ja ist das für mich gefährlich ist das nicht für mich gefährlich genauso ist es zum beispiel auch mit dem singen warum wir bunt sehen ja das schwachs weiß sehen zum beispiel bedeutet in der nacht eine riesengefahr weil die blätter zum beispiel schwanken im wind aber sind sehr bewegt und ich muss also gleichzeitig aber sehen ob gibt es eine bewegung dahinter nicht baumbewegung sondern tierische natur ist ja da muss also dann das gehör wachsen in der nacht die das farbsehen kann wahnsinnig schnell differenzieren zwischen baum hat die und die farbe und da hinten im freien das ist komisch gestreift deswegen gibt es die ganze tarnung bei den tieren damit sie aus der tarnung heraus vielleicht doch noch die beute schlagen können oder eben selber getan sind vor davor beute schlagen zu können also jetzt meine idee dahinter dass das gehirn nicht einfach so explodiert das ist wieder eine absurde idee aber vielleicht stimmt die weil ich das ja beim klavierspiel merke es geht ums aktionspotenzial der zählen ich brauche in gewisser weise einen großen teil man fragt sich immer warum gibt es das so viel gehirn das gar nichts macht ich glaube man braucht einen großen teil ruhe potenzial im gehirn dass das nicht unter tausend aktivitäten erschlagen wird und darin sich sozusagen wir wissen es wenn wir psychotisch sind dann rast alles ja man kommt nirgendwo mehr zur ruhe wir waren wir waren mit dem kajak unterwegs in orland eine größere insel hatten einen zeltplatz gefunden und werden ich werde mitten in der nacht wach weil meine frau neben mir starr vor angst lag mich ansteckte nichts privates hier das ist im internet starr vor angst und zwar war es war es unglaublich still es war so still als hätte man sozusagen die welt um unser zelt herum weggeschnitten es war so still dass also das leiseste geräusch was wir selber machten nicht sozusagen dass das klinkern klinkern unsere augen wieder sozusagen dass das also so laut wirkte und so von außen schien nicht dass das wir überhaupt keine keine orientierung mehr kriegten dann war dann letztendlich war so der der gedanke dass ich weiß nicht irgendjemand von uns beiden hat dann gesagt wir müssen raus und dann haben wir das selte dann haben wir uns also mühsam aus dieser starre befreit und sind rausgegangen und dann war draußen eine unglaubliche mondnacht das wasser so flach wie es noch nie gesehen habe nicht und kein blatt regte sich es war wirklich absolut windstill und es war völlig verzaubert aber sozusagen der stelle der schreck hat uns so in die knochen gesteckt dass wir also nur halb so genießen konnten wir haben uns dahin gesetzt und haben gewartet nachher sind wir in zelt gegangen also dieses dieses moment der stille eben als die negativ form zum lärm nicht kann genauso bedrohlich werden das kann so so und umkippen weil es auch so eine also das ohr hat hat natürlich eine andere verortung macht sich mit dem zelt was aber dunkel so nicht also genau ja also mit hinweisen also dass man also die 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 sorge oder die furcht kann aus jeder ecke ein anspringen ich glaube das gehirn ist glaube ich in ihrer evolutionär in relativ kurzen zeit so schnell gewachsen das war ist ein problem gewesen sozusagen du hast auf einmal ein riesiges werkzeug an die hand gekriegt und das musste jetzt irgendwie und das war wo ist ja auch unheimlich hilfreich sozusagen bei der also ich bin schaffe mir nahrung und werde geschickter darin tiere zu jagen bin in der lage feuer zu machen dann geht das ganz schnell also sagen proteine eiweiß zu sich tiere und dann zack ist das ganz schnell gewachsen weil es halt sozusagen unheimlich nützlich war und du konntest immer besser deine zukunft planen sozusagen und vorausschauend auch handeln du bist nicht so früh gestorben das ist halt sagen konntest dadurch länger erfahrungen sammeln und immer klüger werden und das ist sozusagen dann in der zeit sozusagen auch diese ernährungsgeschichte dazu führt dass das gehirn einfach groß geworden ist und dann hat das natürlich funktionen gehabt die erst mal sich evolutionär unter kontrolle bringen lassen mussten oder so zu bringen waren und da ist dann halt also grundsätzlich glaube ich feuer das gehirn fast fast gleichmäßig sowieso die ganze zeit wir machen aber nur den fokus auf bestimmte bereiche um sozusagen dass eine konsistente welt überhaupt hinzukriegen also ihr müsst ihr weiß nicht wie weit ihr so drogen erfahren seid ich so ein ganz bisschen aber immer nur einmal das mal lst genommen einmal auch eine kräftigere dosis das war halt schon so ja die konsistenz der welt ist dadurch für drei stunden weg gewesen also komplett inkonsistent alles alles man konnte auch nichts mehr zusammenbringen also ich habe als das sagen das normale denken wir zurück kam war irgendwann klar okay es gibt also es gibt wochentage wasser ich habe kann mich so erinnern an bestimmte momente dass jetzt es gibt wochentage ist jetzt ist wochenende und wir sind hier bei einer party es war nämlich vorher so ich hätte eine extreme zeitdehnung zeit war also völlig durcheinander das heißt das gehirn ist in der lage zeit auch ganz anders aufzulösen ja klar ich hatte halt innerhalb von zwei minuten und ich habe es mit der uhr überprüft dann war man gedanklich immer weggeschossen wie tausend sachen gedacht wieder auf die uhr geguckt ich hätte wenn mich jemand gefragt hätte wie viel zeit ist vergangen halbe stunde bis eine stunde hätte ich gesagt es war zwei minuten oder auch dieses man kommt mit einmal saßen am feuer gucke ich in die richtung hat sich für mich ganz anderes universum aufgemacht als wenn ich einmal nur den kopf gedreht habe und das war sozusagen in der abfolge auch so ich habe mich an das vorher gar nicht mehr erinnert sondern nur ich war ich sozusagen und aber das man hat die sachen auch nicht vergessen es war nicht sozusagen wie ein trunkenheitszustand sondern irgendwie ein anderer bewusstseinszustand und das zeigt mir man kann das gehirn auch ganz anders funktionieren lassen und das ist ja die das ist ja nicht das lsd da irgendwelche besonderen fähigkeiten hat sachen frage sozusagen sondern da werden filter weggenommen genau das ist wichtig filter werden weggenommen und eins gerade diese sache mit der zeit und du hast eben davon gesprochen dass das gehirn eigentlich generell und das ist eine ganz wichtige sache so taktend sendet ja das heißt durch diese art der taktung macht es stellt es eine synchronität hier in der die einzelnen zellbotschaften sozusagen eine zeitliche synchronität ihre sendetätigkeiten überhaupt miteinander koordinieren können ja und wenn 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 das eben durch durch drogen durcheinander kommt das also minuten zu oder sekunden zu minuten werden da braucht man keine drogen führen das kann also es gibt ja auch körpereigene drogen klar ja genau auch drogen aber ja also dass die zeitwahrnehmung dass die fluide ist das ist auch ohne drogen bekannt ja also verkehrsunfall wäre so das typische ne ein schwerer unfall wo auf einmal die zeitliche auflösung eine ganz andere ist ja vierter arm behauptet ja immer dass ich naturbreit wäre also ja genau bei mir ist jede verzögerung einzutreffen und diese sekunden hier ist alles möglich sieht man ja mal wieder bei so einem unfall wo diese sekunden sozusagen an die man sich dann die ganz tief einbrennen muss dann dazu geht in zwei sekunden auch das leben an sich vorüber ziehen lassen weil man denkt ja dann noch mal ganz kurz um gott was und da interpretiert man dann auch wahrscheinlich im nachhinein unheimlich viel rein und da ist dann zeitlich auch einiges durcheinander was ich interessant finde ist dass das jetzt hier thematisch so auf das subjekt also das ist irgendwas mit dem gehirn von den geistern und so ist das gehirn wenn er weiß noch die welt ja wenn er jetzt manchmal nimmt man kann jetzt wieder mit der frage ob man jetzt überhaupt noch von irgendwas reden kann als fakt also wie zum beispiel die physikalischen sachen also was weiß ich was die die klassische physik ob man jetzt ernst nehmen soll oder nicht oder dann halt die neue physik und da ist bei einstein zum beispiel dass der da gar keinen bock mehr hatte auf die mechanik weil das damit dieses also so kenne ich die geschichte weil das war mit diesen spukhaften verschränkungen kam mit der fernwirkung da bin ich dann eher bei einem punkt wo ich bisher mal gesagt hast ich erkläre mir damit eigentlich das was dann auch früher leute mit irgendwelchen geistern halt erklärt haben das heißt ich habe mir schon fast so einen ersatz dafür gesucht dass ich denke ja das ist alles quantenmechanisch ich weiß zwar nicht was da los ist aber das wäre dann nach dem motto wir haben ein sinnesorgan das wir nicht richtig kennen im zweifel irgendwelche elektromagnetischen oder quantenmechanischen wahrnehmungs paradoxerweise sind darüber informiert wahrnehmungs fähigkeiten die denn dazu führen die mutter merkt sind zu hause und merkt mit meinem kind ist was passiert und dann ist mit dem kind was passiert diese geschichten wo man nicht weiß ja ja kann ja sein die denken natürlich den ganzen tag an ihr kind wird immer es wird immer irgendwas passiert sein und wenn dann der anruf kommt baut sie sich das hinterher so zurecht aber von mir aus ich denke ich schließe es mal nicht aus dass es so ist es nutzt mir aber in der wirklichen welt halt im normalen leben nix das wissen zu haben ja aber das weiß wenn du zum beispiel das problem was man ist auch das fehler suche dann wenn dann einer sagt also ich hatte ein kollege da der erzähle ich mal gern der ganzen raum voll mit synthesizer und geräten sonstwas studio die ganzen wände bis oben unter die decke voll mit geräten und er hat dann einen rechner gab das ist auch schon über 20 jahr her aber der konnte damit alle steuern als ein mischpult gehabt und dann irgendwas passiert man sagt er da ist es wieder das jenseits dann war irgendwas in seiner apparaten was für ihn eigentlich unmöglich ist dass irgendeine irgendwas macht von den geräten wo er sagen das ist technisch eigentlich nicht möglich und dann hat er eine erklärung gehabt das war dann das jenseits und du für dich war es dann quantenmechanik im zweifel aber ich sag mal so ich sag mal die das mindestens genauso gut erklärt mindestens genauso gut wie seine geistergeschichte und das meinte ich mit dem geist dass wir heute dass unser geist sozusagen eigentlich die geister band ja und jeder hat so seine eigene art gewisse geister zu bannen unsere unsere wissenschaftsgeschichte ist eine geister bann geschichte hat natürlich eine unheimliche macht auch dann letztendlich und dann geister was jeder geister zu bannen sie festzuhalten sie nutzbar zu machen aus dem ja ja das ist ja blasphemie was hier aber 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 wenn einstein sozusagen an der quantenmechanik das halt überhaupt nicht gefällt weil es halt weil es ja so momenten einführt mit denen man die auch das denken wo man dann ganz offiziell feststellen kann man kann das nicht verstehen man kann es nur hinnehmen das ist das stört natürlich unheimlich und wenn du jetzt überlegst dass diese art der wissenschaftsgeschichte bis dahin eigentlich die wissenschaftsgeschichte der sogenannten objektivität und der sogenannten wahrheit ist wobei natürlich einstein immer gesagt hat wir haben nur ein modell von der welt und das funktioniert das modell er war sich ganz ganz klar darüber ja klar wollte ein möglichst einfaches modell und auch das ist wahnsinnig wichtig weil diese diese einfachheit war ihm klar mit der einfachheit gibt es eine viel einfache umgänglichkeit mit einer das finde ich die doktor ignoranzia das ist nämlich die belehrte ungelehrtheit also die dass man sich darüber bewusst ist dass das gehirn einem streich spielen kann dass du schlecht informiert bist und das überhaupt keine wahrheit gibt und sonst was du bist informiert dass du nicht informiert bist aber du musst trotzdem eine 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 ungefähr abschätzung der situation haben und so wurde das hat das gehirn früher auch funktioniert das gehirn nimmt deswegen kriege ich auch noch mal von dem ruhepotenzial ich habe auch schon mal vorher gesagt das ist unheimlich wichtig dass unsere sinne eigentlich dauernd filter haben wie du meinst matthias weil sie nicht tausende informationen aufnehmen müssen um eine reaktion hervorzubringen sondern nur ganz wesentliche wenige informationen haben möchten mit die das gehirn nicht durcheinander bringen sondern sagen du jetzt reagieren ja das ist ja wenn du neues handy holst und dann machst du einen tarifvergleich im internet ja das ist so eine situation die ist schön meditativ entspannt du kannst die geräte vergleichen das ist alles schon aufgelistet das ist ein total entspanntes entscheiden du bist du bist du bist das ist auch so ein ding also das habe ich das führe ich dann tatsächlich unter der kategorie tarifvergleich ich hatte hier den ab und zu oder mindestens einmal schon mal den metzner metzinger erwähnt thomas metzinger glaube ich so dieser bewusstseinsforscher und der auch relativ deutlich auf dem trip ist der falsche wort aber hinterher ist im sinne von meditationsunterricht in schulen zu machen also meditationsunterricht dass die dass die hirne nicht die ganze zeit überlastet werden ja macht das bloß nicht macht das bloß nicht was denn das ist genau also alles was ich selber gerne angefangen habe von schwimmen bis boots fahren bis meditieren also wie ich kam in die schule und hatte zwei jahre schon über verschiedene quellen mir anregungen gehört dass man wie man meditativ und tiefen entspannt und was nicht alles mit sich arbeiten kann dann kam ich dann fing der regionslehrer an wollte auf einmal zen buddhismus und 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 das war so katastrophal also nach allem was ich wusste war das so ging das sowieso nicht aber nach allem was ich selber erfahren hatte fühlte ich mich enteignet ja und und beim schwimmen war das so leistung und dann muss das schwimmen so gehen und das ganze spielerische war weg also schule darf man das nicht und überlassen du verbindest das ja gerade ideologisch es geht um ja genau ja ich nicht ja aber das ist ja falsch nein du hast die falsche erfahrung dass die feier die schlechte erfahrung gemacht ja die falsche erfahrung ich habe ja korrigiert reden wir noch mal noch mal drehen wir noch mal noch mal ganz kurz ganz kurz bevor weiter redet europa potenziale sozusagen zu fördern damit sozusagen man auch sozusagen seine inneren geister mal wieder ein bisschen besser kontrollieren kann das war ein tastenschwenker ich wollte nur ganz kurz zwischenwerfen ideologisch genau das ist ein sozialer ein außenwelt filter die ideologie so wie wir im gehirn innen filter haben um uns die welt einfach zu machen ja und ruhig zu bleiben ist eine ideologie ein sozialer außen filter das wollte ich einfach nur reinwerfen das war so meine idee eine der schlimmsten sachen die wir überhaupt haben wir hauen uns mit unseren schildern tote das schild ist eine waffe ein angriff und nicht eine verteidigung ist halt wieder die hochgradige ideologie ideologisierung und politisierung sowieso schon von allem das geht mir total auf den zünder muss ich so sagen ich dachte du wärst politisch beobachtet ich hatte letztendlich auch so völlig unnaiv ich hatte letztendlich sozusagen ein telefonar da ging es auch irgendwie um bands und so weiter und ja die sind ja eher links oder eher rechts und ich sage ich sage ich will mich ja nicht was ist sozusagen was das für eine einordnung grad die interessiert mich nicht was ist denn so ob die ärzte jetzt eher links das ist mir scheiß egal ob die ärzte eher links sind finde die musik gut oder die texte oder was ich was macht das aber ordnen wir die nicht politisch eignen was soll der scheiß außer die band will das selbst und tritt damit in den vordergrund als politische band machen die ja aber gar nicht und das das geht mir sozusagen zeit ziemlich auf den zünder weil wir damit natürlich alles in unter bestimmte hauben packen im sinne von das kann man dann gut finden weil es in die schublade diese linke schublade passt und das wieder nicht weil es in die rechte aber was hast du denn an matze zudem causa xavier neidu das hat schön durchgeballert so soll können ja passieren also das ist ja so viele das ist ja nicht erst das problem sondern die idioten ihm den scheiß dann auch noch glauben weißt du so viele sozusagen wie das denn dieses das ist ja auch alles wieder in diese ideologische schublade gepackt wird und dann rennen die ganzen antisemiten dahinter ja so weil er dann halt auch irgendwie jetzt bist du ohne ton andreas andreas iphone andreas ist ohne ton tastenschwenker du hast deinen ton ausgeschaltet bitte ihn mal den ton einzuschalten er ist auf dem handy dann ja irgendwas hat jetzt ja jetzt bist du ja hast extra gemacht damit du jetzt zu wort kommst ja ist also ich glaube genau das ist ist wieder um dieser punkt die leute wollen geisterbahn und weil die die ganze welt für sie total durcheinander ist und sie völlig konfus macht ja brauchen sie gewisse filter da nehmen sie also leute die für sie irgendwie in eine filterfunktion übernehmen ja also ich ich rede jetzt mal in diesem kontext ja kann ja alles quatsch sein das ist so meine die idee von dem naidu oder was selbst der ist als ist ein filter ja auch ein 99 luftballons meine ja schön mit 99 luftballons das ist ein schöner filter den ich mir über die welt mache manche anderen sagen rosa andere sagen schwarz also ich habe ein ein filter den ich also tragisch witzig finde witzig tragisch finde das ist wo diese pegida aufkam ich glaube dass diese wut die da damit die da herrschte und über das wie ihnen mit ihnen verfahren wurde die ganze boshaftigkeit der wirtschafts verbrechen an an der an der ddr oder an der sterbenden ddr und so weiter und aber dass sie sich dann sozusagen zusammenfinden und dann haben die so eine wut dass sie so ein stinke dass sie dem besten stinkefinger zeigen wollen und dieser stinkefinger wird personalisiert als diese rechte klamauk und ihre figur da vorne und die die wird aber dann zum führer und das also dass diese wendung finde ich ganz grauenvoll ich denke diesen stinkefinger zu zeigen hatten sie alles recht und sie hatten auch das recht der presse die ja also auch auch in in vieler hinsicht tatsächlich nur die auch sozusagen wegzuweisen und keine interviews zu geben und sich nicht ansprechen zu lassen von irgendwelchen es gibt genug beispiele war überall wo wo man also ihm die frech auf der straße interviewt wurde oder für irgendwas und völlig verfälscht dann auch in den medien auftaucht gibt es massenhaft nicht und und das das von sich zu weisen da hatten sie alles recht aber diese diese dummheit die diese tragik dann sich diese diese gestalt zu wählen und damit also alles was man wirklich real wollen würde wird auf einem zurückgestopft als rechts das ist also also da aber ich finde auch dass das ein filter war der da genommen wurde julie dass ich mich da jetzt aufgeregt habe der filterraum hat sein das ist nicht der stinkefinger hat den zeigefinger gehoben ja und zwar mehr ich habe am anfang gedacht machte mal was hat das ja alles mit kunst zu tun und das hat mit kunst zu tun weil es darum narrative geht und das darum dreht es sich bei der kunst erzählungen 1 2 3 4 17 haare blondes haare keine ahnung ja ich zum beispiel auch filter und kunst und hin und her ich habe ja zum beispiel ich habe mit diesem blöden frosch also ich sehe in diesem frosch nicht mehr also für mich ist so dadurch dass ich die oft vor mir habe für mich ist es jetzt nicht mehr körper der frosch oder irgendwas für mich ist die sozusagen aus dieser comic ecke heraus gewachsen aber nur für mich jeder andere der darauf guckt das ist die problematik ist mir klar aber ich zum beispiel wenn ich da mit dem käfer und da hatte ich ja dieses ding mit diesem video wo diese pilze von oben so runter kommen und da die musik von strauss dazu und so weiter das ist für mich sozusagen wo ich sage das mache ich total gerne weil das ist so dieses bezählt euch und dann noch mit 2001 ein bisschen dazu und diese das ist wirklich so dass das künstlerisch auch gut geworden storytelling ist das auch und sobald ich aber dieses museum mit dieser konspirationstheorie mache weiß ich das ist wie der ideologisierte scheiß eigentlich sozusagen so wo ich dann auch immer hin und her also ich mache mir da schon kurz gedanken drüber mache es dann aber trotzdem ist auch für mich ganz witzig trotzdem es ist halt kein reiner künstlerische account aber pass auf du das ist so ähnlich wie da dieser spruch von watzlawick du kannst nicht nicht kommunizieren würde ich sogar behaupten man kann nicht nicht ideologisieren ja was du machst kann dir immer irgendeiner das ist richtig aber sozusagen vor allem die alle sind ja auch geschichtenerzähler und die erzählen eine geschichte wieder dazu für ihre seite passt das heißt dass man doch doch pilze sagen darf und ich p wort sagen muss ja und das gibt also bei den bei autoren nennt man das schere im kopf ja das ist die schere im kopf ich finde ganz toll diese sache mit den relativen für mich ist zum beispiel in dem sinne auch wichtig wie dieser unterschied zwischen einer idee und das was was wohl badson brock dem die das embodiment nennt das embodiment hat so viel an sich dass automatisch dein gegenüber aus dir und aus deinem körper heraus so viel heraus lesen kann dass eine kommunikation auf eine ganz andere ebene und komplex fremd vielleicht nicht ganz kontrollierbar aber doch irgendwie sehr 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 anreicher nun und magischen ebene anspricht da ganz kurz dazwischen gehen da bin ich bei heinz von förster über was der über psychoanalytiker sagt dass nämlich nach der psychoanalyse der psychoanalytiker nicht weiß was onkel joe hat oder was ihn bewegt hat sondern dann weiß er was er von dem hält was er da gehört hat sonst ist es nix ja ich halte ich will ich den ausredaktion ist immer dann wieder in denen ich will erstmal auf die die schwierigkeiten mit der kommunikation und wer oder was ist man wegen dass man sieht dass man jemanden ins gesicht sieht und ich weiß genau das ist eine arme seele dass das geht dann so in richtung wie diese wahrsager die dann irgendwie macht ja ich habe ich habe kein wahrheitsanspruch ganz wichtig kein wahrheitsanspruch ich kann sich jetzt nicht angreifen sondern nur die ja ich verstehe aber relativieren auch nur das story storytelling das ja eben früher die ganzen mythen ist ja nichts anderes gewesen da märchen auch ganz wichtig haben ganz bewusst das irrationale element drin das ist unheimlich wichtig weil im prinzip du dich nicht in dem wahrheit wahrheitsanspruch verfängst aber deine dein 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 ganzes gucken hören sehen in aller fantasie anspringt und du mit insofern wach gerufen wirst das finde ich wahnsinnig wichtig dass wir nicht eben in alten das sollen sollen diese dinger ja machen nicht in alten frames bleiben sondern jetzt einen anderen raum betreten in dem alles möglich ist hohoho ja der aber als storytelling etwas an sich hat er ist unheimlich aber nicht bedrohlich wie heißt das im österreichischen die lage ist ernst aber nicht hoffnungslos aber nicht hoffnungslos oder das umgekehrte guck mal das mal kurzer ausflug bei filterraum auf dem bildschirm zu sehen ist das ist schon ich da habe ich das ist ein frosch vor dem schokobus schokobus und das habe ich bei dali reingeschmissen weil ich habe heute ich habe heute den zugang gekriegt das ist nur das bild bei dali reingeschmissen nichts eingestellt ging doch gar nicht groß und dann macht varianten draus und er hat interessanterweise diesen sascha lobe ihre kese draußen die kulturelle aneignung einwandfrei hast du das mit märz mensch dauern bis auf anderen wege das dann das kann man da kann man sich selber anmelden das hat bei mir jetzt nur eine woche gedauert dann hat man ein paar dinge frei so die ersten 50 ja und dann ist aber 100 dinge kann man dann machen für 15 dollar oder so also irgendwann hat man ist man ja auch ein bisschen satt ne man macht das aber wahrscheinlich werde ich einmal ein paar kaufen damit ich mal ein bisschen rumspielen kann noch weiter und dann ist es aber aber ich finde es sozusagen die geschichte im sinne von ich hole mal aus der maschine das raus ja ist für mich so okay ja haben wir jetzt genug gemacht haben jetzt dieser ansatz im sinne von ich schaffe erst mal eine 3d grafik eine visualisierung die ich dem dann zum fressen gebe und guck was dann passiert das fand ich jetzt hier mit dem das heißt du hast dann keine keine prompt noch eingegeben wenn du mal hochscrollen und dann gehen wir mal rund oder das guck mal ein bisschen runter in dem ding weil das original bild ist dann klickt man drauf ja das obere das obere einfach nur das obere habe ich reingeschmissen jetzt habe ich hier ja ja passt aber das obere habe ich reingeschmissen da ist ein upload ist ein upload da ist nur dieses bild reingeflossen und dann ist das untere habe ich reingegeben nur die grafik nichts anderes nichts eingestellt und er hat daraus diese varianten gemacht das finde ich so als herausgucken was passiert aber nicht ja sogar angeben mit welchen mit welcher kamera mit welchem objektiv oder was ne habe ich gesehen also war es mir nicht aufgefallen mag sein aber ich habe da so ein bild gesehen da habe ich mir gedacht ach so dass man selber sagen kann noch im text text wie es denn ist also hier ist es beim bild upload ist es so da kann man halt so vorgehen entweder das bild reinmachen und er macht sofort varianten aus variante b ist ich nehme dieses bild kennzeichne noch einen bereich also den kopf zum beispiel und sage was ich da gerne hätte das größere augen zum beispiel kannst du sagen oder ja oder ich habe jetzt einfach ich hatte das sondern die sahen aber nicht so schön aus wie die hier weil die sozusagen native aus der nur aus der grafik kam dadurch dann den kopf markiert und geschrieben smiley lächelnden frosch sondern bereit macht hat einen anderen froschkopf der aber nicht so wollte er sieht cool aus ja so knet massen mäßig ja genau ja das ist schon und das ist da werde ich noch ein bisschen mit rumprobieren ob da jetzt was bei rauskommt weil ich habe ich bin ja eher so ein ja ich habe es ganz gerne unter kontrolle die sachen alle und so im sinne von hier kommt jetzt und das und das bierglas unten ist aber auch ideologisch matze das ist voll ideologisch ja aber aber unten das bild was sie reingeschmissen habe und nichts dazu geschrieben hat ja ist ja das mit dem bierglas oder frosch in dem bierglas schwimmt das unteren das das hier ein bisschen das klein immer so das kleine das habe ich das ist reingekippt worden das habe ich reingekippt und rausgekommen ist ohne weiteres zutun dass wo er da irgendwie diesem stoff ding da rein krabbelt dass darüber dass wir da zum raum anzug an wie immer haben wollte und das sind natürlich muss ich mal so sagen erstaunliche ergebnisse das lässt sich auch alles ganz einfach erklären auf welche kulturellen marken da jetzt gesetzt wird semantisch kann ich das alles bei dal i sind all die filter die wir als menschen haben die sind alle raus der macht einfach was hätte da sind die filter aus der fahrt der denkt alles gleichzeitig und zeigt ja pass auf dann ist das ja wieder dann ist dieses deep learning hat praktisch eine brücke dann also wieso als ob die zeit zum zeitloch aufgerissen wird nur so ein wurmloch ist das ist die learning ist jetzt praktisch die geisterwelt wieder im spiel und das ist sozusagen die die sozusagen die die visualisierte welt alles was gezeichnet und aufgenommen und hin und her wurde ist in diesen geist reingekippt und man kann versuchen da sachen rauszuholen wie aus der traumwelt wo alles kombiniert können kombinierbar ist nach stichworten wie ist das von google noch das wo die bilder alle so aussahen wie bei einem lsd trip oder so ja das war auch so neuronale netz geschichte aber das waren so die ersten neuronalen geschichten wo die ganzen augen dann drin war ja genau wo jetzt endlich ergebnisse von deep learning und hier zum beispiel hier ist man nur text eingegeben und nämlich der text da oben der da hieß back in front of a klar weil ich wollte mal was da ob da lieben mir helfen kann so eine grafik zu erzeugen die selbst von hand gemacht habe also ein froschen im bierglas und davor aus dem käfer und das musste ich so schreiben als ich geschrieben habe als ich das umgedreht hatte die satzformulierung frock im glas da hat er mal den frosch außerhalb des glases gemacht und bei der formulierung kann dann dieses mit ausgeworfen das vom motiv werden natürlich nah an dem ist was ich ja ja mal gucken das ist ja auch wieder propaganda das ist so typ plakatwerbung und propaganda ja aber guck mal er hat sich wirklich der frosch hat sich mit mühe geben den käfern zu erklären wie ihr da sein zu herzuleiten ist ach so ja also trotz anschaulicher präsentation sie ist ja mit flip chart und so weiter ja in den käfer warte mal schien den käfern der vom frosch dargebot einer erklärung für ihr da sein nicht sonderlich glaubwürdig ja und deswegen das haben sie dem frosch dann erzählt und dann ist der frosch natürlich hochgradig enttäuscht gewesen und im nächsten bild ist dann halt haben sie aber bratschlacht wie den vortrag zu verbessern damit sie ihm ein überzeugender wieder kontakt zur basis aufgenommen sozusagen frau mal die basis einmal freie manchmal kann ja auch über die sachen auch selber ein bisschen schmunzeln das ist ja auch immer das ist ja auch wenn ich wenn ich das so mitgekriegt habe für manche echt die malen irgendwas und jeder guckt und sagt hey was das denn oder der mal irgendwas und schreibt dazu noch einen roman am besten noch hier wieder andreas fängt an zu poetisieren da und dann aha plötzlich erschließt sich das irgendwie und das halt auch die frage bei der scheinbar bei der bild betrachtung da was weiß ich das auf dieser facebook gruppe ich habe da nur immer von gehört aber dass die sich dann gegenseitig den kopf einschlangen was sie alles sehen was sie nicht sehen und so wenn du ein bild mal schreibst du am besten genau hin was man da sieht und was man nicht sieht genau also hier habe ich ja komplett das framing gemacht sozusagen gut jetzt ist natürlich auch das mit dem flip chart und dem doktor hut irgendwie ziemlich doll unterstützt was ich da auch sagen wollte oder geschrieben habe dann das war aber ich wusste ja irgendwann hatte ich den text auch und dann wusste ja komm setze ich mal noch einen hut auf das ein bisschen schön übertrieben wird ja aber wenn du das narrativ in dem plot sozusagen kurz anreißt aber das sehr schnell direkt das verstanden heißt es gibt aber auch leute die malen etwas nach guckst du jahrelang drauf nur sie ist es noch nicht was er dazu erzählt hat aber das mit dem erzählen finde ich ist gerade eine spannende geschichte weil eigentlich ist die die diese gesamte kunstwelt nur so voll gestopft mit den unterschiedlichsten narrativen und das ist eine zeitlang verboten war für künstler diese narrative zu liefern zweitens wenn ein künstler narrative liefert das mache ich ja dann fallen die natürlich genauso unter das werk und sind im zweifel zweifelhaft und müssen wieder selber noch mal gedeutet werden und so vermehrt sich das das kann man damit dann eben ab absurdum führen indem man also und wenn dann gleichzeitig noch vieles davon irgendwie doch ernst gemeint scheint oder ist oder weiß man nicht mehr dann dann geht das zu so einer quelle nicht wo das grübeln so ist wie vor einem rohrschach klecks oder vor einer wüsten wirren der realität oder so wo man wo man sozusagen selber neu anfangen muss und von daher finde das eigentlich eine ganz gute technik nicht also dieses dieses und und dann finde ich beim publikum interessant wenn die sich dann rauswinden das heißt wenn die dann sagen ja ja das erzählt der künstler aber ich sehe das mal ganz anders und wie kann man es denn noch anders deuten und auf demselben material und solche prozesse wenn die ablaufen finde das eigentlich ganz gemäß auch zeitgemäß weil es nämlich dauernd so ist nicht dass man sich immer irgendwelchen narrativen entwindet nicht also zum beispiel wenn ich werbung im fernsehen sehen bin dauernd dabei nicht zu entbinden nicht wie viele leute ich das wie wie kann ich es knicken wie kann ich das verwenden aufblähen oder so nicht alles gibt ganz viele möglichkeiten und so gehört für mich also heute eigentlich die die verbale aber eigentlich jede art von äußerung gehört nicht mit da rein dass es gibt für mich eigentlich keine keine wirklich reine reine gattung mehr nicht so es muss alles daraus hinaus wachsen kann man ja wenn ich von der einheit herzustellen von der musik waren sie zum beispiel tschakowsky andreas das ist ja auf jeden fall da muss man sich ein ballett zu denken oder es ist tatsächlich so er hat es als ballett musik geschrieben und ich meine ich habe früher mal ballett getanzt und ich kann berichten dass die also in der jugend letzte woche noch ja dass die tschakowsky hat etwas in seiner musik was wunderbar ist weil er es seltsamer weise den körper mit seiner musik in einer in einer vielfältigen art trägt ja in einer vielschichtigen art trägt er lässt so viel raum für ballons ja das ist ungeheuer erstaunlich andere musik ist unheimlich schwer zu tanzen dagegen und das hat aber dann auch damit zu tun dass natürlich mit modernen zeiten gibt es ganz andere arten von von musik und es gibt ganz andere arten von von tanzform ausdrücken wie man sich bewegt und so weiter aber wenn man das auf das klassische ballett bezieht das ja abgesehen davon dass es immer ganz zentral perspektivisch auf auf sozusagen den könig ausgerichtet sein sollte da waren früher die die tanzböden sogar nach schräg nach vorne dass man man sollte immer in richtung könig tanzen egal wie man stand ja geht es da um die hohe equilibristik große sprünge und so weiter kam kam auch immer mehr dazu aber es ist das ist ja eine körperballons sache ja die das wenn man das gemacht hat weiß man dass das das a und o man steht da ein bisschen rumhebt langsam das bein hebt die arme so ein bisschen hin und her und ist am schwitzen bis zum geht nicht mehr weil diese langsamen bewegung das ist so ein bisschen wie wie shigong ja nur in in sehr europäischer form dann womöglich eben noch auf die spitze getrieben ja meine güte ja die leute sind so wahnsinnig hoch trainiert dass sie also nachher auch tatsächlich wenn das ballett aufhören wie hochleistungssportler sportler sportler ab trainieren müssen damit sie da nicht irgendwelche gesundheitlichen schäden vortragen also schaikowski trägt enorm das ist erstaunlich er trägt bewegung ja ja was kann man wenn man jetzt zum beispiel so eine musik nimmt was ich hatte samuel barber da wie adagio strings vor adagio strings da angeblich laut wikipedia das traurigste lied der welt john f kennedy beerdigung gespielt ich meine es gibt vom bach gibt glaube ich was ist das noch was auch gang bei hochzeiten und beerdigung gespielt wird oder ja gibt es wahnsinnig viele sagen als trauer und tröstlich ist zugleich dieses schreitende das hilft da alles jetzt gehst du hin und tust das reinterpretieren und machst daraus ein tralala lied das ja aber warum nicht wenn es schön klingt die erste intention da was sich da jemand bei gedacht hat ja es ist wir sind ja geht ja um die frage der adaption diese freie adaption das heißt dass man sich auch dinge aus aus anderen werken klaut ja das war eine musikaufgang und gebe die haben ja früher voneinander gelernt indem man den malstil gelernt hat oder den komponierstil hat man ja genau das gelernt das war tradition ja dass das ist sozusagen rückblickend diese sache der individualisierung dass man jetzt von diesem individuum sein werk klaut also wurde früher nicht gedacht ja das hat sich schon sehr verändert vielleicht wenn genie kulte das individualisieren oder was auch immer ja ich halte ich habe ich habe nichts dagegen gegen das adaptieren warum wenn es gut gemacht ist wenn es eine eigene aussage hat ja was ich ganz schlimm finde sage ich mal sind diese alten aufführung von die frau führung von opern ja ich habe das irgendwo gestern oder so noch gerade geschrieben und das da kam ich nur drauf weil stefan gesagt hat hallo ihr ihr künstler warum ist denn mein 11 war euch noch nicht angekommen in der kunst und ich dachte nur oh gott es gab opern regisseure die haben über mehrere jahre solange sie es konnten alle inszenierung in schutt und asche gelegt ja aber wirklich wortwörtlich überall musste schutt und asche rumliegen ja da denke ich ja ja danke also einmal ja zweimal aber tschüss ja weil was was heißt adaptieren ja man kann heute einfach nur so flex dazu setzen ja das geht heute alles furchtbar einfach und ich denke mal dass was man matthias erzählt hat das interessante ist dass das was eigenes macht und das kann anregend sein weil auf die kombination wäre man nicht gekommen ja das ist es gibt aber genau so einen großen unterschied zwischen zwischen rein akustischem instrument und den ersten ich mal sage mal dx7 wo du diese vorfabrizierten klänge hast die waren echt anregen man denkt war wow ist im verhältnis zu einer einem hemmend orgel klang also das nutzt sich wahnsinnig schnell ab und das ist das immer ja ja abnutzen oder wo man sagt manche werke sind so dass man sie ewig spielen kann da ist halt die frage na ewig ist natürlich eine lange zeit also jedenfalls sich sehr viele jahre mit beschäftigen kann und findet immer noch was neues das sagtest du ja michael es gibt so werke da denken die leute also alle möglichen dinge rein und kommen immer noch nicht drauf ja ja aber es gibt eben den kick der anregt und da sind wir glaube ich bei den geistern der wenn der wenn der der künstler selber in dem moment begeistert ist dieses worte begeistern das muss jetzt nicht dass man sich echauffiert und nach außen alles knallt aber dass da etwas ist was ihm anregt und ihn weiter treibt und weiter zwei dann ist das ein moment der hat unheimlich viel glaube ich mit diesen geistern zu tun ja mit der geister wird der jetzt mit der selbst gedachten geister welt oder mit einer realen geister welt ich tue jetzt das natürlich schon wieder quatsch wenn man ja wenn es ja sowieso ich war andres oder ich mal versuchen ich würde mal ich mach mal kurz ja ja weil weil es auch eine überprüfung meiner interpretation deiner geister welt ist die du nennst sozusagen die geister die in uns herum lungern ja genau die rauszulassen sozusagen die nicht im sinne von ja geister wie hier mit was ich keine eigenen also keine kein bett lagen über dem kopf sozusagen sondern halt er so die geister die in uns stecken oder in anderen stecken die ich würde sagen keine eigene entität richtig der predation mehr andres also ich muss mit also herrn grochtmann kommen doch dann war ein jugendrichter bei uns in reger wienbrück also der stand auch bei jedem wegekreuz erstmal stramm und hat gebetet der hat eine doktorarbeit geschrieben über wunder und er hat gesagt also da die naturwissenschaft mit wunder nicht umgehen kann bei wissenschaft kann ich mit singularitäten müssen wir eine andere wahrheitssuchung suche finden und hat gesagt ja das wäre die juristerei die legen die die ja nehmen mit ihren beweisverfahren haben die ständig mit singularitäten zu tun und wenn wir jetzt die wunder angucken die im mittelalter und so weiter passiert sind finden wir das also tatsächlich bei ganz vielen dieser wunder eine akribische beweiserhebung stattgefunden hat weil die amtskirche da sehr empfindlich war wenn da irgendeiner mit wundern um die ecke kam ob das dann auch gemäß wäre und sehr starke filter und dann hat er gesagt ja die wunder beweisen sich über diese verfahren und hat gesagt also dann hat er also bezug genommen auf thomas thomas s kuhn und so weiter hat gesagt nie wie steht wissenschaft gegenüber diesen anderen hat und also eben von dort her also nachweis geführt dass eben wunder real sind und geister real sind in dem sinne mit dem wir auch indizien für reale fall für die reale fälle quatsch genau verbrechen anhand von indizien für regal halten so genau gehört praktisch zum kohärenten weltbild dazu dass es geister gibt genau ganz eindeutig wie wie auch immer nicht und wenn man sieht wie stark zeugen aussagen verfälschbar sind nicht durch durch leichte umgeben veränderung der umgebung hat man schon als eine andere art von erinnerung und so als es gibt aber das ist dann wieder auf das subjekt dann bist du wieder bei dem subjekt ja es ist aber dann vielleicht nicht mehr so von der außenwelt verschieden also diese diese subjekt objekteilung ist sowieso etwas ja gerade angesichts von geistern noch mal drüber nachdenken muss nicht also wichtige sache wenn früher geschichten erzählt wurden dann wurden die geschichten nicht auf papier geschrieben sondern man hat so meinetwegen ums feuer herum gesessen oder sonst wie es war eine gemeinschaft das heißt dass geschichten erzählen war immer auch ein gemeinschaftsbildendes ja dass diese entfernung die wir einnehmen durch durch die abstraktion die hat ja ihre eigene wirkung auch ja oder eben unter unterlassung von wirkung und ich glaube wenn 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 du diese riten die es gegeben hat was war denn das hier bei mir klingelt niemand die riten die es früher gab die waren ja auch in griechenland die waren ja nicht einfach nur hell und lustig da gab es ja auch äußerst dunkel ja und die also wirklich die ängste vorgetrieben haben ja gerade gerade bei bei initiationsrieten und so weiter also da ist das das ist aber gemeinschaftsform dann als solches ist das auch ganz bewusst glaube ich mit dem ganzen tempel und allem ganz bewusst geforscht worden ja und ich glaube das moment ist sehr sehr wichtig das ist aber nur ein aspekt ja und dass die geister es gibt gibt ja dies natürlich müssen wir zum beispiel etwas dekonstruieren und da haben wir geister die mögen überhaupt nicht wir wollen etwas wirklich so wenn uns ein problem zu groß wird brechen wir das so in kleine knochen bis was zerbeißen und zerkauen können ja aber es gibt eben auch das umgekehrte dass wir ja eigentlich auch aus einer traumwelt kommen also vieles was wir in eine vorstellung hinein projizieren ist eigentlich eine traumtätigkeit ja da bin ich wieder bei der doctor ignoranz ja also es gibt berichte über beerdigungsrieten in südsee inseln und so wo es tatsächlich gesamtverschmelzung erstmal gab es verkehrte welt also in dem moment wo der könig tot war war also tatsächlich der anker raus und die wirklichkeit sehr viel aber gleichzeitig war es auch dass dann eine unglaubliche verschmelzung der individuen zu einem stammes subjekt stattfand also psychisch oder wie man das das sieht ja weit über psychisch hinaus die welt selber kommt in einen völlig anderen zustand und das finde ich eben auch sehr sehr spannend dass das eben dieses dieses mittel die wird das wissenschaft einsetzt eben die zustimmung der anderen die bestimmte arten von rationalität und so dass das eben alles und fluide werden kann nicht und und dort ist dann eben mit der mit der wahl des neuen königs damit in dem moment da wurde es richtet sich die welt wieder ein nicht und dann vermute ich etwas anders und diese ausnahmezeiten sind aber etwas was also sozialität nicht zerstört sondern konstituiert weil man sozusagen den auf den aufbau prozess aus dieser wie auch immer empfundenen lage dann muss man gucken als es herrschaft und ich habe das dann noch ich habe das letzte mal wieder in wegen einer anderen sache in der hand gehabt und ich fand das fand das ach so genau weil weil fluidität und verschmelzen von seifen was mich auch beschäftigt und ja gut also das wollte hier also unter die die ganz großen geister nicht und wo eben so sachen die diese euphorie zum ersten weltkrieg hin nicht kann man ja auch unter so etwas nehmen oder die art oder was unsere gesellschaft opfert nicht also zum beispiel kann man sagen also kinder werden geopfert weil auf die keine rücksicht genommen wird es wird also kindheit und kinder oder eben verkehrstote nicht also wie viel verkehrstote war uns der verkehr wert nicht also was ist dahinter und da 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 kommen kommt man auf relativ archaische wurzeln nicht die die ja geisterhaft oder gespenster haft oder so sind nicht also lassen sich alle anders erklären natürlich also das wirklich das macht aber nichts folgt ganz kurz auf etwas von dir vom anfang hin wo du sagst das sterben des königs und das die gemeinschaft sozusagen in diesem königsbild so in dem was da erscheint ihm vereint ist gibt ja diesen satz von von dem zimmermann dem christlichen macht nachher christlich vereinnahmten zimmermann der sagte wo zwei von euch an mich denken da bin ich unter euch ich kann aus erfahrung sagen bei einem letzten begräbnis von der tante von mir waren ganz viele ich habe die tante urlange nicht mehr gesehen ja waren ganz viele eben die sie kannten anwesend und tatsächlich wir haben etwas darüber geredet aber es ist so dass das wie ich sie erlebt habe alles wirklich in mir aufwachte ja und ich sie wirklich anwesend spürte und ich glaube das ist etwas sehr wichtiges dass wir als gemeinschaft ein verstärker sind wo 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 dinge die bei uns sozusagen vielleicht im gehirn irgendwo abgelagert sind verschüttet sind oder sonst wie dass es leichter ist in gemeinschaft projektionen wieder oder erfahrung erinnerung wieder hervorzubringen ja und ich glaube das ist das ist ein ganz ganz wichtiger teil der sich unterscheidet von dem einsamen denker der seine der sich deswegen an seine logik festhalten muss der hat die magische welt nicht die magische welt hat wahnsinnig viel mit der gemeinschaft zu haben also ich habe etliches etliche also gerade bei nahen toten wo ich tatsächlich also auch wenn ich fern war war plötzlich war also eine präsenz da das glaubst du gar nicht wie wie heftig und auch teilweise die wegbestimmend was gerade in einem fall da sehr und da bin ich ziemlich ziemlich unempfindsam gegen rationalistische einwände einwände ja und ich muss leider gleich noch noch steuer zu machen und sonstige pflichten gleich aufhören ich wollte nur noch einmal an eine sache anknüpfen vor weiß nicht in drei kunst talks zurück habe ich mal darüber gesprochen wenn ich zusammen mit jemand anderem musiziere dass ich sozusagen ein ein raum wahrnehme körpernach ja und dieser ich bin sofort fertig ja und dieser körpernahe raum wenn wenn das die bitte ja danke dieser körpernahe raum wenn musizieren das beide machen passiert etwas dass man nicht nur noch sein eigenes instrument spielt sondern in diesem körpernahen raum spürt man eigentlich die verflechtung in bis fast objektiviert und doch überhaupt nicht weil es ein richtiges empfinden müssen körperempfinden spürt man das miteinander der klinge und das darf ich nicht einmal ganz kurz stoppen damit damit ich die zeit du dir jetzt opferst für mich noch kurz das ist weil ich würde dich einladen für zwei sachen einerseits hinter mir habe ich von dem andré rieu sozusagen ein 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 hinweis auf wie die topologie topologie und das was ich schreibe zusammenhängen da wäre genau das das würde passen und dann wenn er der graber eine sehr gute bekannte die würde gerne aber dann wahrscheinlich ohne ohne dass es gesendet wird kommen zu dem zu diesem zu dem thema wie wie wird therapie durch zoom beeinflusst sozusagen da würde ich würde ich wenn wenn das ist werde ich das sagen dann dass dann vielleicht was das gerade dafür zu kommen nicht also viele der argumentation nur das um zu sagen ich wollte diese einladung nämlich auf jeden fall noch los losgeworden sein also natürlich noch und also von daher wollte ich bevor du jetzt aufbrechen musst wollte ich das noch schnell rein ich muss ja mach es gut du machst auch gut andré ja dankeschön tschüss ja genau andré rieu ich muss auch es also es hat nur fünf sekunden gedauert oder drei aber ich muss erst mal den twitter andré rieu auf die reihe ja genau den genau und zwar hat er sich auf eine sehr intensive nette weise bei mir eingemischt über das thema topologie von möbius band und der kleinscher flasche und hat also mir ein ein mathematik kurs auferlegt der ein bisschen hoch für mich ist aber wo ich dann tatsächlich tapfer rein höre und trotzdem ist es sehr erkenntnis treibt also wenn ich vielleicht ganz in seinem sinne aber den würde ich gerne einladen weil ich über diese einmischung äh gerne mehr erfahren möchte nicht also weil er sagt ja sozusagen so äh du kratzt ja nur an der oberfläche nicht wäre wenn das jetzt automatisch äh ja das ist würdest du es nämlich äh ja noch viel schlimmer noch viel heftiger wäre also da würde es erst richtig losgehen äh aber da ich das nicht kann äh bin ich ja äh kenne ich ja jemanden nämlich ihn der einem das äh sozusagen dann versuchen kann einzuholen äh und ich als als gegengabe habe ich ja dass ich mich tatsächlich äh darauf einlasse wie man da oben sieht und äh das habe ich deswegen in den hintergrund gestellt weil ich das heute eben proklamieren wollte dass ich den gerne eingeladen hätte und vielleicht sogar und das wäre natürlich noch das allerstärkste der typ den er da äh den er da nennt na oder wo die wo die judo diesen youtube der diesen youtube macht nicht der der heißt roman sauer und vielleicht den auch weil ich finde die der endet nämlich genau da wo ich anfange das heißt auch der aber instrumentalisieren oder natürlich natürlich du machst jetzt ja ein programm da ja wir machen programm wir machen themen endlich wir machen wir machen wir schaffen anlässe es gibt einen anlass und da könnte man ich hätte da eine idee ich kenne also würde ich gerne machen ja aber so ein festival lass uns so ein festival machen festival für die kleinische flasche kleinische flasche 2025 2025 und die das machen wir machen wir genau in dem datum wo katharina von zimmern ist na das wäre genau bei mir wird ja sehr darauf auf sehr genau beiträgt na gut eine stunde vorher fangen wir eine stunde vorher eine stunde vorher Matze was ich will ist nur dass wir da drei Jahre lang vorher immer auf twitter reden können da haben wir drei jahre schon mal dann bin ich ja von dem thema schon längst weg wahrscheinlich also wir können ja sagen möglichst wenn wenn die webseite hoch geht dann machen wir das kleinisches flaschen festival salzgriechen klein schlasch klein schlasch fest nein das muss das müssen wir jetzt nicht in detail ausarbeiten aber ich wollte nur sagen dass das das ja reizen würde und ja ich werde damit mit 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 der einladung dann sind ja die personen wie das ja schon so oft war dann träger der also die eingeladenen gäste und wer dann alles da ist tragen ja dann doch die weniger existierende thematik durch nicht also und vielleicht auch weniger wir hatten da pass auf das könnte man auch wieder als so ich versuche das mal zu generalisieren phänomen und zwar ist das das gleiche wie man beim salzgriechen ja auch mit dem chemiker reden können und so und so der uns das genau oder dann ist man dann plötzlich wieder was weiß ich also dass ich weiß halt nur dass ich das gesehen habe wie der andré rieu dem stephan erklärt hat wie das damit der loss auf form geht da hat der andré rieu sich angeblich ein jahr intensiv darauf vorbereitet und hat dann mit dem stephan dies gespräch geführt aber der stephan ich meine ich bin auch nicht weit weiter viel weiter als er aber der hört ja schon bei bolscher algebra ist schon halleluja also ich habe aber also das finde ich fand das so liebevoll wie er diese diese sequenz kommentiert hat und bestimmte momente in den videos rausgenommen hat kommentiert also ich fand das so so zuvorkommend auch auf mich und er hat ja noch gar nichts von mir gelesen außer diesen paar schnitzel die ich da immer bei twitter mal rein tue ja wie gesagt sport das jetzt einfach generalisieren dass er halt auch dass das ganze halt bei loss reform sehen er erreicht da einen abstraktionsgraden sein also wenn ich das mal als storytelling sehe ist mir das persönlich halt mir mir ist das schon so anstrengend also habe ich schon vorher so durchzug gestellt aber nur gattern und ganz gattern und weiß der geier was und so ja gibt aber in dem moment wo aber in dem moment wo da sozusagen eine begründete und zwar aus den realen kleinsten flaschen begründete fragestellung kommt nicht die ja sozusagen einem einen naiven handhaber schon kommen kann und dann aber als anforderung so dass man das umdreht nicht mehr sagen hier ist ein forschungsauftrag was ist denn wo wäre denn jetzt sozusagen der punkt wo das noch mal anders gedreht werden kann oder wo es dann noch mal in tiefen geht die der mathematiker sieht und wir nicht dass das wäre glaube ich in der fragestellung die uns nicht einfach ausliefert oder mich nicht einfach ausliefert wenn es dann doch so ist dann hat man ja eben noch mal eine wissenschaftserfahrung mehr gemacht so aber die 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 chance ist vielleicht gar nicht schlecht auch zu sagen auch zu begründen warum die eigene fragestellung obwohl sie sozusagen in anführungsstrichen simpel ist simpel erscheint trotzdem meinetwegen für die qualität einer metapher entscheidend ist oder so etwas nicht und dass man dann dabei unterstützung kriegen kann ist aber wäre das schon nicht schlecht so ja was dann passiert ist halt ich deshalb wollte ich das ja für mich jetzt für meine erklärungsmodelle kann ich das schon so ein bisschen generalisieren dass man das immer hat man fragt dann so ein experten erzielt einem kauder welcher das wie wenn was weiß ich wenn da mit einem echten eingelesen marxisten oder kantianer der abzieht alle register und du sagst aha ja das ist dann die konklusion ja die schritte dahin was hat sich jetzt für mich geändert in meiner beziehung zu kant oder marx und es war total interessant und dann dadurch dass wir ja nicht nicht dumm sind haben wir trotzdem an vielen stellen die diskussion vorantreiben kann oder matze hat 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 wunderbare ernüchternde der momente reingebracht als ich wird wird da uns nicht zu 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 sehr unter den scheffel stellen oder so nicht also ich sage nur dass das das ist aber klar dass das ist das typische wurde klaus sagt fragten experten ich meine das alles ja aber ja nicht um durch die wahrheit zu erfahren nein ich meine nur dass man das halt auffällt weil man ich habe heute zum beispiel so ein ding gesehen dass an angeblich in der audio vielen welt die mit mit vinyl noch extra vinyls kaufen die angeblich dann nicht irgendwo mal eine digitalisierung miterleben sondern die von analog auf die windel kommen ganz teuer platten gekauft und die firma die star etabliert hat die letzten jahre musste jetzt leider eingestehen weil einer geplaudert hat dass in ihrem arbeitsprozess doch eine digitalisierung jetzt ist die ganze viele gemeinde ist in aufruhr tief geschockt ja weil sie weil weil sie ja jahrelang genau das raus gehört haben ja genau das ist halt alles analog ist und das ist genau das ist also im grunde wollten die grammophon und haben aber grammophon mit verunreinigtes grammophon gekriegt sozusagen mit dem chip drin aber ich meine ade grammophon dazu und wie wurde denn die wie waren die ja das analoge bei diesen high quality diesen ganz großen tollen späten pressungen nicht da muss ja irgendwann diese dieses diese matrize muss ja irgendwann erzeugt werden dann macht man mag nicht mal drauf zeichnen und dann macht man abspielen wieder auf die platte auf die maß auf die höchste master master platte ja also das ist sozusagen und von der wird dann gedruckt und analog ist dass das eine eben nicht digitalisiertes band ist sondern ja also muss halt über die vorher war es halt mikrofon da das signal rein kabellage und magnetband und magnetband ist analog weil es da nicht rein keine bits und bytes sind die jetzt an und aus oder die sonst weiß ich 256 lautstärkestufen oder was ich was haben sondern unendlich viele und auf dem magnetband sind und deswegen ist es halt analog also da schon ganz kurz hier ein bisschen experten spreche lautstärke ist bei midi ja das ist aber ja die tag hast ja mehr als 256 lautstärke wie viel ist denn mp3 lautstärke stufen durch lautstärke stufen keine ganz schön jetzt ist ja auch kommt auf den oppressionsgrad an denke ich mal dann die sample rate noch sonst müsste eigentlich auch mit der sample rate zusammenhängen weil das ist ja quantisierung wird es ja sein was hier wie bei mir bei flächen bei lautstärke stufen wie fein sind eben wie gerade grad gradiert sind denn diese ganzen feinen übergänge also wie viel ja der quatsch ist ja wenn die jetzt so andreas du willst du überlegen neuen fernseher oder so ne habe ich auch erzählt denn diesen quatsch was heißt quatsch aber ist halt so wenn du im fernseher hast und du musst entscheiden 84 oder 8k 8k wenn jetzt so ein riesen fernseher saßen guckst davon sonst wo weg ja aber wenn du direkt so normalen wohnzimmer den vor der nasa hast du siehst also von hd zu sd zum beispiel hat netflix hatte ich ein abo auf sd das war es günstig aber und dann gab es ein höheres das habe ich aber eigentlich geholt weil mein sohn auch gucken wollte und wir haben gleichzeitig gucken wollten und da habe ich festgestellt dass ich jetzt hd habe und vorher habe ich die ganze zeit in sd geguckt weil sich das niedrige ja ist dann noch das ist noch vor vor dem ganzen 16 zu 9 hd wandel noch mal früher diese 4 zu 3 und dann halt denn in sd also ich sehe dass da ganz egal also hd im angebot also er am verschwinden ist sozusagen nicht mal dafür karl schon fast standard aber hd ist meiner mann nach völlig ausreichend für den fernseher den du von nasa ja ja also ich bin da auch nicht so da hinterher mir kommt darauf an dass ich dann eben mal umschalten kann aus dem programm raus noch mal harte nachgucken oder in sowas ja und ich habe ihn auch gar nicht mal so hinter netflix das macht das alles nur noch teurer und das argument ist eigentlich psychophysik auch an also das was ja auch bei mp3 drin ist ist einfach die tatsache jetzt ist rede ich mal von fakten sozusagen tut mir leid ich tue mal so als ob es fakten gibt und da gibt es halt das fakt dass unser auge nur eine gewisse auflösung überhaupt erreichen kann und die unterschiede wahrnehmen kann alles andere genauso wie beim hören gibt es halt dann in einem analogen signal was weiß ich was für ein freckenspektrum und digitalisierung eingeschränktes spektrum aber das ist immer noch viel größer als das was du real verarbeitet das ist der punkt erst beim audio ja genauso wobei also ich finde das schon faszinierend dann einfach ein grammophon das vom reinsingen in den trichter und zum abspielen über den trichter na sozusagen so eine weiche platte ritzt das ist ja im grunde hat eine hat eine informationsdichte eine ungeheure informationsdichte weil ja im grunde der schall unabgestuft so wie er ist einfach diese diese membranen vibrieren lässt nicht und die gleiche membran wird wieder zum abspielen genutzt und da ist ein begriff von unendlichkeit im spiel der der durch keine digitalisierung aufgehoben werden kann weil die stufigkeit ist eben die stufigkeit da geht es ja nicht darum bei der digitalisierung dass irgendwas aufheben wird sondern dass du es besser kontrollieren kannst und halt kopieren kannst ohne verluste und so weiter und wenn man halt genug stufen einbaut glaube ich auch nicht dass es noch groß zu hören ist das war ja bei diesen einies die jetzt diese platten da gemacht haben nur eindeutig auch so naja klar genau und das war damals da gab es bei mp3 kann ich mich erinnern da habe ich noch vielfach fachblätter gelesen und dann was mudo im interview was hältst du von mp3 und er so das ist eine schande das ist eine schande meine güte und dann lese ein interview von stefan raten er sagt ja ich habe hier in meinem weg habe ich ein delay das da habe ich noch nie was dran verändert es läuft immer auf 120 dpm machen ist auch ping pong effekt und immer wenn ich ein delay brauche stecke ich da rein und dann bin ich fertig da ist nie was dran geändert worden aber ich hatte hierbei bei bildern also da ist ja halt also die normalen kommen mit 250 graustufen aus ich glaube das menschliche auge ist jetzt auch erstmal was die es ist nur wenn man die dreck nebeneinander sieht in der feinen abgewogen fängt es an komisch zu werden deswegen gibt es ja die hdri oder hdr die denn 65.000 herrlichkeitsstufen haben also schwarz weiß und dann auch in jeder anderen farbe so von herrlichkeit her und da ist es dann aber so das kann du hast gar keine müsste so ein monitor dann kaufen der das abbilden kann und so richtig abbilden kann das auch nicht weil zum beispiel die lux geschichten in einem raum so wie hier jetzt wo ich hier noch halbwegs gucken kann und ich der aber gleichzeitig rausgehen kann und nahe in die sonne gucken am nächsten tag irgendwie und das super hell ist das ist so eine dynamik das auge adaptiert blendet wieder runter und sozusagen und das auf dem fernseher abzubilden das ist von der wahrnehmungsgeschichte einfach nicht so richtig möglich und da sind dann digitalisierung da wirst du jetzt wo jetzt so gut analog seit schwierig das dann abzubilden weil sonst würde ja auch wenn ein fernseher gut wäre würdest du auf dem fernseher bild von der sonne zeigen und der ganze raum werde wird sonnenbrand das wäre gut von wegen analog ich bin mir musste mal ein sehr sehr teurer katalog beinahe neu gedruckt werden nicht also es war eine ausstellung in bremen und dann wurde katalog gedruckt wir hatten also jeder hatte durfte vier seiten gestalten und ich habe einen meine kitzel grafik genommen und die gab es ein und dann habe ich das festgelegt wie das gedruckt werden darf das eine sozusagen vier fahrt druck feine feine rasterung dann mit derselben rasterung das aber als graustufe dann mit der grau üblichen graustufen rasterung nicht graustufe und dann als strich grafik also jedes blatt anders und wie die drucker so sind die gucken sich ja sowas nicht an die gucken sich ja den dummy mit meinen handschriftlich und gedruckt und ins auge springenden anweisungen was ich da will als künstler haben wir nicht wahrgenommen und dann wurde das eklatant und dann ist der kunstverein hat gesagt hier der drucker das ist hier eindeutig der auftrag ist so und so und drücken sie also es war ein unglaublich schöner dicker katalog von allen künstlern dann haben sie mir aber dann so ein sonderdruck abgedruckt sonderdruck den habe ich immer noch sozusagen wo diese vier modell einmal ordentlich ist einmal ordentlich als leporello das ist leider schade weil also nur das im grunde ist im katalog nur die beschreibung und dann diese fehl so zack 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 so dass man die so auseinander ziehen kann du hättest ja auch gleich noch 400 gramm papier wünschen können so mit duft ja das war ich meine dass das war da war genug geld so unter die haben aber ich meine da war ich nicht der einzige die haben sind damit der lupe das wurde außen schwarz mit matt und glänzend und farbe gelbe farbe und dann waren das so wind teilweise winzige schrift da sind die ran gegangen haben geguckt ob das zugelaufen ist an irgendwelchen stellen nicht also da und das war nicht also die waren schon das war einfach nur die dummheit da habe ich es also mehrfach mit das ein mehrfach erlebt dass also ein druck auftrag den ich spezifisch mache also bei der wegsat außen gestaltung da hatte ich auf der vorderseite den text und auf der anderen seite war nur ein wort verändert und ich habe dem das gesagt ich habe ihm gesagt das war hier lünenburg der rückerei das ist nicht derselbe text bitte achten sie darauf dass das vorne und hinten unterschiedlich ist das war im dummy vermerkt alles klar und ich gucke mir das an ach so er sagte sie sind wir sind profis ich habe sogar nichts licht gehalten da musste er es da musste er es tatsächlich noch mal neu machen aber und das war siebdruck ja wir waren also ich war hier mal in der region weil die zeitung gibt es immer noch hauspost was kann ich habe ich das mal erzählt hatte irgendwie so ein blatt dass sich im jahr 1998 jemand ausgedacht hatte wo die kommunalen unternehmen die machten alle also stadtwerke und wohnungsgesellschaften so die ne und genossenschaften die eigentlich alle ihre hausblätter einmal im monat verteilt wurde einmal im viertel jahr und er hat gesagt das auf ich mache eine zeitung monatlich da geht ihr alle rein bezahlt mir so und so viel ich arbeite das redaktionell auf ihr bezahlt nur so und so viel und dann braucht ihr selber die dinge nicht mehr machen und ich verteile das an die aushalte und da haben wir auch so satz oder ich war halt mit in der nähe da also die tp na ja ja genau das publishing und so weiter und da da komme ich jetzt zurück und da stammen meine erfahrung mit druckereien her oder mit einer druckere oder ein paar mehr hat man schon aber eine größere halt die hier auf der druck gemacht hat und da war aber immer tag oder nacht andruck hinfahren zum andruck hinfangen das geht ja weil vier augen oder was ich da ist weil das kann halt das ist denn doof der muss hat neu belichtet werden bevor jetzt 60.000 exemplare waren das dann immer so und bevor die dadurch gejagt werden tut mir leid da muss noch mal angehalten werden und muss nur mal das eine dinge nachgemacht werden das geht das kann man digital geht das alles einfach heute das war dann auch sein dass das hin und her geht bis im jahr 2000 im jahr 2000 sind wir noch mit zip diese kette niesen die ne wo dann 100 oder eigentlich weiß nicht was 100 megabyte oder so drauf passten und ein bisschen stabiler waren und so da sind wir damit hingefahren und dann die grafiken war noch irgendwas ich dcs 2 format also alle farbauszüge extra in photoshop exportieren und so weiter wir waren super also ein paar stelle war echt zu blöd die farben nicht unter kontrolle kriegt total auf kunstlicht aufnahmen grün stichig am ende was habe ich schon prospekt da könnte ich kotzen das schönes orange hat eine firmenfarbe ein schönes orange prospekte geliefert braun also wir werden auch mal er war das eine der kumpel zusammen der gegenüber wohnte und da war das von der wohnungsgesellschaft schwerin war das logo irgendwie nicht grün sondern pixel ich und farbe auch nicht sauber und das war aber sozusagen editorial vorwort war dann von dem schäfte und denn das komische logo da wurde uns regelrecht sabotage vorgeworfen weil das war schon der bröselte das konstrukt schon so ein bisschen aber so waren wir nicht drauf querlich ja genau aber das war halt nee und da in der druckerei zu setzen waren auch nette leute da kommt man dann auch immer hinten waren ja gute kunden und dann gibt es dann kaffee und hin und her und da auch quasi viel gelernt über den druck und wie das die maschinen da funktionieren und was man alles wissen kann das finde ich so was man vor allen dingen was man alles nicht weiß bei mir da habe ich mich aber nie für geschämt auch dass die kunden zu sagen wenn ich irgendein themen hat ein komplex der aber relevant ist für meine arbeit dann sag ich aber pass auf so und so und so ist zum beispiel haben bei dem ganzen rechtskram ja dann sage ich fragt ein steuerberater fragt dann anwalt immer dazu sagen ja ich weiß es nicht und da also mit wenn zum beispiel so gerade bei dem druck und auch in der fotografie ist mir aufgefallen habe ich mich dann halt so dafür interessiert und so und so aber irgendwann denke ich nur diesen alle gaga also color management zum beispiel habe ich mich ja und dann wie die diese letzten standards von adobe mit pdf also dass du da x dann die versionen und dann haben sie immer gehofft dass die nächste version jetzt endlich das problem mit color management löst und es es kommt raus und dann kannst du die berichte lesen und dann licht die berichte von denen und dann erklären die im detail und dann will ich das aber im detail alles schon gar nicht mehr wissen ich habe mir heute wieder also heutzutage wieder das problem dass die scholar management einzustellen auch allein software übergreifend also von photoshop 3d also wenn ich zum beispiel in der 3d welt habe ich irgendeine textur die irgendwie sein soll und das dann hinterher das 3d geschichten die willst du wieder in after effects also wie gestillt programm eventuell noch haben und so weiter und da gibt es jetzt so und ich habe videos wirklich gibt viele aber es gibt kein kurzes ne also die gehen alle 20 minuten bis zwei stunden um zu erklären wie man jetzt dieses aces oder aces schrieb und dann gibt es noch oicio so das sind so die geschichten die man dann über die programme durch konfigurieren muss um dann von a nach z von a bis z da durchzukommen und dann aber die aufgabe ja und wenn sie jetzt aber eine textur oder eine grafik einsetzen wollen dann müssen sie das erst mal farbkonvertieren und das ist ja dann muss man da noch unter kontrolle kriegen und wenn das dann auch drucken soll sind dass es gibt eine firma die heißt clever printing also gerade im druckbereich sind das so für mich so die die erste adresse für amtliche aussagen zu dem thema wir haben auch ein eigenes angebot die haben zum beispiel im zdf da color management eingeführt und sowas weiß ich und da gibt es auch für diesen letzten wo ich eben sagte an adobe x hast du nicht gehört y 10 oder wieder elf oder wieder ist heißt keine ahnung auf jeden fall gibt es auf youtube auch ein tutorial das geht sechs stunden ich gucke mal die sechs stunden diesen ganzen quark da an und die halbe zeit verstehe ich sowieso nur die hälfte weil genauso wenn ich mir ein tutorial von der videokamera anguckt und dann kommt einer detail und erklärt mir den chip wieder funktioniert und wie das mit dies und das und jenes geht dann so in die technischen details rein tut mir leid also wenn mich zum beispiel heute jemand fragen würde so also wird er konstruiert kannst du mal hier ein bild für ein foto für druck aufbereiten würde ich sagen mach mal lieber selber oder frag mal den nah an der druckerei und alles was ich hier auf meinem bildschirm mache und verhaltlich brauch behalte heißt nicht dass das druckbar ordentlich ist aber witzigerweise habe ich also also ich mache ja auch sehr hochwertige drucker diese bücher zum beispiel weil der witz ist dass es doch ziemlich gut kommt also oder nicht ziemlich sondern also kann ich nicht auch nichts aussetzen ich mache das sind ja sehr komplexe sachen mit mit auch die die farben und übergänge als es wirklich und dann ist da schrift reingesetzt und so und ich kann eigentlich nicht klagen ja also ich habe nur meine erinnerung an das jahr 2000 zurück mit den ersten dia scannern die 4000 mark kosteten das stück arbeiteten und mit kunstlicht fotos echt unsere probleme hatten die an unseren mac monitoren dann so zu sehen dass man dass man sagte ja und im druck geht das jetzt auch noch hast du ein grünstrich den gab also hast du ein bisschen mehr magenta mit reingeschoben und dann aber beim nächsten bild war dann wieder ja sagen die alle aus als wenn sie schlaps getrunken ja das ist also ich habe gerade jetzt wieder bei bei bernadette hat eins von diesen büchern gekauft und dann das hätte aufgemacht immer aufgeschlagen ich habe gedacht das sind so viele sachen drin wo du sozusagen auf den effekt geachtet hast dass das genauso also glasig wird zum beispiel also und es ist tatsächlich also ich habe ja dann sozusagen das noch mal auch überprüft und dann bevor ich es weggegeben habe nicht also und jetzt noch mal wieder angeguckt also wunderbar also von daher ist das glaube ich auch die müssen ja ihre kunden auch zufrieden stellen nicht also ich habe mir zwei teile für den alten browser geholt browser drucker hier so ein schwarz-weiß laser drucker einmal hinten da die kartusche und die trommel oder was weiß ich wie das heißt so man kriegt von dem gleichen lieferant zwei kartons der hat seine hauptfarbe auch orange ich habe da auch sogar das bild hat getwittert gut ich habe davon ein foto gemacht aber auf dem foto sieht man das auch die eine kiste hat ein ganz anderes orange als die andere das gleiche was du so das ist halt color management versucht man das zu verhindern nämlich dass das orange beim kunden immer ein orange ist und das kann ja aber auch passieren wenn nicht an einem tag gedruckt wird und die abmischung wenn du nicht sagen ich möchte jetzt unbedingt pantone sowieso haben für das orange und die nicht ins regal greifen kann und das rausholen sondern es ein mischturm ist dann kann das passieren dass das das muss in einem stück durchgedruckt werden wenn die müssen für bmw müssen sie farbe sozusagen liegen haben bei bmw zum beispiel oder all diese firmen es so oder so die achten natürlich sehr darauf dass das blau auch tatsächlich dass firmen blau ist und dass das orange das nicht das wird dann da sitzen hinterher also außerhalb will ich damals also dann damals auch für volvo hier in konz haben also cds cd roms gebrannt hat man so eine brennstation und das waren sowas was ich auch wunderte auflagen so kleine sachen und dann haben auch etiketten gedruckt und dieses blau fanden von volvo das war dann plötzlich lila ja gut ob es die daten tasten was wir mal hatten was war lustig war eine ausgabe zu weihnachten hatten wir gemacht und da war denn besonderheit diese zeitung deswegen hatte ich vorhin auch dass wir dem duften kurz eingebracht diese zeitung duftet und zwar gibt es so kleine pollen also ist einfach pulverartig vanille verschiedene du kannst auch orange und so weiter und es wird mit in die farbe reingemischt und diese pollen zerplatzen wenn du dran reibst also du konntest die zeitung reiben und dann duftete sie nach vanille also und vor allen dingen die gelben flechten das war im gelbton dann drin wie so ein y-heft mit überraschung ja weiß ich ja und hat jetzt nicht ewig also wenn man die heute noch hätte die ausgabe die vor zehn jahren gedruckt wurde ja nichts mehr riechen aber das war mal so ja man weiß es nicht wenn die noch unberührt ist jung freudig sonnen arm gelagert ja so andreas du benutze dein peter jetzt demonstrativ genau wegen der farbe voll die tricktaste also als so so ist es jetzt geworden und ich sehe dann schild also ich sehe dann schild das ist ein schild rechts das schild jemals findest du das schild jemals ja und da drüber an anna schia jonathan mese wäre das jetzt irgendein war irgendein schild von badner so security sicherheit bei uns sind sie in sicherheit trotz chaos die haben sie mich jetzt inzwischen verkauft die und dann viel trickkiste und legen die aber dabei immer neu bestellt aber ich wollte jetzt ein jahr überschneiden 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 sie senden mich hier richtig voll da du bist hier mit den ebenen so sparsam wie man mit dem gast sein sollte immer nur eine ja jetzt hier du ich mache hier ja einfach einfach farbgeister dass er das kann zumindest 1200 euro kannst du das verkaufen ich will das gar nicht verkaufen das wird euch gelöscht was wir haben es aufgabe ich mache ein screenshot jetzt haben wir ein video ja das war jetzt muss ich euch noch besser schieben also ich warte ich war mal immer mal ich war wirklich so dass man twitter post das man kann den ganzen teilen schönes foto hier so macht er bitte in druck auflösung ja ja das ist jetzt 2957 1832 fix kann es auch auf blasen noch nichts das ist und dann ist es auch weg worten ich gehe jetzt auf twitter so twitter unter welchen weil ja ich gehe ich gebe in art ich gebe in der art ihr kommt und macht kunst talk raute kunst talk also es verändert sich dauern muss jetzt so ein bisschen hier verändert sich jetzt gar nichts mehr das wird jetzt eingefroren live durch copyright zeichen machen ich habe heute noch getwittert wenn man nicht an geister glaubt dann gibt es auch keine so einfach ist das dann gibt es auch keine geister so guck mal du bist geteckt wo sehe ich das denn jetzt aber ich mache mal eins hier aus wieder ja das ist jetzt schön schön groß hier komme ich muss ein chat rein das ist ja natürlich lustig dass wir jetzt unser twitter das ist vielleicht insgesamt vielleicht auch noch mal förderlich für gästschaft unser twitter senden verschränkt das miteinander verschränkt das ja genau da ist es ja ich mache jetzt auch noch mal passen ich kann auch noch mal so mal gucken ob wir langs krieg ich habe ja hier jetzt schon ein mit dem gelbe doch zwei jahre sind da sich ich habe noch zehn so ich habe elf von 11 11 alle ziehen wir alle socken socken account ich habe jetzt elf follower query holsen es ist klaus kusanowski ja dann kunst talk das ist jetzt auch irgendwie das muss bürgit sein ja aber finde ich gute sozusagen dass das hier sich auch auf das also stefan schulzer das jetzt zwar auch aber dann habe ich das ja aber dass sich das auf diese so kunst ja beschränkt das kanal das kanalisieren dann ja ja und da sind mir lieber 20 follower die denn halt dass entweder wenigstens qualifiziert scheiße finden können was das ist ja das ist doch das virulente thema wo wir die ganze zeit drum herum reden was wenn der geist sagt du das oder das oder das also wie wird man da motiviert von irgendwelchen entweder kranken geistern gibt ja auch kranke geister die da im internet rum allerdings irgendwie ja es gibt auch so eine so eine reihenfolge also wenn man wenn man das jetzt im film sieht ist es ja sozusagen dass immer wieder neue stadien davon auftauchen nicht das ist also eben auch eine timeline hat also zeitlinie entwicklungslinie oder so naja theoretisch müsstest du deine zeichnungsgeschichten mit obs aufnehmen wenn du dich dadurch nicht beobachtet fühlst das muss man abbauen aber kann man auch einfach indem man es einfach sozusagen über die zeit laufen lässt dann verdrängt man das ja irgendwo oder ist irgendwann weg und dann in zeitraffer halt hinterher abspielen damit man es auf die twitter schon 220 kriegt oder so und dann wird es auch für die leute beim zugucken interessanter als wenn sie es die ganze zeit ja jetzt hat aber ich denke mal andreas du hast auch jetzt gemalt aus der situation heraus oder ja genau also ich habe einfach ich habe ohne plan angefangen und habe immer so mal also ich habe mich immer durch gezeichnet aber ich habe also zwischendurch immer wieder entweder mit der maus oder mit mit dem stift eingewirkt und habe unterschiedlichste techniken mit denen man so arbeiten kann wahllos aber doch ganz so wahllos ja doch nicht weil ich kenne die ja dann angewendet aber ohne sozusagen so diese so ein ja flufig und ohne so einen anspruch dass ich also jetzt aber entkoppelt so ein bisschen ja ist ganz schön auch so dem all dem all dem punkt zu geistern dass eben wie es gibt ja so dieses tische rücken und er weiß was da jetzt irgendwie und alles verborgen haben wir früher gemacht meine mutter meine schwester die waren sehr spirituell offen für alle möglichen experimente ja 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 ich bin in meinem geisterhaus groß geworden das ist schon mal nicht schlecht kann auch fürcht fürchterlich sein wenn wenn die geschichten also ich hatte einen freund der ist mit echten afrikanischen geschichten groß geworden wo du ja nie wurde ist ja nicht überall sondern also das animistischen sachen und ja da gibt es ja verschiedenste kulte aber ich weiß nicht wie das jetzt weiß das nicht wenn wir es genau zusammenhängt der hat erzählt dass sie das ziemlich gequält hat ja also ich sage ich habe ja das den den horror erlebt noch mal nahe in dem nachschlag im medialen nachschlag ich bin da irgendwie in den exorzisten als ersten horror film eingestolpert und sowas von durchgeschockt da rausgegangen und begegne auf dem rückweg also den wika brechmann der so in der bauernschaft sehr angesehen und sozusagen einer der der traditionsheron der gemeinde war nicht also ein rothaariger mit etwas rotem gesicht aufrechter großer mann also und habe dem erzählt wo ich herkomme und so nicht und hatte eigentlich gedacht dass der beruhigt mich jetzt sagt also nee das sind doch spinner nicht und so ne sagte genau so ist das genau so ist das ja da muss ja leider wird fertig werden bis heute weiß ich dass also kino eben auch eine seite hat die so gewalttätig ist dass man es also dass man es auch eben als verwundung direkt spürt und bin da nicht mehr ganz so der der kunst ist alles erlaubt und egal was die mit dem publikum anstellen man kann sehr weit gehen aber bestimmte sachen finde ich ist schon wirklich und und an der stelle hätte mich aber auch eine trigger war noch nicht abgehalten also von daher ist also so dieser der weg ist scheiße aber dass diese verletzungen stattfinden sehe ich schon nicht also na gut ich habe es verarbeitet ich habe dann kunst studiert danach erst ich dachte dass ich dachte dass was gerade erzählt das wäre nach dem kunststudium gewesen wo ich wo ich dann endlich sensibilisiert war genau und die geister und scheiß weißes kreuz da rein gezeichnet das war jetzt ganz unabsichtlich ich wollte einfach nur durchstreichen durchstreichen aber mal ein bisschen tiefenpsychologie das ist aus der beliebten soziologie und in der kunst und bei also mag ich mag es nicht wer wer ist denn von den marxisten also die die nachfolger frankfurter schule die waren da voll auch auf freudschen spuren so ich weiß ich gar nicht also unkritisch kann mir nicht vorstellen so ich finde antifreude und so kann haben dann aber das war nicht die das waren was hat adorno über über geister hat er glaube ich auch was gesagt weiß nicht also wenn der minnen war auf jeden fall zugänglich für die geisterwelt erkenntnis eines geister seers das war das gab es doch auch das war so nachgott ich weiß das alles nicht mehr man wofür studiert man damit man es also stück und stück in humus verwandelt und dann nachher ich google lassen dann weiß ich wieder ja das ist trügerisch ich habe es ja schon gelesen ich habe es ja schon gelesen das kenntnis eines geister seers das gelesen nein aber diese beziehungsstrukturen dazu zu der frankfurter schule und der psychoanalyse und der geisterwelt da gibt es literatur zu und ich habe ich hatte mir gedacht wo ist denn die traumdeutung geblieben ja ich wüsste ich habe die traurige ich habe mir das fragt pia matter fragt im youtube-chat haben geister auch etwas mit träumen zu tun ich glaube es gibt nichts wurde mit die was mit mit dem nichts zu tun das die antwort geht natürlich sowieso aber ist aber wenn denn den tagträumen der tagträumen und wir haben tagträumen sind sie am unheimlichsten nachts kommen sie einem so selbstverständlich von nachts sieht man einer also ich habe träume gehabt also wirklich über monate habe ich träume gehabt wo ich eingeschlafen bin habe mich abgestoßen und bin die ganze zeit geflogen also ich hatte wirkliche flug erlebnisse mit einer einer also wirklich aber so wie eine fließe im raum rum und gym und wieder simmen oder also unter einer freiheit und lust bin ich da also wurde mir dann gesagt dass das vielleicht ein bisschen gefährlich wäre wenn ich wieder zusammen auf einer sagen gesagt was soll ich denn machen es kommt über mich es passiert doch einfach macht aus dem spaß also machte viel spaß ich habe das gefühl dass wir uns gar nicht einig sind worüber wir hier reden ja die frage können wir noch mal oder ist das die frage ich finde eigentlich ein witz ich habe das gefühl dass wir uns überhaupt nicht einig sind wovon wir reden muss aufhören ja genau das muss sofort aufhören ja genau ich finde die frage ist jetzt gut beantwortet die youtube frage oder ja ganz genau also wir haben mehrere antworten geliefert die sich alle widersprechen und damit ist also irgendwas mit freund wir haben die mission erfüllt gibt es noch welche was interessant ist dann können wir das ja machen wie die sondern wieso die anderen podcast auch mal die es dann immer abarbeiten ja also was immer natürlich jetzt in der zeit wenn ich ganz vorne anfangen rechte zauberlehrling zauberkreise bis zauberzirkel neue gefühlsmäßigen erwartungen die sich mit dem ideal der kameradschafts ehe verbunden sind das bürger das bürger dieses wort dieser missbrauch des wortes aus dem chat bei youtube so und so und dann sage ich bürger sagt sie ja man sagt das thema geister tatsächlich ist die liebe das paradigmatische beispiele und die eigentlich antriebskraft eines neuen modells von geselligkeit welches als eines der reinen beziehungen bezeichnet werden kann dann sagt ruhe jetzt kommt hier katarina von zimmern sagt wie viele götterei geister kunst gestalten und worin sich die gemeinschaft vereint tabu liebe das muss noch als adres kasten schwenker sagte bürger wieder eine solche reine beziehung fußt und fokussiert auf der vertragstheoretischen annahme dass sich gleichberechtigte individuen aus emotionalen und individuellen gründen zusammentun schräge thesen ich hatte erst gegen gelangen gelesen aber ist ja dann wenn die liebe sie schräge treffen die viele lesarten zufolge der zweck und vernunft sehen von der bühne ab auf der nun individualismus autonomie und freiheit triumphieren es ist wieder das mit dem subjekt objekt spaltung aber genau so ich muss dringend auf toilette und zwar viel länger ich glaube ich verabschiede mich dann schon mal ja tut mir leid aber ist so und ich ich werde dieses bild nicht wegschmeißen sondern speichern und in seiner allerletzten version werde ich es dann auch noch ein dialog wo nur einer malen durfte ich kann es ja jetzt verarbeiten jetzt habe ich ja eine hohe auflösung oder eine ausreichende auflösung das heißt mal gucken ob irgendein der viecher damit das macht aber ich könnte ich kann ja das kann ich auch noch machen ja dann wie wäre es auch ein kleiner umhang ich wollte sowieso was mit stoff der kleidung simulation machen vielleicht kriegt ja mal zauberer oder was rocken rock für den frosch also was auch immer genau sondern er hat ja so ein bauch und dann kriegt er so hohen rock also dass sie ja das hier als ein schönes kurz ärmeliges oberhemd würde ich auch tragen also das würde ich schon so machen als hose aber als euro 50 euro aber ich gucke mal das ist ein autorenexemplar was ich dann kriege und wo sie ja alle also im grunde müssen wir sagen wo der geist wetter wie er will und hier wollte er so und deswegen ist es und auch eine gemeinschaftsarbeit also genau also ja urheber in spiritus und dann dann stelle ich vor die ganzen geister stellen sich dann hinten an und sagen wir ja genau guck mal ich glaube filterraum hat ja auch angegriffen als er nämlich sagte das sieht ja aus wie ein schild da hast du noch gemalt das hat dich beeinflusst eindeutig ja 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 über im trialog so funktioniert das heißt ich musste mit dem copyright ich werde das wohl noch mal löschen müssen nehmen fasi 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 vorschreiben ja genau wie der fasi urheber oder urheber fasi wir machen also jetzt feierabend ja und wir sind uns einig dass jeder jeder seine eigenen gedanken hat oder was ja wir haben uns geeinigt jetzt komm biekes nicht hin auch noch hinzubiegen. Kommt am Ende immer das Gleiche raus. Wir akzeptieren alle Meinungen. Man kann sicher auch mal unterschiedlicher Meinung sein, kann ja trotzdem Freunde bleiben und so. Weißt du, Quatsch. Achso, ich muss jetzt hier mal diesen Chat kopieren. Aber wie macht man das, um den sich zu... Wir könnten natürlich doch... Obwohl, das ist ja... Wir müssen ja auf dem Server vielleicht gucken, ne? Ja, da müsste ich dir auch noch einen separaten FTP einrichten. Oder wir würden von dir aus gucken. Wir würden von dir aus dann gucken. Aber das ist nichts für die Öffentlichkeit. Nee, das ist sowieso nicht. Nee, ich bin jetzt auch schon so durch. Brauche ich einen frischen... Wenn du mal irgendwie zwischendurch vielleicht... Ja, gucken wir mal, wie sich das anbietet. Ja, gut. Nee, den habe ich aber für heute Abend noch. Ich bin ja ja so ein später Mensch. Und kann dann nochmal... Das mache ich mal, weil ich wirklich... Close-Simulation mit der Software, die jetzt ist eine neue Version und da ist... Dass ich dem Frosch mal dieses... Jetzt so ein Dingens ummache, wie ein Umstandskleidchen. Und das ist dann das Bild davon. Da muss ich so ein Gürtelobjekt machen, dass es über den Bauch hängt. Und dann kann die Simulation... Und dann soll das natürlich auch Falten werfen. Das jedenfalls schwebt mir gerade zum Kopf vor. Mal gucken, wie das aussieht wie albern. Ich habe hier zum Beispiel den Frosch im Glas, ne? Da hätte ich jetzt noch... Man kann ja jetzt immer auch irgendwas sagen, aber so Luftblasen vielleicht noch. Und dann bist du nämlich mit den Seifenblasen auch schon wieder bei dem... vom Narrativ von den verschiedenen Figuren, die man so in so einem crossmedialen Storytelling, wenn man so das sieht, ne? Immer so gewisse... Ja, jetzt hat er irgendwie... Ihn Ton war eben kurz weg. Warte mal, ich mach mal hier. Siehst du jetzt Bildschirm? Ja. Ich mach mal, warte mal, wo habe ich das versteckt? Hier ist der E. Er müsste theoretisch... Wo ist jetzt mein... Ich habe noch zehn Credits. Und eigentlich... Wo sehe ich jetzt mein Collection? Wieso? Da bin ich jetzt so ein bisschen back to the E. Weil eigentlich hat er immer hier rechts... Hier ist die Zeitstrahl. Da. Ich mach mal ein bisschen größer. Ah ja. Ja. So, und irgendwo habe ich ja diesen Frosch im Glas erzeugt. Frosch im Glas, wo bist du? Es kann auch so eine Iteration gewesen sein. Also wenn ich jetzt hier mal raufklicke, ne? Hier ist zum Beispiel eher mit rausgekommen. Also hier Original. Und dann die Dinger. Und irgendwo... Böb, 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 Frosch. Schwarzer Frosch ist... Ist ein grünen Negerkuss. Oder wie ist die Botschafter? Von Google. Nicht von mir. Nee, das heißt ja, das Bild heißt ja die Versuchung. Ach so. Weißt du, er hat ja sogar noch eine Indianerhaube auf. Also ist sozusagen ein bisschen übertrieben. Mal wieder. Oh, Kunst, die übertreibt. Hier, hier, da hatte ich den Kopf markiert, ne? Ja. Und gesagt, mach mal hier Smiling Frog. Ja. Jetzt überlege ich mal, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Wenn man jetzt so arbeitet, normal, dann guckt man, dass der Charakter, Charakter, von Videospiel zum Beispiel, dass der halt, da kann es ja nicht einfach mit dem Frosch nehmen. Sonst muss er ja Lizenzen bezahlen. Das heißt, du musst ein Charakter-Design machen. Und das macht da die Maschine, ne? Ja. Wer ist jetzt schuld, ne? Wie macht die da mal eben Charakter-Design? Wenn du da einen Kreativen dransetzt, wie lange der da so ein Charakter, wie lange der damit beschäftigt ist, wenn er Spaß dran hat, ne? Weil das ist ja ein offenes Ende. Der weiß ja nie, wann er fertig ist, sondern... Und dafür gibt es auch nochmal... Da, warte. Ich habe ihn. Ich habe ihn. So. Also hier ist jetzt... Hier, ne? Ich muss das mal beiseite schieben. Das ist das, was wir gesehen haben, was wir gepostet haben. Das heißt, ich könnte jetzt auch machen, die Anfrage war, wo hat er jetzt... Warte mal. Er muss mir doch aber sagen, was ich hier getippt habe. Ach so. Ach nee, das hatte ich ja gepostet. Das hatte ich ja gepostet. Ja, den Prom. Genau. Und das hatte ich ja gepostet. Das hol ich mir mal raus. Da muss ich natürlich in dem richtigen Twitter-Account sein. Bin ich. So, und jetzt wollen wir noch... Jetzt musst du sagen, Bläschen. With Bubbles. Einfach. Ja. Warte mal. A bug in front of glass of beer. With Bläschen. Bubbles. Mach ich mal. And is frog swimming. Enter. Rechnen. Und diese eine Anfrage generiert verschiedene Varianten. Und die gezählt wird jetzt aber nur die eine Anfrage, nicht? Wie viele Varianten er macht, oder? Genau. Und das du kommst hier. Vier Bilder. Vier Bilder. Und so weiter. Wie viele Varianten macht er? Immer vier? Jetzt die hier. Immer vier. Jetzt sind es vier, ja. Ja. Macht er es immer, oder? Nee, er haut immer vier. Ja, er haut immer vier mit raus. Ah. Ja, hier so ein bisschen, ne? Ja. Und hier hat er sie wieder umgedreht. Er ist wieder... Ja, aber manche sagen, kannst du ja wirklich auch mit Photoshop dann noch ein bisschen bearbeiten und dann kann man auch weitermachen noch. Also man muss schon sagen, die Ergebnisse sind schon irgendwie, schon erstaunlich, was man so... Ach, hier bübbelt's. Aber obwohl, das hat er, glaube ich, hingekriegt. Du, ich muss sowieso irgendwann welche mal... Du, wenn man hier einmal 15... Das ist auch sozusagen hier insofern wert, das Projekt zu unterstützen, ein paar Euro. Wenn man hier dann 15 Euro bezahlt oder was ich für, oder 50 Dollar, dann... Oh, guck mal, sieht hier schon ein bisschen anders aus. Aha. Ja. Das sind halt keine Seifenblasen, aber das sind Luftblasen, ne? Das ist eine Seifenblase, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Seifenblasen und Luftblasen? Gibt's denn Soap-Bubbles? Soap? Keine Ahnung. Oh, mal gucken, ne? Ja, es geht ja physikalisch gar nicht. Seifenblasen und... Das ist egal, darum geht's nicht. Ich glaube, da stimmen die Druckverhältnisse irgendwie nicht. Seifenblasen. Soap-Bubbles, ja. Soap-Bubbles, wie man das getrennt hat. Enter. Jetzt ist alles ja noch der kostenlose Modus. Und dann muss man aber hier, kann man nicht mit Paypal oder so, so ein Kreditkarten... Ja. Ja, 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 ja. Und... Tja, doch. Er versucht was, ne? Ja, 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 aber so richtig, ja. Also es ist wie, weiß ich nicht, so richtig. Jetzt müsste man vielleicht auch noch jetzt Impressionismus oder irgendwas hinschreiben, ne? Und dann würde er das wieder stilisieren, äh, 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 sketch, äh, also als Skizze. Der Merz-Mensch hatte ein Bild von einer Frau, die irgendwie so einen Schirm hat und von hinten kam da irgendwie so ein ganzer Spachzahn, so eine spachze Wolke oder so, ne? Ja, da hat er aber, glaube ich, so die Kafka-Geschichte, ne? Ja, 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 aber das waren so, das sind... Du erzielst da irgendwie für viele erkennbar irgendwelche Treffer manchmal auch, ne? Oder einfach sagen, das ist jetzt wirklich außergewöhnisch, irgendwie so, ne? Ja, also das ist jetzt hier natürlich so generische Begriffe, ne? Frosche und Bier und... Und jetzt ist aber die Frage, macht er jetzt eine Skizzenzeichnung, also so eine Strichzeichnung draus? Mhm, macht er. So, vom Stil, ja. Ja. Aha. Ja. Und man kann aber auch sagen, das ist wie von Dali oder was auch immer aussehen soll. Aber als Illustrator, also da kriegt man Tränen in den Augen, ja? Ja, wenn man jetzt sagt, ich bräuchte mal einen Frosch vorm Bierglas und ich schreibe, machst ein Kinderbuch, bist du doch durch mit dem Thema. Genau. Machst du das, nimmst du das ja. Ja. Klickt die Autorin sich selbst noch die ganzen Zeichnungen dazu einfach zusammen. Ja, also Leute, die vorher gar keine Grafiken in ihren Büchern hatten, kriegen welche. Mhm. Und Leute, die die vorher bezahlt haben, Tausende, die sagen sich, pff, 15 Dollar und dann kriege ich hier 100 Versuche und dann... Ja, das hast du ja auch schon bei diesen Logo-Designer-Tools, die du im Web da kriegst für 49 Euro mit allem Pipapo. Kannst du Logo designen und die sind gar nicht mal schlecht, wenn du jetzt keine riesen eigenen Ideen hast, ne? Oh Gott, wie schreibt man das? Logo of scientific wissenschaftliche Firma? Ja. Neuroscience vielleicht noch irgendwas, oder? Ah ja, weiß nicht was. Logo of neuro, pass auf, Neuroscience nochmal. Neuro... Science. Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen darf hier alles, aber ich schätze mal, wenn ich den Account halt gesperrt, ne? Ach ja, aber wer soll das mit? Hol ich mir 9. Hol ich mir 9. Ist der Rechner kaputt, hol ich mir 9. Ja, genau. Zack, zack, zack. Wahnsinn. Ja, und jetzt könnt ihr mal wirklich gucken, also jetzt machen wir folgendes, ne? Ich hol mir das Illustrator, ich hol mir das Illustrator und zack, da mach ich dann weg dort raus, bin ich fertig. So, weil das hat ja schon mal was, ne? Hier, ich nehme das, ich nehme das mal und hab jetzt hier den Screenshot, mal kurz irgendwie spiel speichern, unter. Und könnte ich das jetzt hin, Temp, Temp, würde ich sagen. Jetzt könntest du, wenn du in den Prompt noch eingibst, Slogan, könnte es sein, dass du sogar noch einen Slogan generiert, Chris. Da ist nämlich die andere Abteilung direkt auch am Heulen. Du bist Slogan? Wir einfach mal, ne? Ja, für wen, welche Werke tun wir jetzt mal einfach hier? Ja, genau, wir zeigen jetzt mal, wer hier gerade alles arbeitet. Arbeitslos wird. Ich hätte schön zugucken. Ne, da ist noch nichts. Aber was ich jetzt mal mache, ist halt zu gucken, ob es dieses Logo in irgendeiner Form schon gibt. Ich werfe also mal das, was wir generiert haben hier rein. Wo? Ja, also, ja. Ja, rechte Maus, das ist uns auch mal an Gruulenz senden. Genau. Dann ist das erst mal hier. Wirst du ähnliche Bilder finden oder was weiß ich. Ja, und Wö, kann ich das jetzt nicht auswählen? Ach, die wollen jetzt den Text haben, irgendwie suchen. Ne, ich will aber die Grafiker haben, die Idioten. Da, geht doch. So. Obwohl, weil du mal, ja doch, ich mach mal so. Ich will ja nur, ob es das Logo schon irgendwo gibt. Naja, es kann es auch, wenn die Maschine sagt, wenn Google sagt, ich finde nichts, kannst die aber trotzdem geben. Das ist nämlich, das ist richtig, aber ja schon, ich mach mal Bildquelle suchen, ne. Auf jeden Fall nicht so offensichtlich, über eine Versuche direkt zu knacken, das Problem. Ne? Ja, aber ist doch ein fertiges Logo, oder was? Ja, klar. Also es ist natürlich ein bisschen wie Schnecke mit dem Großgehirn und Augen gucken raus. Ja, was man sagt, Stammhirn ist, will er sich externalisieren. Ja, genau. Aber, ja, Inspiration ohne Ende, ne? Ja. Und noch viel billiger als diese Logo-Designer-Tools, die es sowieso eh schon gibt. Ich finde, ich nichts weiß. Wie gesagt, beim Charakter-Design, da sehe ich auch super Potenziale. Das sieht man mit dem Frosch, ne. Ja, also was es auch gibt, ist doch, also bei, was jetzt, glaube ich, auch in der Geschichte gemacht wurde. Es gab doch jetzt zwei Storys. Einmal, dass irgendeine West-Beeinflussung, also westliche Dienst, oder wer auch immer, dahinter steckt, auf Facebook-Accounts Stimmung pro-westlich gemacht haben. Ja. Gleichzeitig aber auch eine Geschichte mit, mutmaßlich pro-russisch, ne, oder Russen hinter steckten. Und da war auch so das Ding, dass die Accounts mit Meta-Juman gemacht wurden. Also die Gesichter. Ja. Die Meta-Juman ist halt, das kennst du, Meta-Juman, glaube ich. Das ist immer grüßt, ne. Anrollen-Engine, Meta-Juman. So. Das sind die, die gibt es gar nicht, ne. Die sind einfach generiert halt. Ja, genau. Zack, zack, zack. Einmal ein Glocken. Was hatte der März-Mensch denn heute? Hatte der ja nicht was ähnliches da, so eine Serie? Geben sie auf jedes Bild einen Löwen mit Miene. Alter, mach mir die Fälle hier. Kleiner Intelligenz-Tester mal. Ja, was ich, die analysieren natürlich die Bilder für ihre nächste, dann i3. Ah, scheiße, warte. Auf jeden Fall ist es so, hast du eine, startet richtig, eine relativ dicke Applikation im Browser. Man merkt, dass die Server seitlich läuft, ne, und dass sie da hochfahrt. Und dann hast du halt diese 3D-Gesichter, wo sie so Grundgesichter haben und die kannst du anfangen zu mischen. Ah ja, morphen sozusagen. Ja, genau. Und dann auch lächeln und hin und her. Und die sehen schon ziemlich echt aus. Und die kann man dann auch operieren. Und wenn man, glaube ich, richtig geschickt ist und nicht so doof wie ich, kriegt man die sogar in 3D wieder raus. Mhm. Ja. Naja, das ist das Meta-Jugend-Zeug. Und alles erstmal so grundsätzlich kostenlos, ne. Bei Epic Games, die sind halt, und dieses ganze Unreal Engine, die arbeiten ja so, sobald du es kommerzialisiert, wollen sie ihre Anteile haben. Also Unreal Engine auch, ne. Wenn du damit das Spiel programmierst, mit einer Anwendung, dann sind sie halt mit so und so viel Prozent dabei. Ja. Und es funktioniert, das ist natürlich ein guter, guter Deal. Also da, wenn du zum Beispiel guckst, so, wenn Synchronsprecher wegsterben, ne. Ja. Das ist immer ein Riesendrama eigentlich. Wenn das wirklich markante, ganz bekannte Synchronsprecher sind und so. Und das ist da, auf diesen Wegen da ist das einfach, was es da für Anwendungen noch geben wird, ne. Dass die Leute einfach weitersprechen, obwohl sie schon lang tot sind. Ja, also es gibt auch für die Sprachgeschichten, Sprachgeschichten wird das immer besser. Es gibt, aber da sind sozusagen fertige Stimmen, die unheimlich viel eingesprochen haben, auch professionelle Stimmen. Ja, ja. Aber auf Deutsch halt doch eher nicht, ne. Also die Sachen sind alle in Englisch. Aber wenn du halt eine Off-Stimme brauchst, zum Beispiel, also Bekannter, der synchronisiert hier gerade irgendwelche Sachen. und da ist dann halt eine Person, die anonym bleiben möchte. Und da nehmen sie dann halt auch so eine, auf diese Art und Weise generierte Stimme. Und da kippst du den Text ein, ne, den du abgetan hast. Ja, ja. Und der Titel Text, und dann wird das ja vorgesprochen. Ja. In viel besser, also nochmal deutlich besserer Qualität, als man das so normal von den Vorleseprogrammen. Weil wenn ich zum Beispiel manchmal sage, ich will jetzt mal einen Text, den will ich aber effektvoll, in Anführungsstrichen, auf Twitter haben, als kleines Video gesprochen. Ja. Dann gehe ich halt, hier ist ein Text. Und dann drücke ich hier auf den Knopf und dann lese sie dort vor, ne. Ja, aber das halt, also ich habe da auch eine Phase gehabt, vor anderthalb Jahren so, habe ich verschiedene Tools ausprobiert. Und da war ich zum Beispiel IBM, ne, Text to Speech. Das hat für meine Zwecke, da konnte ich mir, das war auch Englisch, da habe ich einmal grüttliches Englisch mit einer Frau sprechen lassen und amerikanisches Englisch von einem Typen. Und habe das in so einem kurzen Werbevideo drin gehabt, so ein Imagevideo praktisch, ne. Und das wurde aber leider dann nur intern gezeigt. Das heißt, das ist nicht mal im Web, aber das war so geil, ne. Also die Qualität, die ist echt, haut einen schon weg. Und ich kenne das halt auch mit, mit diesem ganzen, mit diesem Aufwand, den du hast, wenn du einen Sprecher am Tonstudio hast. Und dann kamen wir dann irgendwann, dass die Sprecher ihr eigenes Tonstudio haben und zu Hause machen konnten, war ja auch schon mal ein guter Satz, aber jetzt kann man dann auch sagen, irgendwann, gut, dann hole ich mir den Volker Lechten bringen, auch in der Tode ist, nochmal als Synchronsprecher von einem Automaten. Ja, also es gibt auch so Tools, wo man dann Stimmen einkippen kann, ne, die dann analysieren. Den würde man keine ganzen Sätze sprechen lassen. Ne. Also, aber wenn du mal sagst, ich brauche jetzt hier mal so eine Wortgruppe, so zwischendrin im Fluss, heutzutage jedenfalls ist es so, dann ist auch wirklich so, du hast den, kippst Audio ein, ich weiß nicht, ich hätte das auch mal installiert hier, aber es kostet Geld, relativ zügig, ne, wo du dann Audio einkippst, das übersetzen die. Und dann hast du wirklich ein Textprogramm vor dir, wo du dann aber tippen kannst und wenn du dann alles bezahlt hast und die Stimme analysiert ist, dann lesen die dir diesen Abschnitt auch mit der Stimme vor. Das klingt nicht perfekt, aber für kurze Sachen, um mal was auszutauschen, gibt es. Und es ist wirklich, man tippt es denn rein, ne, und dann wird in dem originalen Text dieser Abschnitt einfach gesprochen mit der synthetisierten Stimme auf Basis der Originalstimme. Des Samples sozusagen. Ja, ja, aber also, ja, es wird generiert und dann ist ein Sample drin, aber es ist schon so. ich meine Sample nur in dem Sinne, Absamplen heißt halt Verschiedenes, ne, das heißt einfach mal abgreifen. Ja, also sie nehmen dann halt meinen Textbaustein und sagen sich, okay, ich habe die Stimme analysiert, sie klingt wahrscheinlich so und so, wenn sie dieses Wort spricht und dann generieren die das und dann ist das halt, guckt das da raus und dann hast du das, also wie gesagt, für kurze Abschnitte geht das. Sample eine repräsentative Stichprobe, das war ein Stück. Das ist dann praktisch wie ein Sample, also als repräsentative Stichprobe, da entsteht dann das Ganze nötige, ja, das ist dann einfach nur auch wieder ein eigenständiger Algorithmus, würde ich mal sagen. Aber du kannst ja einfach eine Rede von Donald Trump nehmen, kippst sie da rein und machen auch Deepfake dabei, also das Blabla-Video dabei, sonst was. Und manchmal reicht es ja, vielleicht nur zwei, drei Worte auszutauschen, um sowas interessant werden zu lassen. Im Sinne von als Fake. Ach so, ja. Also es geht dir nicht um irgendwie, dass man riesen Dinger machen muss, um... Er sagt Freedom und du schreist, schreit Krieg rein, ja. Genau, und dann geht es ja manchmal nur um 10 Sekunden Videos, die dann halt manchmal auch viral gehen können. Aber ich bin ja jetzt nicht so ein Fake-Macher. Nee. Also wenn ich so was machen würde, würde ich es ganz deutlich ranschreiben. Ja, aber... Damit möchte man nicht in Verbindung kommen, nur so in Größenordnung aus Versehen. Da ist ein Thema, ich weiß nicht, wie du da jetzt... Also in der Informatik gibt es sogar so ein Label, das heißt Ethical Hacker. Also ethischer Hacker. Ja. Für Leute, die Administratoren und sonst was, die da, was weiß ich, Gottesrechte nennt man das, Gott-Modus, ne? Ja, ja. In so einem Gott-Modus so auf den Maschinen da operieren, dass die halt auch eine Ethik haben. Und ich glaube, das ist ja bei dir, du hast auch deine irgendwie ethik, aber das ist keine standardisierte, die du jetzt irgendwie zertifizieren lassen kannst. Nee. Also, ich habe früher, war so, das ist aber verjährt alles, 10, 15 Jahre her, da war es so, na, 15, 20 Jahre. Und zwar kann ich ein Content-Management-System, das mit der Standard-Installation daherkam, mit dem Standard-Admin-Passwort. Das heißt, du hast es installiert und dann hatten alle das gleiche Admin-Passwort. Und das konnte man dann und dann, das war eigentlich so eine der ersten Aufgaben, dass man das erstmal weg macht. Ja. So, aber diese Installationen sind halt, ja, draußen in der Welt und früher konnte man bei Google gut suchen, in URL, hieß das, in URL, also befindet sich in der URL, Doppelpunkt. Und dann habe ich halt den Pfad hingeschrieben, der zu Admin, zum Admin-Interface geht. Konnte man also bei Google suchen, wo sind überall Installationen mit dieser Software. Und dann habe ich mal ausprobiert, Admin, Admin. Und das ist halt in jedem 30., 40., 50. Fall konnte man dann, ich habe das nie automatisiert, konnte man dahin. Und dann war es aber nicht so, ich habe da irgendwas Böses gemacht, sondern ich habe dann halt dahin geschrieben, Achtung, ihr seid angreifbar. Ja. Endet mal euer Passwort. Ja. Ich habe nicht, also Jen, aber auch wirklich hingeschrieben, ich habe nichts geändert, und so weiter, aber ihr solltet hier, das hat man das heute nennen. Das sozusagen sehe ich auch als ethischen Hacker. Was ich krass finde, dass echt da scheinbar für manche das gar kein Problem ist, aber wenn du jetzt siehst, zum Beispiel draußen in der Stadt, fährst irgendwo schön hin, stellst dein Auto ab, gibst Essen schön in der Altstadt, da kommst zurück und überall ist der ganze Lack zerkratzt, weil du hast ja keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Du hast dein Auto ja nicht in einem Käfig da irgendwie verschanzt oder so, dann hast du ihn einfach frei rumstehen lassen und überlege mal, wie einfach das ist, wenn du so an den Autos vorbeischlenkern kannst, kannst du einfach ein Schraubenzier nehmen, kannst du einen Spaß machen. Du hast mal einen ganzen Straßenzucht, die Autos zerkratzen, nur einfach, weil es geht. Und diese Hemmschwellen, weiß ich nicht, irgendwie. Also nur eine Abgrenzung mal immer noch, also von wegen Hacker, ich bin ja jetzt nicht, wenn ich hier so eine Passwortgeschichte mache, ist ja kein Hacking oder so, dass ich hier Sicherheitslücken mit besonderen Skripten ausgenutzt hätte und das ist ja einfach eine Doofheit, Konfigurationsprobleme da zu nutzen. Aber naja, dass Kiddies zu Hause sitzen, ihre Freude daran haben, weil ich hätte ja auch die Startseite umbauen können. Das sind Web-Präsentationen, die darauf basieren, wo ich mich da eingeloggt habe und ich weiß ja dann, wo die Startseite hängt und ich hätte die natürlich umbauen können. Das wäre dann wieder nicht so ethischer Hart gewesen. Ich weiß nicht. Also gestern zum Beispiel Wieso ab und zu gucken statt in ZDF und da haben sie so eine Serie, die hieß früher der Oma-Trick und jetzt haben sie nur noch irgendwie den Wieso-Trick genannt. Vermutlich, weil die Omas nicht mehr diskriminieren dürfen, weil jemand auf Social Media sich beschwert hat. Aber das fantasiere ich mir jetzt nur zusammen. Und das ist dann halt so, also der Setting, Experte, zack, so und so und dann ist irgendwie jemand, der in einem Haus mit der Sartre, eine Waschmaschine, der im Keller eine Waschmaschine stehen hat, der Experte hat zwei Fehler eingebaut, haben sie überall Kameras und dann gucken sie, was die Handwerker jetzt da machen. Wie die arbeiten. Haben sie dann verschiedene Serviceleute dann da antanzen lassen und dann haben sie auf zwei Bauteilen mit so UV, also es gibt so einen UV-Stift, den siehst du nur mit UV-Licht, weil wenn du irgendwo was drauf schreibst. Haben sie die markiert, haben sie so einen Code drauf geschrieben und dann einer sagt, ja, wir müssen die Maschine mitnehmen, hat er ihn mitgenommen, dann kommt er wieder und dann sagt er, ja, ich habe die und die beiden Bauteile gewechselt. Der hält da seinen Scanner drauf, sein Licht, UV-Licht und sagt, aha, sind immer noch die gleichen drin. Also, ist voll so ein Typ, irgendwie, der keine ethische Grundhaltung hat, sondern einfach nur ein Arschloch ist und meint, der muss Leute abziehen. Ja, grundsätzlich ja, da muss man natürlich vielleicht auch in, sag ich mal, in größerer Geldnot sein, um überhaupt auf die Idee zu kommen, aber ansonsten werden wir das immer, mir werden die Folgen beim Erwischtwerden viel zu unangenehm. Weißt du, sozusagen dieses, ich mache jetzt hier mal irgendwas kaputt oder so, man muss ja immer davon ausgehen, was passiert, wenn es rauskommt. Wenn man natürlich ein staatlicher Angreifer ist oder so, bist du sozusagen so hinter den, die ganze Seite ist ein Banane so als, aber, aber wenn du hier selber irgendwie und spielst es ein bisschen rum und irgendwann kommt es mal raus, davon muss man dann immer ausgehen, einfach mal so gedanklich, dann kommt man da nicht mal so schnell auf die Idee eigentlich, so einen Scheiß jetzt mal aus, wenn man ist jung oder sitzt besoffen vom Rechner und man hat einen Riesenhass auf einen oder so oder auf mehrere Leute. Aber dann würde ich mir ja die Fähigkeiten am eigenen, gerade online, mich zu verschleiern. Also dann würde ich ja, wenn ich es darauf anlegen würde, dann würde ich natürlich die VPN und irgendwo erst mal ein Rechner kapern, von dem aus, der einen anderen Rechner kapert und am besten einen aus Russland dann nehmen, der in Russland steht oder man kauft sich so einen Rechner, von dem aus man dann angreift. So und dann ist es natürlich relativ schwierig zurückzuverfolgen und aber gut, da finden wir natürlich die, der hat mich vom PN oder was ich was, aber da so einen Rechner zu kapern und so weiter, da finden wir natürlich die Fähigkeit, aber so würde man rangehen, aber heutzutage auch jeder Hacker, auch Hobbyhacker, jeder, der irgendwas auf sich hält, wird doch jetzt eine VPN, eine russische IP benutzen. Einfach nur so. Weißt du, damit es halt sozusagen erstmal, wenn eine russische IP-Adresse ist, haben die was zu schreiben, ne? Ja, ich bin ja Querdenker und Rebell. Ja. Warum? Weil ich habe immer noch Kaspersky auf dem Rechner laufen. Ja. Ein ganz krasser Typ. Ja, ich hätte mich damit ein ganz bisschen auseinandersetzt aus verschiedenen Aspekten und dadurch die, es ist primär eine politische Entscheidung gewesen, keine technische. Ja, 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 aber die Gefahr ist trotzdem und du fährst, egal, also wenn du gerade Probleme hast mit irgendwas, ne? Hast du jetzt, also habe ich jetzt immer noch den Gedanken, ne? Und dann denke ich mal, nee, beruhig dich, Putin hat kein Interesse an dir, ne? irgendwie, und der wird auch nicht jetzt hier, wenn, dann wird der dann ganz gezielt und nicht da irgendwie... Ja, also du könntest natürlich fast eher bei amerikanischen Unternehmen passieren, ne? Wenn du da so eine Sache vernimmst, das ist halt... Also wir hatten jetzt jüngst auch eine interessante Entscheidung, die aber noch durch die Instanzen gehoben werden muss und zwar geht es darum, hat er ein Unternehmen geklagt im Sinne Wettbewerbsvorteil, Nachteil und zwar DSGVO, also die Datenschutz der EU und so weiter und wo dürfen Daten gelagert werden? Und es ist halt so, dass mindestens Behörden und viele Unternehmen richten sich auch danach, dazu angehalten werden, die Daten nicht auf amerikanischen Server zu haben. Ja. So, um sie vor dem Zugriff zu schützen. Das wissen natürlich auch die Unternehmen und haben dann halt gesagt, okay, dann stellen wir euch die Sachen, die Server, die wir... Also Microsoft stellt Serverinfrastruktur in Europa bereit. Zürich, also in der Schweiz ist halt genauso wie Kaspersky auch. Ja, so. Das ist ja auch gemacht. Und jetzt gab es eine Entscheidung, also im Sinne, da haben zwei, das eine Unternehmer hat gesagt, ich benutze einen Anbieter, der in Europa verankert ist und in Europa seine Server hat und der andere sagte, mein Angebot ist, hat eine Cloud-Infrastruktur Infrastruktur vom amerikanischen Unternehmen, aber mit Server-Infrastruktur. Das Rechenzentrum in Europa. Wurde gekippt, der hat recht gekriegt, sodass die Ansage erst mal ist, also Entscheidung im Fluss, die da hieß, aber erst mal war sie vorläufig, die da hieß, selbst wenn die ein amerikanisches Unternehmen Infrastruktur in Deutschland oder in Europa anbietet, zählt das nicht. So, und das sind dann so Sachen, ja, und bei diesen Kaspersky-Geschichten, das ist halt, es war zu dem Zeitpunkt, als es entschieden ist, ist es jetzt vor ein paar Wochen gerade erst rausgekommen, eine primär politische Entscheidung, keine technische. Ja, ja, das gab es ja, ich glaube sogar bei Netzpolitik auch genau das Verzicht dann. Dadurch, dass sie das BSI und das Innenministerium so zusammen verschwurbelt sind, das ist ein ganz schlechter Umstand. Also die versuchen sozusagen immer noch so sich gut zu trennen, aber dadurch, dass es sozusagen Aufsichtsbehörde und hin und her und dann auf einmal gibt es technische Empfehlungen, die unter Umständen einen politischen Charakter haben, das BSI wird immer einfach im Sinne der Glaubwürdigkeit, weil wenn das BSI nicht mehr glaubwürdig ist, dann haben die ein Problem. und das ist, aber wenn du, also so viel fühle ich mich schon der Informationstechnik zugehörig, wenn jemand da irgendwie von absoluter Sicherheit redet, hat er keine Ahnung, was das ist. Ja, das sagt ja keiner, aber die Warnmeldung, die sie rausgeben, sozusagen. Ja, also was sie dann sagen, wenn du das und das machst, da gibt es keine Probleme. Ja, also das macht ja keiner. Also BSI jedenfalls nicht. Aber das BSI gibt die Empfehlung raus, Kaspersky nicht zu benutzen. Ja. Das ist okay, das kann man auch auf verschiedene Art und Weisen klären, erklären oder so sagen, dann die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, dass es doch ein Problem sein könnte. Mach ja auch sein. So rein, aber... Was die Presse daraus macht, ist dann BSI warnt. BSI warnt. Rechner... Waren für russische Software. Das ist natürlich kein Quatsch. Rechner unsicher. Ja, warnt für russische... Ja, aber das ist natürlich Quatsch. Die sind immer unsicher. Ja, aber das mal, den Aspekt mal, da sind wir uns einig, Punkt ist so. Und, aber das BSI hat ja ein Problem, wenn sie an der Stelle, also wirklich nachhaltig ist, weil wenn das BSI unglaubwürdig wird, dann braucht man die nicht mehr. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass sowas dann rauskommt, weil viel schlimmer war ja noch, also, dass sie vor etwas wahren, was vielleicht die Gefahr nicht so groß ist, okay. Wenn aber irgendwann mal man an einen Punkt kommt, vor etwas nicht zu wahren, weil es politisch die Einflussnahme oder den Wunsch gibt, das Thema nicht so hoch zu kochen. Nehmen wir mal an, es gibt irgendwo anders eine Lücke, die dann halt politisches Problem für ein deutsches Unternehmen sein könnte. Und das, dann wäre das BSI mehr oder weniger tot, als glaube ich, also in der Technikbranche, dann werden die verbrannt. Und deswegen musst du da genau aufpassen. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob die, also in der Branche zum Beispiel, ja, Kadi ist, da ist jetzt auch nicht bei allen Lieb und Freude, oder BSI oder Finanzamt gibt es auch viele Leute, die die doof finden oder so, dass die Moks machen. Also ich weiß nicht, ob es da, so ein Vertrauen in diese Institution BSI. Doch, gibt es. Ja, weil die so unabhängig aufgestellt sind bisher. Und aber diese Vermischung mit dem Innenministerium, die ist ja erst gewachsen. Ja. Man muss auch noch mal genau hingucken, wenn dabei, also wenn man sich sozusagen für den Sicherheitsmarkt da interessiert, das BSI halte ich für hochgradig glaubwürdig erst mal, wenn die was, bei Twitter kann man da auch schön folgen, wenn die waren, dann kommen das auch seriös, bitte kommen. so, ja, aber BSI ist sozusagen auch die Offiziellen und die dann auch sagen, warum machen wir das und hin und her. Also wenn das Bundesministerium für Gesundheit ist auch glaubwürdig Lauterbach Ja, nee, deswegen ist es ja diese Unabhängigkeit, sozusagen. Das ist ja keine politische Institution. Deswegen BSI Unabhängigkeit. Wenn die was machen. Nein, nochmal, BSI und Innenministerium sind eigentlich zwei Paschuren. Und RKI und Karl Lauterbach sind dann auch die sollten unterschiedlich sein. Das ist aber, die sind, ich würde sagen, schon politisiert worden. Aber nochmal zurück zum BSI, wo ich jetzt hingucken würde, wenn man interessiert ist, wie entwickelt sich das Personell des BSI weiter. Also werden da eventuell in den nächsten Jahren Leute ausgetauscht, wo man sagen würde, oh, die sind jetzt aber ministeriumsnah von der Biografie her. Dann würde ich, dann sollte man mal wieder genauer hingucken. Was sind denn die Entscheidungen und die Empfehlungen, die es in den nächsten Jahren gibt. Und wenn dann auf einmal rauskommt, okay, hier werden jetzt nur noch keine chinesischen, keine weiß ich was, Unternehmen, ohne dass es sozusagen technischen Hintergrund gibt, sondern nur noch politische, dann ist das natürlich doof. Was gibt es denn auf der europäischen Ebene für Institute, die so eine Funktion haben, wie es BSI gibt es auch, aber weißt du da irgendwas jetzt? Ich weiß aber nicht, ob mit der Reputation des BSI. Ja. Also uns ist ja uns beiden jetzt ja schon mal nichts bekannt. Also ich weiß nur, dass eine Außenwahrnehmung, so nehme ich das jetzt wahr, dass wir Deutschen die Weltmeister sind im Datenschutz. Die sich total verrückt machen wegen jedem Furz und deshalb die ganze Digitalisierung in der Gesundheit, im Gesundheitswesen und so, habe ich jetzt noch mal gehört, war da wieder in Schleswig-Holstein und so haben sie irgendwas versucht, Modric gecancelt, weil dann der, dann die Datenschutzbeauftragte festgestellt hat. So und so. Also Deutschland wird wahrgenommen als so die, die absoluten Piss-Nelten mit Datenschutz. Das ist nicht verkehrt, ja. Bin ich jetzt auch nicht so böse drüber, dass das so ist, muss ich mal so sagen. Naja, aber wenn wir jetzt den europäischen Rahmen nimmt, der uns ja teilweise dann auch wie bei der DSGVO zum Beispiel, da habe ich das dann gelernt auch, dass dann halt diese ganzen Spiele auf der europäischen Ebene. Wir hatten jetzt zum Beispiel den Vorgang, der die elektronische Patientenakt, der hier wieder gebremst hat. Ja. Und zwar war das Authentifizierungsverfahren über Web-ID, also das Video-Adent-Zeug. Ja. Das hatte der CCC, da hat er jemand halt gezeigt, wie man das austricksen kann. Aha. Und darüber wird aber sozusagen deine Patientenakte scharf geschaltet. Mhm. So eine Gesundheitskarte hin und her und fälschen und dann Web-ID identifiziert sich, dich, indem du auch deinen Personalausweis hochhältst und so weiter, um dir dann ein Zertifikat zukommen zu lassen, das dir ermöglicht, die elektronische Patientenakte zu benutzen. Ja. Das Verfahren ist und da haben die das alles gestoppt erst mal wieder. Ja, ja. Und so. Also schließlich Holstein oder wo? Ich weiß es nicht. Aber ich hatte nur den CCC-Artikel da gelesen. Ich habe in Deutschlandfunk da einen Bericht gehört, das war am Samstag in Computern Kommunikation hatten wir erst, glaube ich. Mhm. Ja, und insofern würde ich da nicht böse drüber, dass du da, also das wäre natürlich irgendwie anonymisierte Gesundheitsdaten mal, ne? Mhm. Aber da wird ja auch immer gesagt, dagegen hat ja auch keiner was. Ne? Man darf die halt nur nicht so, einfach mal so wie Jens Spahn, so im Hintergrund, ich handel jetzt mal mal diese Patientendaten einfach mal so nebenher im Gesetz mal so mit durchgeschleust, ne? Die schreibt man auch im Nebensatz und ab jetzt können die Unternehmen auch die Patientendaten haben. Und das muss natürlich in einer Form sein, die keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen zulässt und das kann man wahrscheinlich auch, würde ich mal sagen, hinkriegen. Ja. Also man muss ja auf jeden Fall immer gucken, was die kriegen, ne? Aber das halte ich schon nicht für völlig verkehrt oder wenn die, na, Mobilfunkanbieter, wenn die sagen, okay, wir geben Bewegungsdaten raus. Im Sinne von, wir wollen wissen, wie mobil unsere Republik ist. Wie war das ja so, ne? Ja. Im Sinne von Bewegungsdaten, Ortungsdaten, von Handys, in welchen Funkzellen sind die und wie ist die, Bewegung, insgesamt Bewegungsfrequenz. Dann halte ich das auch, wenn da sozusagen die IDs raus sind, die das, im Sie oder was ich was, die Nummern da rausnehmen, sondern die anonymisiert sind und du nur noch siehst, okay, so viel Bewegung gab's. und um zu sagen, okay, wir sind jetzt 20% weniger und die Virologen sagen, oh, müsste reichen, müsste nicht reichen, so, dann ist das schon, ich finde, verkehrt. Man kann natürlich auch mit großen Stichproben arbeiten, indem man sagt, liebe Leute, ja, das wird da bisher gemacht, das ist ja halt. Das wäre halt, glaube ich, auch eine gute Variante, große Stichprobe, 100.000 Menschen muss in Deutschland bei Laune halten, die dann sagen, okay, auch anonym natürlich, aber die aktiv ihre Daten, die sich dafür entschieden haben, ihre Daten rauszugeben, zum Beispiel Bewegungsdaten, ne, oder halt auch sagen, äh, ich bin jetzt erkältet, ich hab jetzt Corona, ich bin jetzt, äh, und ich arbeite, weiß ich was, da und da, oder ich arbeite in dem und dem Beruf, weil das sind ja alles Sachen, die man mit diesen permanenten, äh, wie heißt es hier, nicht doof, mit K. fängt an, Kohortenstudien hätte machen sollen, in der Pandemie, dass wir mal wissen, wo infizieren sich die Leute, ne, im Restaurant oder im Bus, ja, oder in der Schule, hätten wir, äh, ja, ein bisschen gezielter agieren können. Da waren ja die Engländer angeblich auch in der Datenerhebung wesentlich weiter, ne. Ja, bei uns wollte keiner Daten haben. Der Eindruck ist, zwängt sich regelrecht auf. Auch das, was wir jetzt hier, äh, bekommen werden, ja nochmal, äh, nochmal diese Maßnahmenuntersuchungen und so weiter, die der, die, die nicht dieses, dieses eine Gremium da, äh, noch nicht hatte, und die dann sagen mussten, okay, wir wissen nicht genau, wie es mit denen, also, wo man dann sagt, okay, also, weil in England kristallisiert sich, oder ein paar Studien kristallisiert sich zum Beispiel heraus, dass, also, wenn man in der ersten bis vierten Klasse oder fünfte, sechste Klasse Masken verordnet, ist das Quatsch. Ja. Die Kids toben rum, die tragen die nicht ordentlich, das ist Blödsinn, ja, der Masken zu machen, das ist, äh, bremst jetzt nicht so viel, so sieht es jedenfalls jetzt aus, und, äh, das kann man ja, aber, da kann man ja arbeiten, wenn man so eine Sache dann auch, bei Älteren ist es wieder anders, ne, die ein bisschen disziplinierter damit sind, und so, das leuchtet ja auch alles ein, guckt dir eine Schulklasse an, halt die Kamera drauf, wie die Kids da mit ihren labrigigen Masken, wo auf diese alle, viele wahrscheinlich keinen Bock haben, äh, da sitzt und da, wie soll denn das von der Infektion schützen, so, und, äh, und dann muss man, muss man das nicht machen, Punkt. So, und das sind aber alle Sachen, die, äh, solche Studien, macht ja Lauterbach, gibt das Gesundheitsministerium, macht da nichts. Also hat irgendwie das Sozialdingensministerium, eine, glaube ich, da haben wir von der FDP-Ministerin, also jemand aus dem anderen Umfeld, die hat gesagt, okay, wir finanzieren die Studie. Das muss man sich mal vorstellen. Und eigentlich haben wir dafür das RKI, die Abteilung 2, die sich nämlich um Epidemie und Maßnahmen und, ne, Gesundheitsfolgenabschätzung kümmern, die agieren seit zwei Jahren gar nicht mehr. Naja. So viel zu Daten, und selbst wenn man welche hat, oder manchmal ist auch der Wille zu Datenerhöhung dann natürlich eine Schwierigkeit. Wenn man, das Gefühl wohl hat, die Daten könnten einem nicht gefallen, weil es agiert sich im Nebel natürlich schöner, ne? Wenn man sagen kann, ja, ich weiß nicht genau, wie es ist, deswegen sind wir mal lieber ganz vorsichtig. Pass auf, ich habe, das sind glaube ich nur vier, fünf Seiten gewesen, aber das hat mir direkt die Augen geöffnet, ein Pamphlet über Kybernetik in der UdSSR, und da haben sie dann so berichtet, dass sie das auch so durchtreiben wollten, die waren erst begeistert, und dann ging das durch die Instanzen, und dann haben die festgestellt, dass da Daten erhoben werden, und dass jeder Fruchs dann irgendwie in Listen erscheint, und sonst was. Und das hat dazu geführt, dass die das in den Verwaltungsapparaten und so, und in den Entscheidungsebenen, dass sie das ganz bewusst, also ich glaube nicht, dass das eine Verschwörungstheorie ist, dass sie das ganz bewusst gemerkt haben, dass da ihre ganzen Seilschaften und Machenschaften völlig in Gefahr sind, und dass so eine komplette Datenerhebung da ganz böse ist, und dann ist die Kybernetik gestorben in der UdSSR damals. So ist das Narrativ. Aber das kann ich gut nachvollziehen, weil, was das alles allein siehst, bei den Bestimmungen auch für die EU, wer da alles jetzt rein will, da ist mal ganz oben auf dem Forderungskatalog, ist Korruption. Korruption in den Ländern, die muss halt auf dem Mindestmaß gestutzt werden, und wenn du jetzt mal guckst, bei den jetzigen Teilnehmern von der Europäischen Union, Korruption, was die selber noch, zum Beispiel Italien oder sonst was, nicht nur Italien, aber was da noch eine Korruption ist, auch das ist ein Potenzial, was auch Digitalisierung gerne verhindern will. Transparenz, Erfassung von jedem Furz, den du machst und was weiß ich. Es gibt, aber um mal sozusagen eine echte Geschichte, die auch echt fies ist in Russland, mal zu erzählen, das hatte Frank Rieger auch, ging es auch um Fake News und Beeinflussung und hin und her, so dieses Ganze, was wir uns hier beschäftigen, von wegen hat Putin jetzt 0,01% bei der Wahl durch seine Fake News oder weiß ich was, bla bla, die machen bei sich intern, das ist so Geheimdienst, Arschloch mäßig und zwar folgendes haben sie gemacht, die haben sich, ich sag mal eher so linke Bands oder progressive Bands und Künstler rausgesucht, die haben sie gefördert und zwar so Dienste, aber nicht offen, sondern einfach so, die wurden dann immer berühmter, Kulturförderung, weil die auf einmal wurden die so eingeladen, hier und da und wurden berühmter, aber sozusagen eigentlich so Staatskritiker die ganze Zeit und nicht die ganze Zeit, sondern die waren wirklich staatskritisch und gegen Putin oder gegen das System, Regime darf man ja schon sagen und haben die so weit gefördert und die sind in der Szene halt immer größer geworden, und dann haben sie folgendes gemacht, sie haben das öffentlich gemacht, dass sie das gemacht haben. Damit waren die völlig diskreditiert. Daher konnten die tausendmal sagen, dass sie das nicht gewusst haben. Ja. Das ist richtig, das ist richtig, so super Stasi-Scheiß. Ja. Richtig. Also sowas hat ja nicht bei der Stasi gemacht. Ich habe heute, da habe ich im Radio gehört, irgendwie die, von der Ukraine, die gehen jetzt angeblich scheinbar hin und tun Attrappen irgendwo hinstellen und die Russen tun dann ganz teure Waffen da drauf lenken und schießen dann da mit 150.000 Euro Waffen irgendwie pro Position oder was weiß ich, schießen die die Attrappen ab. Ja, die 500 Euro Attrappe auf das war. Und jetzt haben sie gesagt, die Taktik wollen sie jetzt noch weiter ausbauen. Ja. Na gut, das ist ja scheißegal. Die Russen stehen dann irgendwann da und wissen nicht mehr, wo sie hinschießen sollen oder was weiß ich. Aber so Taktiken? So Tausende, ne? So irgendwie, das ist halt so, das ist gerade, wir haben da aber auch Informationstechnik, das sind wir echt ziemlich blöd aufgestellt. Also durch die Sprachbarriere auf der einen Seite, von der Russenseite kriegst du die pure Propaganda ab und wir kriegen medial den Krieg halt nicht nur aus westlicher Sicht, sondern meine These, eigentlich nicht These, sondern meine Arbeitsthese ist, also wie ich rangehe an den Nachrichten ist, wir kriegen den Krieg aus ukrainischer Sicht in unseren Medien. Weil im Prinzip ist ja jeder Telegram, ich folge ja auch Selensky auf Telegram, alles, was der dann postet, könntest du halt gucken, zwei Stunden später ist das halt auch in der Tagesschau auf dem Blog besprochen. Da steht der zweimal drunter, Selensky, im Sinne von, lass mich mit dir überprüfen und hin und her, aber erst mal rutscht das 1 zu 1 durch. So, und das halt, das ist halt eine schwierige Situation, zum Beispiel, gibt es jetzt eine Offensive oder nicht? Die Russen sagen, die ist ein Scheiter, Selensky sagt, wir geben jetzt keine Nachrichten raus, und bitte alle, die Russen sollen jetzt abhauen, und so weiter. Und diese nachrichtliche, schwierige Lage, wo ich eigentlich immer nur sagen kann, oh, Alter, ich warte erst mal wieder ein paar Tage ab, bevor ich das für wahre Münze nehme, was ich hier gerade höre alles. Ja, aber jetzt seit dem Ukraine-Krieg, was ich nicht verstehe, das ist mein Weltbild, was ich vorher hatte, war, dass wir über unseren Planeten so ein ziemlich dichtes Satellitensystem, eine Struktur laufen haben, wo eigentlich jeder furt auf der Erde genau, so und so, das war so meine Vorstellung. Das war so. Irgendwie habe ich das Gefühl, anscheinend wollen wir einen für dumm verkaufen, oder was weiß ich was, aber entweder können sie von außen all jeden furt sehen, jede Druckenbewegung oder nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, was ich da so mitkriege in den Nachrichten, als ob es das alles gar nicht gibt und die irgendwie mutmaßen müssen, ob die jetzt da sind oder nicht. Das wird jetzt zur Zeit, alle Aufnahmen aus der Ukraine werden alle eingestuft sein, natürlich. Und da sind natürlich, da ist der ganze Fokus, denke ich mal, drauf. Russen beobachten natürlich, wie die so gut sie können, aber ich weiß gar nicht, wenn man die ganzen Daten hat, wie viel Bewegung da drin ist, weil wenn es irgendwann so, und das ist es ja, es geht ja um Dörfer, um die gekämpft werden, was sind da dann sozusagen diese Satellitenaufnahmen, ja klar, wenn du da siehst, okay, jetzt kommt da jemand und so weiter, aber ich glaube, da sind die eher mit, also die Ukrainer mindestens mit Drohnen. Das kommt noch dazu, ja, 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 ja. Nee, was ich nur meine ist, trotz der Annahme, die ich habe, es scheinbar doch nicht so ist. Ja, also, auf Twitter gibt es auch manchmal so, das gibt es jetzt aber auch nicht, so Webseiten, die einfach auch nur die die Kampf-, die Frontverläufe da täglich, ne, posten, und wo du dann sagen, da ist ein Dorf eingenommen worden, da wieder zurück, und hin und her. Neutralisierung halt. So, und ja, nicht nur wie so, aber auch dazu schreibt, ne, wo jetzt, weil du sonst hast die Karte da, also wenn du da jetzt nicht jeden Tag raufguckst, sowas, so, und da kann man immer mal ganz gut hingucken, weil da werden auch, wenn mal russische Fortschritte sind, werden die da auch kundgetan, ne, da ist die Karte mit verschiedenen Strafuren und so weiter, so, wo man dann schon das Gefühl hat, okay, die sind jetzt, das sieht jetzt nicht rein, also sieht einfach vom Anschein her nicht nach reiner ukrainischer Propaganda aus. Und ich will ja, wenn ich mich schon informiere oder mich das interessiert, dann will ich natürlich auch möglichst neutrale Daten haben. Ja, aber das, wenn du daran glaubst, dann tut mir leid. Wie willst du es überprüfen, von wem die jetzt wieder und ob sie nicht doch irgendwie, und die Frage ist denn, ob es überhaupt Sinn macht, sozusagen, überhaupt im Tagestakt schon gar nicht oder überhaupt im Wochentakt gerade zu gucken oder ob man nicht sagt, ich gucke mal jeden Monat einmal, wie jetzt der Verlauf ist, so diese längerfristigen Geschichten. Aber, du, hier werden ja sozusagen, ah, die Ukrainer, sie machen jetzt eine Offensive und hin und her. Und typischerweise... Was wir auf jeden Fall sehen, ist, wir kriegen was ganz Reales, nämlich wir unsere Rechnungen haben, wir kriegen hier mittlerweile Preise aufgerufen für unser normales Leben, da sieht man dann doch, dass da doch irgendwas ist da irgendwie da draußen los. Aber, ich habe heute, hier sieht man jetzt nicht, ich zeige da herüber hin, ich habe heute österreichisches Fernsehen laufen lassen. Die haben da auch ein Energie, geschieht so ein Gaskonzern, der da ein bisschen auf einmal so mit Milliarden, die Stadt Wien hat eins gemacht, fünf Milliarden Euro, sozusagen, in Rücklage geben müssen, im Sinne die Sicherheiten übernehmen und so weiter. Da wackeln halt auch so Sachen. Ja. Und, aber, es ist ja das Gas nicht teurer geworden in der Produktion oder in der Förderung oder der Strom. Es sind ja alles Spekulationsgewinne. Wir reden ja nur über Geld, wo gerade Leute viele Milliarden Euro verdienen. Ja. Sonst sind die sogenannten Krisengewinnler. Wir ziehen ja aus Russland nur noch 9,5 Prozent Gas. Den Rest, den wir hier gerade befüllen, gestern auf ZDF oder vorgestern habe ich mich auch ein bisschen darüber erchauffiert auf Twitter, weil noch vor einer Woche war, oh, unser Gas, das reicht nicht und wir müssen und die Preise schießen in die Höhe. Ja, natürlich schießen die Preise in die Höhe, weil es ist ja ein knappes Gut. Warum soll da nicht mit spekuliert werden? Ja. Und jetzt kommt so vorgestern, ja, die Gasspeicher, wir schaffen das, wir sind vor dem Plan und der Winter sieht jetzt schon gar nicht so schlecht aus. Ja, Leute, aber die Preise sind doch jetzt... Ja, da habe ich nochmal, also, das habe ich auch in der ganzen Corona-Thematik, also da wird so für Bullshit gelabert. Wenn zum Beispiel, ich habe das so gehört, die Gasspeicher, die reichen für zwei bis drei Monate. Die reichen nicht für den ganzen Winter, je nachdem, wieder Winter ab. Ja, wenn man gar nicht mehr beliefert würde. Ja, Und jetzt ist aber sozusagen, wir machen uns aber ein falsches Bild davon, welche Rolle Russland dabei spielt. Jetzt im Moment, mit den relativ guten Steigerungsraten bei den Füllständen, klar, Sommer und so weiter geht jetzt fix und auch besser als die anderen Jahre, weil man auch Willen zeigt, die zu füllen, 9,5 Prozent noch aus Russland. Aha. So, mehr ist halt nicht so und die anderen, das andere kriegen wir von woanders her und im Winter soll das umgedreht werden, kriegen wir aus Frankreich wieder was, weil die wieder ihre Atomkraftwerke wieder anzünden werden. Weil sie das, die Wasserkühlung, die Flüsse sind jetzt wohl jetzt so warm, das ist aber im Winter ja weg. so und dann wird das umgedreht und das wäre zweieinhalb Monate kommen wir aus, wenn wir gar kein Gas mehr kriegen. Und sozusagen, ob Russland dann liefert oder nicht, ist dann, hm, das heißt, wir kriegen hier bald Gas- und Stromrechnung, wo einfach nur goldene Nasen an anderen Stellen verteilt werden. Ja. Das ist total scheiße. Es ist alles eine Riesenverarschung. Ja. Das ist aber, das ist eine Tatsache, das ist kein Fake News. Ja, und es ist aber, Habeck, das ist jetzt keine böse Absicht, das ist aber handwerklich einfach scheiße gelaufen. Frankreich deckelt die Preise. Ich denke auch, wir hätten so einen Grundverbrauch, pro, macht man noch, weiß ich was, Personenanzahl, Wohnungen, hin und her, ne, und sagt, okay, wenn du sehr sparsam bist, kommst du mit diesem Grundverbrauch hin und dann, und den kriegst du für einen bestimmten Preis, ne, so, um deine Wohnung warm zu halten. Grund, so, und alles darüber ist schön teuer, also ist teuer. Hast du gestern Klingbeil gehört, im ZDF? Ne, doch nicht. Ja, für den ist das ganz klar, und die, also die reden jetzt davon, dass die halt in der Koalition da irgendwie, jetzt Stress haben, ne? Ja. Aber für den ist das alles so, naja, da wären wir schon noch Regeln da, da so hier. Gehe ich auch von außen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht. Ich kann das bezahlen. So, wenn jetzt statt hier 100 Euro, 300 Euro kommen, geht für mich die Welt nicht unter. Aber für andere Leute geht hier die Welt unter, wenn sie auf einmal statt 100 Euro verändern. Wenn du so ein kleines Unternehmen hast, du hast 20 Mitarbeiter, was weiß ich. Ja, und bist auf keine, eine Küche, hast eine Küche, ne? So, irgendwie, und heizt da mit Gas, machst du das Essen warm. Und auf einmal müsstest du die Preise, hast du statt 5.000 Euro im Monat, sollst du auf einmal 25,000, 50.000 bezahlen. Kannst du dich, das ist Ende. Habe ich gesehen, nur von den Betriebskosten von Seniorenheimen oder so, zum Beispiel so ein Bericht. Da hat dann einer vorgerechnet. Ach, das ist, ja. Da bin ich mal gespannt, was da passiert, weil, dass hier, weiß ich was, auf einmal 10% der Deutschen in privater Insolvenz oder sozusagen zahlungsunfähig werden, das hat ja einen Impact. Das macht ja Stress. Das hält das Land, müssen ja nicht 30% sein, sondern 10, 15%, die wirklich in Zahlungsschwierigkeiten kommen, dann ist hier doch Unruhe. Aber nachhaltig. Was war das in Frankreich? Diese Gelbwesten zum Beispiel. So, aber ich glaube auch zum Teil, jetzt gehe ich vielleicht wieder in eine komische Ecke, aber kann man genauso rausschneiden und nur so senden. Wie ich das jetzt im Folgenden sagen werde. Ja, genau. Was man da mit dieser ganzen Corona-Bewegung und sonst was auch an Potenzial kaputtgeschlagen hat, weil jeder, der es auch Maul aufmacht, ist direkt Systemgegner, Systemfeind. Zack. Also ich glaube, da ist jetzt auch so eine Energie aufgebaut, die also so Protestbewegungen auch ein bisschen schwer macht, oder? Ja, oder halt so ein Deckel auf etwas macht, was dann unangenehm enden kann. Also in Frankreich sind sie ja jetzt irgendwie, was Demonstrationskultur angeht. Ja. In Deutschland sind wir doch echt super Langweiler. Ja, klar. Also ich erwarte hier keine Revolution. Im Durchschnittsalter sind wir zu alt, die Mittelschicht sozusagen ist noch reich genug, wer müsste also auf die Straße gehen, die arm. Und die können aber schon... Die Nazis dürfen aber auch nicht mehr auf die Straße gehen, ist auch gut so, aber dann jeder, der auf die Straße geht, ist ein Nazi. Weißt du, zack. Ja, das halte ich für ein mediales Problem, im Sinne von, dass die Medien, die Medien müssten, das ist, und das war hier, auch darüber habe ich mich schon sozusagen auf Twitter immer mal wieder echauffiert, dass auch bei Plasberg und wie sie alle heißen, die Linken immer danach gefragt, ja, sie wollen ja jetzt auch die Montags-Demons machen, ist das nicht so zu sagen, sie gehen mit denen zusammen auf die Straße. So, die sich dann natürlich, wie, wir gehen, das ist, natürlich machen wir nichts gemeinsam und so weiter, sich dagegen veranlösen. Und die ganze zwei Minuten lang wird nur in die Richtung gefragt. Null Inhalte abgefragt. Warum man dann abgefragt. Ja, nö, nö, nö. Und... Das meine ich ja. Und die Aufgabe... Warte aber jetzt... Und die Aufgabe von öffentlich-rechtlichen Medien wäre, und die wäre auch erfüllbar, dabei zu helfen, das zu trennen. Und nicht dabei zu helfen, es nicht zu trennen, ist also zu vermischen. Es müsste also ganz klar medial die Aufgabe verfolgt werden, nee, die haben natürlich nichts miteinander zu tun, also müssen wir medial jetzt auch nicht das nochmal extra fördern, dass es so ist. Und das passiert aber. Und das geht natürlich jederzeit. Du kannst halt... Du zeigst die linke Demo, da sind ja... Und dann machst du... Und 100 Meter weiter demonstrierten die Rechtsextremisten. Ja. So. Wobei die mittlerweile sich auch trauen, die laufen, egal wo, laufen die einfach auch mit, ne? Mittendrin. Es ist denen scheißegal. Und ich aber bin da, das hatte ich ja fast nicht für die linken Vorsitzende, oder eine der Damen da, heißt, die jetzt da irgendwie am Start ist, die sagte, na, wollen wir denn den Montag jetzt auf Dauer den Rechten überlassen? Und der Meinung bin ich auch. Wie soll denn das laufen? Und dann nehmen sie, demonstriert man am Dienstag? Da würde ich ja mal sehen, ob denn überhaupt, weißt du, ob nicht mehr Kamer... mehr Scheiß-Kamerateams am Montag dann dabei sind, wenn die Nazis demonstrieren, ja, als wenn am Dienstag irgendwo die Linke halt und Hartz-IV, für Hartz-IV-Empfänger demonstriert. Das ist, ja, ja, die Linken haben wir jetzt am Dienstag, aber die große Demo war ja am Montag. Nicht die große Demo, sondern die große, die mediale Demo war. Die medial wirksame Demo war am Montag. Und da bin ich, nicht, da bin ich sauer drüber, wenn das so funktioniert. Naja, das finde ich schon so. Mal gucken. Aber dieses wirklich, wenn die Leute nicht bezahlen können, was passiert denn dann? Ja, das ist, das ist, das ist, dann kriegen die alle Gerichtsvorzieher. Da kippt auch das Gerichts, das Verzugssystem ja auch zusammen. Also was man sehen kann, ist, die tun ja jetzt von staatlicher Seite aus auch Beschlüsse machen, dass zum Beispiel die Mieter einen nicht rausschmeißen dürfen, dass der Strom, also die Versorger, dass die einen das nicht abschalten dürfen. Dann haben sie jetzt erstmal einen gewissen Zeitpuffer, den bringen die jetzt da rein. So, und dann fangen nämlich die aus einer höheren Schicht sozusagen, also die Städte, also diese Wohnungsbaugesellschaften, Versorger und sonst was, die merken dann, oh, jetzt haben wir da aber jetzt hier irgendwie, wie kommen wir damit klar? Ja, dann was weiß ich was. Am besten natürlich von oben nach unten verteilen. Ja, und es geht ja darum zum Beispiel diese Zahlungsgeschichten im Sinne von, man wird nicht gleich rausgeschmissen, es ist ja sozusagen eine Stundung um ein halbes Jahr. Ja, ja, ja. Du hast ja auch, bei uns gibt es ja Millionen von Rentnern, die sozusagen knapp über der, die sind ja an keinem System drüber aus einem Rentner. Ja, genau. Die haben auch, die wollen auch keine Almosen. Ja. Die müssen das erste Mal in ihrem Leben jetzt irgendwo hin zum Amt, und dann sozusagen unter diesem Deckel der Sozialhilfe zu kommen und kommen sie vielleicht gar nicht, weil sie dann doch irgendwie und haben da, die sparen sich das ab, die frieren sich das ab und die hungern sich das ab. Oder die Kinder helfen dann irgendwo andere Nachbarn, Freunde kompensieren. Das wäre jetzt bei meinem Vater, Gott hab ihn selig, bei meinem Vater wäre das genau so, wenn er jetzt 200 Euro mehr zahlen müsste, das hätte ich, wäre auch okay gewesen, aber das wäre halt notwendig gewesen, weil er sonst halt da mit seiner Rente da nicht gut über die Runden gekommen wäre. Ja. Und das ist aber für, für, für ein Gut, das hier knapp wird, weil XY, jetzt guck mal, alle Putin schuld, da ist aber auch noch ein bisschen mehr, wie gesagt, 9,5 Prozent aus Russland, mehr nicht. So ist eigentlich einiges schief. Ja, die Stimmung im Volk ist durch Corona jetzt irgendwie auch irgendwie anders, ne? Das heißt, die sind sowieso schon alle völlig am Arsch und ausgebrannt, ne? Ja, da wirst du keine großen Proteste sehen. Die sind alle am Ende. Ja, also wenn, wie gesagt, unter Umständen beginnt ein paar Laute, ne? Das kann schon sein, dass du sich Gruppen irgendwie, aber ich, bis an den Linken, ich habe ja auch in der Corona-Zeit an den Linken gezweifelt, weil im August 2020, als die ersten Demos waren, da hätte die Linke nach vorne treten müssen und sagen, wir sind das Auffangbecken für Einzelunternehmer, für Künstler und ihr braucht nicht zu, Anführungsstrichen, Querdenkern gehen oder zu den Rechten, sondern wir kümmern uns um euch. Ihr braucht auch keine Verschwörungstheorien anhängen, sondern wir kümmern uns um euch, weil es gibt auch andere Gründe, warum man sich um euch kümmern muss. Links, ne? Die Linke als Partei. Haben sie nicht gemacht, weil alles sozusagen unter den Schirmen gestellt wurde. Ja, also wer da irgendwie dann, das ist ja irgendwie, nee, das ist ja schon irgendwie ein bisschen Corona-Leugnerei, wenn man da sozusagen überhaupt dann demonstriert. Und deswegen traute sich da keiner rein so richtig und das ist natürlich ein großer Fehler gewesen. Und die Frage ist, ob die Linken in der Lage sind, jetzt wieder sich zu positionieren im Sinne von, wir sind die Lobby, wir sind die Lobby für die Armen. Ob das glaubwürdig, die Linken schaffen, das wäre gut. Könnte das Land gut gebrauchen. Könnte es nicht schaffen. Ich weiß nur eins, wenn der Markus Söder Kanzler geworden wäre, dann hätten wir die Kacke nicht so am dampfen. Der war nämlich gut, der ist gut, der Mann. Genau, der hätte mit Putin schon noch ein Deal gemacht. Der hätte das ja, wenn er mal hingegangen hätte, den Putin mal so einen Arm genommen. Guck mal, ja, Junge, lass schon mal drücken. Ja gut, der hätte aber Trump auch noch bleiben müssen, denn die zusammen. Aber es ist natürlich müßig, darüber zu spekulieren, wie die Situation verlaufen wäre, von Söder und Trump. Aber das, wenn du die, das stimmt, das kommt ja, das ist ja genau das Gleiche. Ja, das ist immer Storytelling. Also, du bist in der Gegenwart, aber du guckst in die Vergangenheit, die musste irgendwie auch immer, selbst lexikalische, historische Daten werden einfach geändert, weil man gar nicht jetzt die Geschichte wieder anders erzählen muss. Ja. Wenn man welche neuen Informationen hat und so, das ist ja, die Archologie ist ja, was da alles zusammenbricht manchmal, wenn die irgendwas finden. Anders als gedacht steht dann da in den Berichten, ich lese sie so gerne. Anders als gedacht. Neue Studie hat herausgebracht, anders als gedacht. Das ist ja auch, wenn wir mal gucken, wie das hier alles weiter verläuft, aber wenn es so ist, wie ich meine Theorie ist ja, sozusagen China und Indien sind hart und stramm an Putins Seite. Ja. Die bauen, also sind sie wirklich, also wirklich sozusagen, die fahren da die Wirtschaft so schnell, sie können hoch, also auch den Handel mit Russland. Wenn unsere Sanktionen nicht Mitte nächstes Jahr ein Maximum an Wirkung entwickeln, kannst du die irgendwann, kannst du die in eine Tonne kloppen. Bei China könnte ich mir zum Beispiel sogar noch vorstellen, dass da ein Potenzial jetzt beim Volk ist, die durchaus auch nochmal Proteste ermöglichen können. Das könnte ich auch noch. Weil die durch diese Gängelung, wie die Chinesen mit dem Volk umgegangen sind, das war ja schon ziemlich krass mit ihrem Zero. Läuft ja auch noch, ne? Und irgendwie, die so was auch nicht, wie die das so... Jetzt haben sie auch kein Wasser in der Flüsse, ne? Ja, oder zu viel. Auch der Ofen. Das war ja nichts oder halt tausendmal zu viel. Ja. Und, aber, das wäre dann sozusagen die Langfristgeschichte im Sinne von, wenn das alles nicht wirkt, dann baut sich hier eine Parallele. Also wir haben dann wieder schön Mauer sozusagen errichtet, ne? Aber die verläuft halt ein bisschen anders und China und Indien sind mit dabei. Und dann ist ein separater Wirtschaftsraum. Die koppeln sich gerade ab. Also China konnte ja sehen, dass der Westen von einem Tag auf den anderen die Zahlungsflüsse unterbrechen kann. Und Indien konnte es auch sehen. Das kann ein Land sich nicht leisten. Die müssen, die müssen ein separates Währungssystem aufbauen. Das machen die. Also ein Zahlungsverkehrssystem. Weil das geht ja nicht, dass nur der Westen das System kontrolliert. Das ist unmöglich für ein Land. Aber wie ist es mit dem Internet und den ganzen... Ja, das kriegen die autonom betrieben. Das geht ja. So ist das Internet ja konstruiert, dass es auch autonom funktioniert. Aber sozusagen wie man dann mit den anderen Netzen dann interagiert und so weiter. Und Russland hat ja auch das. Natürlich ist es schwierig, das zu entkoppeln komplett. Aber sie hat es auch versucht. Und... Aber... Und das heißt, langfristig arbeitet meines Erachtens die Zeit eindeutig für Putin. Weil er ist dann halt... China, Indien werden wachsen, wachsen, wachsen. Anders als der Westen. Die werden immer größer, wirtschaftlich immer stärker. China wird irgendwann die USA doch dann deutlich einholen. Ist einfach demografisch auch bedingt. Und... Hat man nicht jetzt auch festgestellt, dass Deutschland irgendwie... Also im Vorbeifliegen gehört. Dass Deutschland auch wirtschaftliche Beziehungen zu China hat? Ja, kräftige, ne? Das ist da irgendwie abhängig von denen und die wollen jetzt irgendwie... VW ist nur noch in Mexiko oder so bauen, oder was? Ja, muss ja sein. Die sind dann auch in Mexiko verkaufen, ne? Ja, aber die... Wenn man alleine auf die Zahlen guckt der Menschen, die sich hinter diesen Ländern verbergen, Russland jetzt, war nicht gar nicht so groß, aber China und Indien zusammen, sind das so viele, da kann sich ja jeder ausrechnen, wenn der Westen eine autonome, sozusagen in sich geschlossene Welt eine stabile Geschichte hinkriegt, handelstechnisch, dann kriegen die anderen das natürlich auch hin. So. Oder wenn jetzt Sachen... Das hatte der Frank Reger, der war da auch in dem Dings-Podcast da, hat er ja ganz gut gesagt, von wegen, ja, aber Putin, der muss jetzt irgendwelche Technik-Chips aus irgendwelchen Bussen ausbauen, um die in die Waffen einzubauen. Leute, wollen wir uns mal bitte daran erinnern, dass die Länder, die unter den allerstärksten Sanktionen, die man überhaupt vom Westen kriegen kann, der Iran und Nordkorea. Nordkorea hat die Atombombe, sogar die Fusionsbombe, sich gebaut, hat eine der, und hat die, eine der effektivsten Cyber-Einheiten, Cyber-Kriegseinheiten, das heißt, und die sozusagen, dieses Land ist hochgerüstet, Iran, baut mit so Drohnen, ne, in den Massen, sozusagen. Dieses Land steht unter den strengsten West-Sanktionen überhaupt. Das heißt, unsere Sanktionen, selbst wenn wir sie haben, das tut ja gar nichts. Weißt du? Und warum soll das bei Russland jetzt anders sein? Ja, aber wenn in diesen ganzen Firmen da, bei den Russen und Chinesen und Iranern oder was weiß ich was. Ich sag dir, also du hast das nicht richtig durchdacht, weil, wenn, wenn da das SAP nicht funktioniert. Ja, das habe ich natürlich nicht. Wenn die das einfach, wenn die die Lizenzschlüsse, die Laufzeit da. Ja, über den wir einfach wegnehmen, das SAP. Nee, aber dieses sozusagen im Sinne von kriegsunfähig werden. Also deswegen kann man, ich bin ja dafür, dass wir harte Sanktionen machen. Wir müssen sie nur richtig machen und das tun wir nicht. Wir sind ja offen wie ein Scheuern über Griechenland, fließt, geht der ganze Handel da, auch mit den Rohstoffen, die wir halt eigentlich nicht wollen, dass die fließen. Und da wird Indien über Griechenland versorgt und am Ende kommt das Öl oder das Gas oder was auch immer, das Öl wieder veredelt zu und zurück und wird ins Teure verkauft, weil der Marktpreis es ja gerade zulässt. Das ist ja die Situation. Und das heißt, da, wo wir noch wirklich wirken könnten und wo auch man sagen könnte, okay, das tut den, auch dem, sozusagen die Russen selbst merken, dass es richtig wehtut, dass, wenn das jetzt nicht in den nächsten, bis Mitte nächstes Jahr wirkt, dann wird das ersetzt. Punkt. Wenn du aber jetzt guckst, was man sich immer so ausdenkt, bis zum nächsten Jahr und so, was da alles passieren kann und so, wenn man jetzt guckt, wird man ja im Moment eigentlich nur getrieben. Man kann es ja alles möglicher ausdenken, aber du wirst gut, man weiß, mit dem Klimawandel, das weiß ich, seit ich jugendlicher bin. Aber die langen Linien funktionieren ja eigentlich aber noch ganz gut. China wächst, Indien wächst. Ja, China wächst, aber auch erst irgendwie seit den 70er Jahren, oder wann, ne? Ja, man guckt mal, die Größenordnung, die Zuwächse und so weiter. Ja, das ist schon exponentiell ist das, ja. Schon kräftig halt und mal gucken, ob sie das jetzt ist. Natürlich erstmal nicht und man weiß auch nicht, ob sie das durchhalten in der Größenordnung, ne? Aber ich weiß gar nicht, 1,3 Milliarden Menschen, Indien auch irgendwie 1,1 sowieso. Ich habe mir gestern noch gedacht, wo ich irgendwie den armen Scholz da gesehen habe, von seiner Rede da an der Uni da und dann berichtet wurde, ja, der arme Kerl, der hat versucht irgendwie, die Leute zu überreden, dass jetzt dann die europäische Regelung mit der Einstimmigkeit mal überdacht wird und das ist jetzt Mehrheitsprinzip, ne? Weil bla 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 und dann gab es dann natürlich was von Tschechien und Ungarn und was weiß ich was, ne? Die wollen das ja gar nicht, ne? Da habe ich mir so gedacht, der müsste jetzt hingehen und sagen, wisst ihr was, Deutschland tritt aus der EU aus, tut Schmidt Frankreich von mir aus Norwegen, alle, die parieren wollen, ne? Ja, sondern mit den Engländern machen einfach eine neue. Dann sind die Ungarn und die Tschechen einfach weg, ne? Können Sie ja blöd gucken. Ja. Das ist dann so. Ja, das ist halt, die EU ist halt, Helmut Kohl hat schon, als die britischen Staaten dazu kam, kam, hat Helmut Kohl gesagt, die EU überdient sich. Ja. Das ist alles 25 Jahre her. Und jetzt haben wir natürlich eine EU, die ja sehr divers ist, auch in den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen. Und mit Ungarn natürlich eindeutig zu sehen, dass sowas auch mal ganz andere Wege gehen kann. Was die Hose gehen kann. Ja, aber Polen ist ja auch ein, Polen ist am Moment eigentlich wegen dem Ukraine, also wegen den Russen, mögen die Polen jetzt eigentlich auch wieder die EU ein bisschen mehr. Ja, genau. Aber wenn du dir vorstellst, so von wegen Sachen wie Einstimmigkeit, also um die Einstimmigkeit aufzuheben, bräuchte man ein einstimmiges. Ja, genau. Das ist ein Clou. Also das ist ja halt sozusagen... Deshalb fick dich. Schöner Vorschlag, aber genauso. Und das andere ist, und das wissen die in Polen auch, wir hatten ja diese relativ kräftigen Versprechen, die Ukraine kommt in die EU. Und ich glaube da überhaupt nicht dran. Weil wir hatten, als seinerzeit Polen in die EU aufgenommen wurde, war ja, was ist damals passiert? Polen ist groß, große Landwirtschaft. Ich glaube, die Außengrenze an Russland oder was? Ja, große... Ich mach mal den EU-Aspekt und Landwirtschaft. Und das ist immer so. Zum Beispiel die Bauern. Die braucht man ja. Da muss man die Bevölkerung so ein bisschen versorgen. Und das heißt, die Agrarhilfen, die vorher im Osten landeten, wanderten, also im Ostdeutschland, die wurden ja dann neu berechnet. Und Polen. Was passiert, wenn das eines der größten Länder der Erde, mit einem die Kornkammer Europas genannt, was passiert, wenn die EU dahin ausgedehnt wird? Was passiert bei den Agrarhilfen? Die werden neu aufgeteilt, wenn die in die EU kommen. Was meinst du, wenn ein Polen los ist? Weil die kriegen... Wir wollen jetzt eindeutig Nettoempfänger sein. Das heißt, das wird man nicht lustig finden da. Wenn es sozusagen die Beschlusslage, die dann herzustellen ist, müsste ja beinhalten, nee, Deutschland und die Länder, die Nettogeber, müssten mehr zahlen. Das machen sie dann mit Deals, dann gibt es Ausnahmeregelungen, dann kommen die aus der Verteilerrechnung einfach da raus und kriegen die Sonderzugeständnisse. Machen sie jetzt bei den Ungarn ja auch. Genau. Und das muss man aber, wenn man das alles auf... Ich glaube ja daran, dass man, und das funktioniert ja jetzt auch, die Solidarität funktioniert ja gar nicht so schlecht. Also was die Ukraine jetzt mit den Waffen ist natürlich. Aber ich sage mal, wenn der Krieg irgendwann hoffentlich bald vorbei ist, dann geht es ja darum, dann braucht die Ukraine ja unglaublich viel Hilfe. Weil dann ist ja da wieder Aufbau angesagt. Und man muss sich dann ja klar machen, dass die halt auf Dauer sehr viel Geld brauchen werden. Und wenn man das auf der europäischen Ebene hebt, also im Sinne dieser Struktur, die dann entscheiden müsste, ist man an einem ständigen Streit, wie viel denn die Ukraine jetzt kriegt, von dem großen EU-Tropf. Wenn man das, wenn man sie in der EU hätte. Wenn die so schnell, na ja. Genau. Wenn du das aber entkoppelst von dieser... Und die Solidarität ist ja aber grundsätzlich da. Von Ungarn vielleicht jetzt nicht so viel, aber von den anderen. Wenn du das von dieser EU-Ebene entkoppelst, kannst du trotzdem die Solidarität über die EU vielleicht organisieren lassen. Oder auch bündeln lassen. Aber sie müssen nicht in der EU sein, um diese Kohle zu bekommen. Ich glaube, weil damit... Unter Umständen würde man ja damit die Stabilität der EU relativ stark gefährden, wenn man in die Richtung geht. Das ist ehrlich gesagt, das kann... Dann kann ich nur sagen, keine Ahnung, was da los ist. Also Geostrategie zum Beispiel. Da bist du so in einem Storytelling, da kannst du so viele Plots da aufmachen. Es ist wie... Ja, und... Bandstorming über... Und dieses sozusagen Einstimmigkeitsprinzip aufgeben, heißt ja aber auch, wenn man dann auf die Karte guckt und sieht, okay, England ist raus, damit sind wir ja sowieso schon an so eine Grenze geraten, im Sinne von, wenn ich jetzt hier sehe, wie viele baltische Länder habe ich, ne, und wie viele, so, sag ich mal, Alt-EU, Kern-EU, ne, das alte Europa, so, dann ist das Gleichgewicht ja schon mal, das heißt, irgendwann gibt es dann auch mit Nicht-Einstimmigkeitsentscheidungen, Entscheidungen, die zugunsten der baltischen Länder, oder dieser ganzen osteuropäischen Länder ausfallen. Die müssen uns nicht gefallen. Und zu solchen Situationen wird es kommen, es wird ja Allianzen geben, die wir jetzt denn vielleicht noch gar nicht sehen, aber dann sind wir ja nur noch eine, ein Player von vielen und Deutschland verliert ja durchgehend an Bedeutung. Kennst du den Begriff Trajektorie in den Sozialwissenschaften? Trajektorie kennst du von einem anderen Bereich auch, denke ich. Also ein bisschen Trajekt, ja. So, aber das ist keine Triangulierung. Da versuch du mal. Also hier geht es um einen Trichter. Also Trajektorie heißt ein gesellschaftlicher, historischer, wirtschaftlicher, ökologischer oder technologischer Entwicklungsverlauf, der zwar durch bestimmte Rahmenbedingungen ermöglicht, beziehungsweise vorgezeichnet, aber doch teilweise zukunftsoffen im Sinne einer Trichterbildung. Das heißt, eines sich allmählich oder plötzlich öffnenden Optionsraum ist. Der Verlauf kann auf kurze Sicht recht genau vorhergesagt werden, auf längere Sicht und das ist der Punkt, verringert sich die Prognosesicherheit erheblich, weil eben diese ganzen Wenn und Abers sich dann summieren in der Zukunftsprognose und der Trichter immer größer wird sozusagen. Immer mehr Faktoren, immer mehr Variablen kommen da rein und wenn das und das und das und wenn dann plötzlich noch, was weiß ich, Nordkorea jetzt irgendwie mit Biowaffen da New York platt macht oder was ist so was und so. All das, was auch durchaus wahrscheinlich ist. Ja, möglich. Das ist im Sinne von technisch. Ja, damit meine ich das. Das meine ich halt mitmachen. Nach gewissen Wahrscheinlichkeit. Ja, aber so bestimmte Grundentwicklungen halt, also was weiß ich, dieses, dass sich natürlich diese Theorie da quasi verwirklicht, also die seit Jahren ja, in der Ukraine wird sich entscheiden, wie der Ost-West-Konflikt weitergeht. Das passiert ja jetzt halt. Das ist ja jetzt nicht seit, das ist halt, die Frage ist ja, so hat sich das sozusagen dahin gearbeitet, weil es vorher diese Vorhersage gab, sozusagen im Sinne von ja, dann machen wir das mal so. Also auf beiden Seiten. Da habe ich das Gefühl, wenn sowas dann rangezogen wird, dann sagt man, guck hier, da ist der Professor hast dich von der Universität, hast du dich gehört und der hat schon 1972 geschrieben, so und so, bla bla und dann denke ich mal, ja, aber du wirst, egal wie sich das entwickelt hätte, immer irgendeinen finden, der das irgendwie in die Richtung vorhergesagt hätte. Aber es haben ja auch über die viele Jahre immer, wurde ja immer auch auf Staatsebene sozusagen im Westen, okay, hast du den Przinski, oder was du, diese Werke da, aber Putin hat ja auch immer gesagt, an der Ukraine macht man nicht, sozusagen. Und das hat sich jetzt halt hier so alles tun überrascht, plötzlich und sagen, oh, wir haben uns so, was denn jetzt von dem konkreten, Geheimdienste wussten von nichts. Von dem konkreten Überfall war ich aber auch überrascht. Also auch immer, dass der gesagt, ja Putin hier, so von wegen, der hat vorgehabt, Kiew in drei Tagen, ja, aber das haben ja auch alle anderen erzählt, dass es so laufen wird. Wer hat denn das, wer hat denn mal was anderes gehört irgendwo? Zelensky hat bis zehn Tage, oder, ja doch, zehn Tage ungefähr oder eine Woche nur, bevor der Krieg losging, hat er noch Biden dafür beschimpft, dass er mal hier keine Panik machen soll, dass hier die Russen angreifen. Wir sind hier vor Ort, wir haben andere Informationen. Zelensky, in die Kameras rein, laut. Und ich, der dann sozusagen auch in der Hoffnung, ja, wird schon keinen Krieg geben, der natürlich lieber, hier habe ich lieber dem Zelensky hingehört. Man weiß doch auch nicht, ob der das vielleicht doch insgeheim anders wusste, aber dann nach außen hin dann sagen, um die Situation irgendwie doch noch zu drehen, dann diesen Standpunkt einnehmen, das heißt, du weißt es ja nie, weil die sind ja auch Füchse, ne, ja, was wir da sehen, was sie da alles sagen, also da nehme ich kein Blatt vom Mund, da denke ich, dass die immer schon genau wissen, was sie da sagen. Und das muss nicht den Erkenntnissen entsprechen, ihren Erkenntnissen. Aber es war, wie gesagt, das, was sozusagen er, also auch wirklich ihr schon viel, also mit Nachdruck vorgetragen hat, vor Kameras, dass er sich verbittet, aus den USA solche Worte, hier ständig die Kriegsangst zu schüren und, 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 weil er, wenn er die Kriegsangst sozusagen, oder diese Geschichte angenommen hätte, gut, Olaf Scholz sagte, er hat sich ja sowieso schon vorbereitet, also kommt dann noch auf, aber dann hätte er ja schon ganz anders unter Umständen Unterstützung bekommen, auch so, weißt du, auf der Ebene im Sinne von, ja, scheiße, hier geht's bald los, ne, im Sinne von auch leichter durchsetzbar gegenüber der Bevölkerung, im Sinne von, ja, nee, wird schon nichts passieren, brauchen wir jetzt noch, also wer hat denn daran gedacht, schwere Wachen oder irgendwas zu liefern, so, und, und Scholz hatte, das war ja immer so, ja, Scholz wurde von Putin ja belogen und, das hatte Scholz ja selbst, Olaf Scholz hat selbst glatt gezogen, ne, sagt er, so war das nicht, Putin hat uns gesagt, er hat es nicht vor, in die Ukraine einzumarschieren, dann hat Olaf Scholz gesagt, das hat er sich vielleicht auch nacheinander ausgedacht, aber er hat bei, Anne Wille oder irgendeinem von diesen Talkshows hat er dann erklärt, das muss er mal richtig stellen und er sagt, das hat er auch an der Pressekonferenz gesagt, in dem Moment war uns klar, wenn er sagt, er hat es nicht vor, heißt ja nicht, dass er es nicht macht, das ist ja nur so, am liebsten würde ich es nicht machen, aber, und ab dem Moment, sagt er, war uns klar, da passiert jetzt was, und er war alles, wo wir sich hin, Putin hätte sozusagen Scholz belogen, also auch in der Presse sozusagen, und das, solche Geschichten und dieses genaue Hinhören, ne, wo, ja, das ist halt, fällt uns relativ schwer, und es ist bei Putin ehrlich gesagt auch nicht so einfach, wenn er da seine historischen Storys anfängt zu erzählen, Das ist ja das, also der Scholz ja Jurist, ja, so, und, die Juristerei ist ein Laberfach, und das sind die Hütchenspielereien, das sind Worte, da werden Aussagen gemacht, wo mit den Begriffen, und die man verwechseln kann, und so, wenn man nicht richtig zuhören will, und am Ende kann man immer noch das Gegenteil sagen, egal was sie sagen, das ist ja auch Rechtsverdreher, das hat alles mit Worten zu tun, und mit Aussagen, Aussage-Logik, und dann, dann, ja, das ist typisch, so ein Jurist, der sagt, ja, der hat ja gesagt, dass er es nicht vorhat, ich habe das dann einfach so interpretiert, dass er es machen wird. Ja, es gibt, also, ich habe, also, ich habe auch in den letzten Jahren, ich habe ja eine Bundespressekonferenz hier, über das junge Naiv, da immer relativ viel verfolgt, und auch so, da ging es auch, waren so Sachen, wie mit den Skripal-Geschichten, oder diese ganzen, wo so ein bisschen komische Geschichten abliefen, und da ist dann irgendwann, sind auch wirklich fast alle sozusagen, ein bisschen auf den Leim gegangen, die Bundesrepublik, die Sprecher sind in der Lage, Eindrücke zu vermitteln, dass sie das eine meinen, aber sagen tun sie das andere. Genau, und jeder weiß es, wie es gemeint ist. Nee, könnte man meinen, aber nur, ja, genau, der eine, der ganz andere, der vermittelte, als der Wortlaut, es eigentlich hergibt. Das heißt, du wirst als Journalist auch, in eine falsche Richtung gelenkt, in der Recherche, in den Pfeilen lesen, in der Betrachtung, und wenn du dann sagst, aber früher haben sie doch das ganz anders gesagt, und so eine Situation gab es von Thilo und Hans, über drei Bundespräsidentenkonferenzen, dann mal nachgeguckt, mal gucken, was sie gesagt haben, also wirklich dann nochmal nachgespielt, und tatsächlich, nee, das haben sie so nie gesagt, aber der Eindruck ist geblieben. Ja, genau. So funktioniert Rhetorik, das ist Rhetorik. Hat aber sozusagen die Journalisten auf eine völlig falsche Spur gebracht, die zur Bundesregierung der und der Ansicht wäre, und sie haben es aber nicht gesagt. Ja. Und das ist halt so, das ist natürlich auch totale Journalistenverarsche, muss man mal so sagen. Ja, oder die Journalisten haben einfach irgendwie da ein bisschen Nachholbedarf. Ja, oder wollten auch bestimmte Sachen so glauben, so dass es in diese Richtung ist, und dann ist es natürlich einfacher, so Confirmation Bias, bist du halt schneller dabei. Hauptsache ein Skandal, Hauptsache wir sind schnell. Ja, genau, also nach dem Motto, wir geben unseren Skandal zu, wie wir handeln, unser Handeln ist ein Skandal, aber am Ende ist es halt so, so, haben wir auch nie gesagt. Gute Unterhaltung, ja. Ja, also, ist dann halt irgendwann wirklich dieses genau hinhören, weil das ist ihr Job, das ist deren Job, die Sachen so darzustellen, dass die Regierung gut aussieht. Ja, wenn man jetzt, also bei, wenn mich einer fragt, was ich von Journalisten erwarte, von einem guten, dann kommt mir direkt immer dieser Gedanke, dass der so viel wie möglich verschiedene Seiten zu einem Themenkomplex anreißt. Das ist für mich guter Journalismus, das ist vielleicht auch ein bisschen platt, aber, dass der halt nicht nur so, und deshalb, ja, also ich zum Beispiel, ist es schwer, wenn ein linker Journalist und ein rechter Journalist, ne, weil die haben schon so eine Stoßrichtung, wo du genau weißt, der wird niemals bemüht sein, an den und den anzuschreißen, wenn dann nur, um irgendwie den anderen dann doch bloß zu stellen, indem er seine Perspektive darstellt, und da aber dann sagt, ah, da ist hier der Fehler. Also, ich kann zum Beispiel heutzutage verstehen, warum zum Beispiel nie der russische Botschafter in den Talkschuh geladen wird. Das kann ich verstehen, sozusagen. Aber nur aus einer ideologischen Sicht, aus journalistischer Sicht, würde ich sagen, das wäre doch interessant, was der mal zu sagen hat. Soll der sich, soll der doch mal seine Lügen vortragen hier, ne, aber das macht man halt nicht. Also ich bin nochmal, da kann man auch mal jetzt auch wieder separat rausschneiden sehen, wo das anfing, boah, was war es mit der AfD oder so, ne, und Wahl, ZDF, Wahlstudio, was weiß ich, die wurden interviewt dann von der Bettina Schausen, und die hat eben von der AfD praktisch nur das Mikrofon kurz unter die Nase gehalten, da hat sie gesagt, sie sind ein Arschloch, sie haben einen verstanden, und außerdem rede ich überhaupt nicht mit ihnen, gehen sie weg von der Kamera, ich rede jetzt nur noch mit den anderen Parteien. Das ist natürlich fatal, weil die ja auf dem Wahlzettel standen. Entweder mache ich Demokratie, mache ich Journalismus, ne, oder, also die haben sich da beim ZDF, finde ich, in den Wahlsendungen haben die Sachen geleistet, die, also unwürdig für einen Journalisten sind eigentlich. Ja, es ist also, wenn man sozusagen, vor allem Hass auf die AfD den Staat verstehen kann, ja. Also wenn man in die Sendung reingeht und irgendwie wohl, wie ein Wettkampf das ist, und ich muss, Höcke oder wie noch immer, am Ende, er muss schlecht aussehen. Ja, ja. Und sozusagen die Thematiken dann immer so zu wählen, dass er sozusagen nur schlecht aussehen kann, und wenn man sozusagen auch noch die, im Sinne von, man entscheidet selbst, weil man redet und weil man die anderen reden lässt. Ja. und sozusagen dieses, ah, guck mal, und dann werden die Ausschnitte genommen und Höcke sieht schlecht aus. Haben sie an den Sommerinterviews, finde ich, genauso. Das geht natürlich, aber es ist, ja, das geht, das geht aber immer. Aber die Frage ist, ob das ein guter Ansatz ist, ne, sozusagen auf Dauer irgendwie das halt zu machen natürlich. Auf der anderen Seite ist er mir so, was man dem Höcke da sein Propaganda da vortragen lassen. Aber, hm, also ich kann das aushalten, ohne nass zu werden, dass Höcke da redet. Ich kann auch der Sarah Wank nicht zuhören. ohne hier. Oder Lafontaine oder was, weiß ich nicht mehr. Die können doch erzählen, was sie wollen, ne. Aber die, da wird so, so viel Scheiße gelabert, da stören die anderen auch nicht. So, und die Angst ist dann, offenbar im Sinne von, aber immer so, man selbst würde nicht darauf reinfallen, aber man geht davon, erstmal wahrscheinlich auch die Journalisten davon aus, dass wenn das nicht so läuft, wie es jetzt läuft, die ihre Propaganda loswerden können und das alles nur noch schlimmer wird. Ne, die AfD noch mehr Zuwächse hat und so weiter und das sozusagen im Raum stehen bleiben würde. Das ist sozusagen, dass andere Leute darauf hereinfallen. Sozusagen, aber immer, immer die anderen, immer andere, die man gar nicht richtig kennt. Ich würde dann eher halt erwarten von guten Journalisten oder Journalistinnen, dass die halt, auch wenn das jemand von der AfD ist, dass die den genauso wie die anderen zum Beispiel in so einem Sommerinterview ausreden lässt und nicht die ganze Zeit immer so Weißreflex. Ich kann ja kritische Fragen stellen, aber genau wie bei den anderen, dass der dann auch mal was sagen kann. Und dann kann man nochmal eine Gegenfrage sagen oder was weiß ich. Ja, und wenn einem das so unheimlich ist, dann macht man halt nicht nur das Sommerinterview, sondern macht dann halt, kann man ja auch einführen und hinterher gibt es noch eine Besprechung des Sommerinterviews unter Journalisten. Genau, Ausreden, ich habe es nur noch mit Kommentaren. Ja, genau. Also in Phoenix ist es ja immer so, Sie haben dann die Interviews und dann schalten Sie zurück ins Studio, dann haben Sie einen Experten und der rahmt das nochmal sozusagen aus seiner Sicht dann ein und das halte ich für ein sinnvolles Format, das so zu machen. Aber erst mal ist dieses, weil dieses Wegdrücken oder so, das ist halt, weil jemand wie Höcke, der betont das ja auch die ganze Zeit, im Sinne von, soll das jetzt hier wieder so und so ein Interview werden? Sagt er denn ja auch. Und hat damit ja nicht vollständig Unrecht. Nee, ganz im Gegenteil. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, die sind halt noch eine Partei, die auf dem Wahlzettel steht. Die sind im Gesetz, ganz klar werden die als wählbar gekennzeichnet und dann hat so ein politischer Journalist einfach kein Recht dazu, den Wien-Dreck-Affen zu behandeln, sondern er muss davon ausgehen, dass er da mit einem Vertreter von einer Partei spricht, die man wählen kann. Und da ist seine Aufgabe dann, kritische Fragen stellen, wie bei jeder anderen Partei auch. Und das wird aber nicht mehr so eingeschätzt. Nö. Also in der Hauptstadtblase, das kann, mehr oder weniger kann ich das auch nur zu Kenntnis nehmen, dass es so ist, dass so halt verfahren wird. Und so ist es halt. Keine Ahnung. Ja, das ist auch so sozusagen, dann wird sich ja sozusagen, Georg Restle ist da ja so ein bisschen, der ist ja nicht ganz so schlimm oder auch mal ein bisschen offener, auch bei der Ukraine-Frage, in ihm erkennt man wenigstens noch das Dilemma, dass er sozusagen nicht nur sagt, okay, wir müssen ja Waffenlieferungen, ja, aber wir müssen auch an die andere Sache denken, der Krieg muss aufhören und hin und her, aber die dann an so einen Punkt kommen und sagen, Haltungsjournalismus ist der wahre Journalismus. Weil, und dann sagen sie, weil die Demokratie muss hier beteiligt werden. Ja. Und wenn du sozusagen das als Prämisse nimmst, die in sich erstmal grundsätzlich schlüssig ist und das ausdehnst, ne, auf und deswegen, weil ich die Demokratie verteidige will, muss ich den Höcke so behandeln, ist das schlüssig hergeleitet, aber es kommt halt etwas anderes raus als Lupen-Rhein-Herz-Johnalismus. Ja. Sondern es ist eine gewisse deutliche Haltung und da, ich kann nur zu Kenntnis nehmen, dass es halt so ist und bei der ARD, da nennen sie das jetzt bei den Tagesthemen, Tagesschau, Tagesthemen, glaube ich, nennen sie das nicht mehr Kommentar, wenn dann so ein Redaktor Meinung, ja. Jetzt heißt es Meinung. Das ist aber richtig, ne? Also das ist schon nicht verkehrt. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Ich denke, ah, da. Weil Kommentar ist für mich auch immer noch so ein analytischer Charakter mit drinnen, ne? Ich kommentiere etwas und Meinung ist halt, hier spricht jetzt Matthias Mohr und sagt, dass er das oder das scheiße findet oder gut findet. Ja. Und das ist ja aber gut, was die ARD hat. Insofern ein Problem, sie kriegt ja gar keine konservative, also konservative Kommentare fangen ihnen ja schwer, sozusagen, sie kriegen ja halt eher so links, weil sie gar nicht die Leute haben, die das da machen können. Und wenn dann mal einer so ein bisschen konservativer was bringt, dann ist ja gleich Shitstorm, hat man gesagt, ne? So in denen, also wenn man so eine Meinung kommt, die halt ein bisschen, aber ansonsten ist es halt, ja, ohne, das kann ich auch verziehen, das ist halt ein bisschen links und ein bisschen grün, ne? So ist es halt. Ist das nicht eher ZDF auch, oder? Ja, Kommentare gibt es ja beim Tagesthemen und auch bei Tages, und auch bei heute Journalen, Ich habe jetzt ein bisschen öfters mal Welt TV machen. Ja. Weil die sind eigentlich auch so eher konservativ, ne? Oder? Ja, also manchmal haben sie ein paar interessante Runden, da gucke ich denn mal hin, also einfach, wenn die Gäste Zusammensetzung es hergibt, ne? Ja. Und die haben ja auch die Wagenknecht immer nochmal wieder. so weiter. Ja, ja. Das halt, dann hast du so eine bunte Mischung und so, aber ansonsten ist mir das Programm, weil ich hatte jetzt auch reingeguckt, auch was ukrainere Berichterstattung angeht, es ist natürlich durchgeframed bis zum. Ja, ja. Also da ist halt jeder Begriff, jede Anmoderation ist eine hammerharte eine Wertung und die fällt natürlich pro-ukrainisch, antirussisch aus. Für mich alles nachvollziehbar, ich kann es akzeptieren, aber das gebe ich mir nicht nach. Also das gebe ich mir nicht länger. Ja, aber was guckst du denn für ein Massenmedienprogramm, was jetzt pro-russisch ist oder was? Nein, gibt es gar nicht. Ich will ja nur, dass nicht sozusagen vordergründig sozusagen immer nur mit Frames gearbeitet wird, sozusagen immer nur noch werdende Attribute Ach, sehe ich aber nur noch. Ich sehe nur noch da, ich sehe nur noch Framing, Framing, Geschichten und Framing. Oder ansonsten, du, ich weiß gar nicht, aber ich habe dieses laufende Programm und so weiter gucke ich eigentlich relativ wenig. Also wo ich mal Nachrichtensender so nach mir das durchlaufen lasse, habe ich in den letzten Wochen, Monaten relativ wenig gemacht. Aber es ist schon so, dass ich mal Welt angemacht habe und hier mal ein, zwei Stunden habe laufen lassen. Und das ist mir einfach, das ist schon auch so eine gewisse Propaganda-Stilistik, die sich da anlegt. Aber da ist die Bild nochmal einen Zacken schärfer natürlich. Ach so, ja. Und da, wie gesagt, da gehe ich nur auf so ausgewählte Aber das Einkommen von einem Konzern, oder? Bild und Welt ist beides Springer, ja. Aber Welt ist halt nicht ganz so scharf und ganz so aufgestellt. Auch die, die jetzt die NDR und RBB-Geschichte hochgefahren haben. Business Insider ist auch Springer. Mhm. Die Zeitung. Mhm. Aber die ist, glaube ich, für andere Journalisten leichter, also als reputable Quelle, weil es einfach nicht so bekannt ist, dass die Springer sind. Weil wenn du halt sagen willst, okay, die Welt hat berichtet, das geht immer noch, aber wenn du sagst, Bild-Zeitung berichtet, die öffentlich-rechtlich da ein Problem, dann würde erst mal jeder darauf abgehen im Sinne von, haha, ja, ist ja klar, die Bild-Zeitung. Und, habt ihr sonst eine Nachricht? So, ne? Aber mit dem Business Insider, wo sich dann halt die Leute da gemeldet hatten, die halt über die aus ihrer Sicht vorliegenden Missstände berichteten und das waren so acht Leute oder neun, das war dann schon, okay, da wurde dann schon zitiert draus, ne? Und auch nicht irgendwie so, wo man sagte, jetzt steht mal irgendwie das Medium nochmal im Vordergrund, dass man jetzt überall das, oder dass alle gleich dazu geschrieben haben, das ist ja Springer. Ja, na, wer weiß denn, wo überall Bertelsmann drinsteckt, zum Beispiel und die ganze Geschichte. In Facebook. Gut. Jürgen, Feierabend. Jetzt haben wir alles geklärt. Ja, du, die nächste Fragen noch. Ne, wir vergessen, das Gute ist, wir vergessen ja sozusagen alles wieder. Ja. Beim nächsten Mal erzählen wir den gleichen Scheiß nochmal. Ach, oder irgendwas anderes. Ja, leicht modifiziert. Ja, aber das kann man alles nachgucken. Kannst du die einzelnen Passagen ganz rausschneiden von mir, wo ich sage, geht AfD wählen. Ja, Und ich sage dann, ich sage dann, das überlegt euch selber nochmal ganz genau, was du gerade gesagt hast. Die Stelle uns rausschneiden, geht AfD. Nachbetrachtung mit echtem Journalisten. Martiud, na, ich kumke dich mal an, guck mal, du guck einmal die Woche, kannst auch tagsüber, ich habe hier,